Du weißt schon, was du vergisst. Weißt du, wie gefährlich der Islam ist? Also ich sage halt einfach immer so, jeder soll so leben, wie er möchte, frei sein. Wenn der eine meint, er muss Moslem sein, also strenggläubiger Moslem sein, soll er das sein. Wenn der eine meint, er will strenggläubiger Christ sein, soll er das sein. Ich verstehe halt nicht, warum man sich immer gegenseitig an die Gurge gehen muss. Ja, wir gehen ja niemanden an die Gurge, wir klären ja nur auf. Der Michael Stürzenberger steht doch nicht dort und sagt, lasst uns den Muslimen an die Gurge gehen. Das ist doch so Quatsch. Der steht dort, weil er besorgt ist über die Bestandteile des Islams und weiß, was seit 1400 Jahren der Islam angerichtet hat, wo Muslime die Oberhand haben. Du siehst doch, dass die Ungläubigen dann unterdrückt werden, Scharia eingesetzt wird, drakonischen Strafen angewendet werden. Das hat doch nichts mit Nächstenliebe und Demokratie zu tun und so. Wo jeder seine Meinung äußern kann, Religionen sich miteinander so verständigen können. Nein, der Allah sagt, dass seine Religion überall in anderen Religionen ist. Das ist das Problem, was wir haben. Allah hat einen Absolutheitsanspruch. Und die Muslime wurden durch Allah befohlen, die Ungläubigen zu bekämpfen. Und das ist ihnen vorgeschrieben in Surah 2, 216. Vorgeschrieben ist euch der Kampf, auch wenn es euch zum Wider ist. Und die Muslime müssen so lange kämpfen, bis Allahs Religion über alle anderen Religionen siegt. Das findest du in Surah 8, Vers 39. Und die Muslime dürfen nur dann friedlich sein, wenn sie in der Unterzahl sind. Aber wenn sie in der Überzahl sind, sagt Allah in Surah 47, Vers 35, ruft nicht zum Frieden auf, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Und dann musst du die Ausleger gucken und dann musst du mit Tafsil durchgehen, was damit eigentlich gemeint ist. Dann kriegst du Schock deines Lebens, man. Dann siehst du eigentlich, ey, der Islam ist durch und durch heftig, man. Ich habe ihn jetzt nicht so kennengelernt, aber ich muss ehrlich sagen, Amir, viele Sachen fand ich auch jetzt komisch. Ich recherchiere ja. Und was ich ja zum Beispiel auch, jetzt zum Beispiel einer hat letztens dieses Thema mit Dingen, dass ein 9-Jähriger oder 6-Jähriger ein Kind geheiratet hat. Dann sage ich zu ihm, ich sage, hey, jetzt mal ehrlich, würdest du dein 6-Jähriges Kind einen 50-Jährigen Mann verheiraten? Sagt er ja natürlich nicht. Dann sage ich, guck, da widersprichst du doch dich. Er sagt, ja, zu diesem Zeitraum war das aber normal. Dann sage ich, was ist da normal? Genau, was ist denn daran normal, ein Kind zu heiraten? 600 Jahre bevor überhaupt Mohammed war, war doch Jesus Christus da. Und da gab es keine sowas wie Kinder heiraten. Keiner von denen hat irgendwie danach gedacht, ein Kind anzufassen. Und der Herr Jesus Christus warnt sogar in Matthäus 18, dass wenn jemand wagt, es ein Kind anzufassen oder einen Anstoß zur Sünde gibt, dann wäre es besser, dass ein Müllstein um seinen Hals gelegt wird. Das ist das, Abim. Deswegen liebe ich den Herrn Jesus und seine Worte. Ja, da habe ich auch recherchiert. Zum Beispiel die Türken, die waren ja früher, die haben ja an den Gökdelen geglaubt. Also quasi komplett was anderes. Und die wurden dann halt später, weil es um die Machtkämpfe ging, dann von den Arabern quasi auch zwangsweise muslimisiert. Ja, ich habe mir gestern ein bisschen was von Pierre Vogel, seine gehirngewaschene Show, mir angeguckt. Ich war einfach nur noch fassungslos, wie der versucht, mit List, Lügen und Takiyah-Spielchen den Islam irgendwie zu retten. Aber nein, die Menschen sind aufgeklärt, mehr denn je. Und sie können ihren eigenen Verstand benutzen, um genau herauszufinden, ob das, was der Pierre Vogel sagt, in der Realität Sinn ergibt. Und dann siehst du, nein, der Islam hat sich seit 1400 Jahren mit dem Schwert durchgesetzt und so viel Blut vergossen, dass man damit das ganze Ozean füllen könnte. Das muss er dir mal geben. Ich finde es halt einfach traurig. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach in Frieden leben kann. Keine Ahnung. Ja, da muss man die Worte des Herrn Jesus Christus in die Tat umsetzen. Der sagte, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und hasse deine Feinde nicht, sondern liebe sie. Was meinst du, wie die Welt aussehen würde, Habib, wenn wir alle auf die Worte des Herrn Jesus Christus hören würden? Wir hätten morgen das Paradies auf Erden. Dann bräuchten wir wieder Polizei, dann bräuchten wir wieder Staatsschutz, sondern alle würden einander lieben, helfen und füreinander da sein. Gäbe es was Besseres als das? Natürlich nicht. Willst du? Deswegen sollte jeder in sich hineinkehren und mal sich eingestehen, wenn wir die Worte des Herrn Jesus Christus, des Messias, in die Tat umsetzen würden. Dann hätten wir ja das Paradies auf Erden. Dann gäbe es ja sowas nicht wie, der eine haut ihm das M-E-S-S-E-R da rein und nackentherapiert ihn oder hasst ihn oder versucht ihn irgendwie zu schaden oder zu bevorteilen oder übervorteilen, wie das heißt. Verstehst du? Oder zu betrügen, lügen und allmöglichen Zeugs. Ja. Wie gesagt, also wenn ich jetzt so gucke, Pia Vogel und was weiß nicht alle anderen schreien immer nach dem Kalifat, Kalifat, Scharia und was weiß nicht. Dann denke ich mir, dann geht doch jetzt nach Afghanistan oder nach Saudi-Arab. Ja, richtig, genau. Warum fordert ihr etwas, wovon ihr doch selber geflohen seid? Die Muslime, die dort stehen, glaubst mir das, 99% dieser ganzen Muslime, die dort stehen, haben noch nie unter Scharia gelebt. Aber sie fordern das. Ach, guck mal, der... Wie willst du denn ein System einführen, wo du doch gar nicht weißt, wie das funktioniert? Und du weißt doch noch gar nicht, du hast doch gar nicht unter der Scharia gelebt. Meinst du, dann wird alles besser. Nein, das sehen wir doch anhand der islamischen Länder, wie verrottet die da sind. Ich weiß, wir hatten gestern ein Ding, Gespräch in der Arbeit, weißt du? Dann sage ich so, sagt ein Kollege, oh, hey, wir müssen mal nach Dubai. Dann habe ich gesagt, nach Dubai, oh, können wir mal gehen, habe ich so gesagt. Aber es gibt ein großes Problem, der so was. Ich so, da herrscht die Scharia, kennst du dich mit den Gesetzen dort aus? Dann sagt er so, nein, du? Sag ich auch so, ich bin zwar Moslem, aber nein, also ich glaube, wir werden da echt große Probleme bekommen. Siehst du, das ist heftig. Ich weiß nicht, die Muslime sind heftig, ohne Spaß, die dort stehen. Die haben es doch gut in Deutschland. Ich verstehe gar nicht, warum man... Werbung macht so ein anderes Richtssystem. Sie leben in Freiheit, Frieden. Sie können etwas aus ihrem Leben machen. Und dann wollen die Scharia einführen und auf einmal zurück ins 6. Jahrhundert katapultiert werden. Was ist denn los mit den Leuten, Mann? Ich weiß nicht. Ist das ein zuvorkommendes Rechtssystem, was Allah da einführt? Ist das eine Gerechtigkeit, was Allah da einführt? Oder ist das nur für die Muslime bedacht? Keine Ahnung jetzt. Ja. Wie wird denn ein Andersgläubiger in einem islamischen Staat behandelt? Ich will gar nicht die Ausmaße mir angucken, wie Juden, Christen und Buddhisten, Jesiden und was es da für Religion gibt. Meinst du, die können noch ihre Religion frei äußern oder praktizieren oder was auch immer? Also ich denke mal, praktizieren ja, aber nur wenn sie die Jizte bezahlen. Ja genau. Ja, die Jesiden haben ja überhaupt gar keine Möglichkeit, die Jizte zu bezahlen. Ja, die sind ja Ding. Die Buddhisten genauso wenig, die Buddhisten auch nicht. Alle Religionen haben nur eine Wahl, die Angehörigen entweder zum Islam zu konvertieren oder in die Ewigkeit geschickt zu werden. Die einzigen, die bezahlen dürfen, sind die Juden und Christen. Die gehören nämlich zu Al-Uqitab. Aber Mohammed hat auch von den Zohastriern hat er Jizya genommen. Das sehen wir in der islamischen Tradition und Geschichte, die verbreitet wurde. Also authentisch überlegt wurde. Das er auch von den Magiern und den Feuerhandelbetern Jizya genommen hat. Ja. Stell dir mal vor, morgen würde Olaf Scholz eine Rede halten, indem er sagt, Muslime, ihr werdet anders besteuert. Ihr werdet die sogenannte Jizya bezahlen. Und bei Nicht-Einhaltung müssen wir euch zu einem Exekutionskommando schicken. Stell dir das mal vor. Ja. Also die würden dann gleich hier alle irgendeine Barrikaden hochkennen. Ja. Siehst du, wie unfair dieses System ist, was der Allah eingeführt hat? Nur um die Juden und Christen zu demütigen, Wahum Saaridon, um sie kleinlaut gedemütigt in Schande in ihrer Religion behalten zu dürfen. Unter den schlimmsten Bedingungen müssen sie den Zimmi, als ein Zimmi nehmen, als ein zweiter Klasse Dreckmensch leben. Unglaublich. Und dann sagen die, der Islam ist eine Religion des Friedens. Super. Sehr friedlich. Ja, ich weiß nicht, wo die lernen oder das, keine Ahnung, wo sie sich das Gehirn so brutal waschen lassen haben. Das ist das Problem. Das sind diese sogenannten Bücher, die gedruckt wurden und die dann von den Shiuchs und Imamen gelehrt werden. Und das in die Köpfe der Muslime reingepflanzt wird. Und da haben wir das große Problem. Sobald ein Muslim dann vertraut wird mit den Büchern von Ibn Taymiyyah und Mohammed bin Abdel Wahab und diese ganzen anderen Bücher, auch der Koran und Hadith und sowas, es kann nichts Gutes aus dir werden, glaube es mir. Es kann einfach nichts Gutes aus dir werden. Je weiter du dich reinsteigerst, je weiter du Mohammeds Leben studierst, du gehst weiter, immer weiter in die, du drifst es ab und wirst irgendwann so ein IS-Typ. Ja, ich sag ja, bei mir hat der Zweifel so, was heißt Zweifel, so Nachdenken erst so angefangen, wo diese Widersprüche angefangen haben. Ich muss auch ehrlich sagen, deine Arbeit hat auch viel beigetragen, dass ich angefangen habe, mal zu recherchieren, nachzuhaken, zu fragen, ob das stimmt oder nicht. Und wenn ich dann halt so gefragt habe, dann immer so immer so gezögerte Antworten. Ja, da gibt es halt immer wieder so Ableitungen, der eine sagt 6, der eine sagt 9, der eine sagt 19, kann man nicht so sagen. Ich so, ja, wie kann man nicht sagen? Weißt du, dann habe ich so gemerkt so langsam und dann zum Beispiel das beste Beispiel war dann Sven Lau, wo ich mir dachte, der wurde abgeschoben und dann, wo es dann hart auf hart kam, Verfassungsschutz auf einmal gut. Ja, siehst du, wie verrückt das Ganze ist? Wie verrückt das Ganze ist und was in den Köpfen sich noch befindet? Was meinst du, wenn die Muslime ehrlich ihre Meinung sagen dürften, was sie davon halten, was man mit den Ungläubigen anstellen sollte? Da würdest du, du würdest verrückt werden, du würdest denken, was? So viele Leute haben so eine Gesinnung und so, die sagen es nicht. Das ist das Problem, sie sind noch ruhig. Und dann wirst du, ich und alle anderen in einen Topf geworfen, die sich wirklich kritisch mit den ganzen Sachen beschäftigen und herausgefunden haben, dass man gar nicht dieser Religion folgen kann. Es sei denn, du willst so bösartig werden. Verstehst du? Ich bin ja auf die Suche nach Gott gegangen und habe Gott sei Dank, in Jesus Christus habe ich ihn ja gefunden, dem Herr sei Lob und Dank. Aber als ich mich mit meiner Religion kritisch so auseinandergesetzt habe, bin ich auf Sachen gestoßen, die ich ja mit allen in Deutschland, Schweiz und Österreich erteile. Mein Kanal ist mittlerweile ja Europa und weltweit bekannt, in Amerika und so weiter und so fort. Und die meisten Muslime wissen gar nicht, dass sich diese Bestandteile innerhalb des Islams befinden, in den islamischen Schriften. Dass die Aussagen der Gelehrten den Wahnsinn ja mit sich bringen. Und dann sind die natürlich empört, wenn ich zum Beispiel diese PowerPoint-Präsentation halte auf YouTube oder meine Aufklärungsarbeit mache oder den Leuten das zeige, wo es verzeichnet ist, damit sie sich selber ein Bild machen. Und diese Religion ist absolut heftig, man, absolut heftig. Und der Polizist musste aufgrund seines Jobs, weil er sein Leben eingesetzt hat, jetzt mit dem Leben bezahlen. Weil ein Muslim, ich weiß nicht, wie weit der vertraut war mit den Büchern von den Gelehrten, dass wer den Propheten schmäht oder beleidigt, er nur den TOD verdient hat. Ja, der Eben Taimir sagt das in seinem Buch, das gezückte Schwert. Wer es wagt, den Propheten zu beleidigen oder zu schmähen, muss in die Ewigkeit geschickt werden. Das Prinzip ist, wenn du Allah beleidigst, hast du Zeit zur Vergebung. Drei Tage Zeit, Buße zu tun, Tauber zu machen, Reue zu zeigen. Solltest du aber Mohammed beleidigen oder schmähen oder kritisieren, musst du in die Ewigkeit geschickt werden, auch wenn du bereust. Und das müssen wir ansprechen und dieses geht absolut nicht. Wenn das also in den Köpfen der ganzen Muslime ist, die Dauer machen und so, da muss man darüber nachdenken, ob man wirklich dann in einer großen Aktion diese Leute dann Nebel- und Nachtaktion in Flugzeuge setzt und dann dieses Landes verweist. So muss man dann, wie willst du denn mit diesen Leuten denn umgehen? Diese Leute werden dich eines Tages dann Nackentherapien aufgrund ihrer islamischen Texte. Mit diesen Leuten kannst du gar nicht umgehen, weil das sind einfach Leute, die sich irgendwelche Titeln selber geben und dann hier rumlaufen und dann einen auf höchsten Imam machen. Ja gut, aber wenn sie von Millionen von Muslimen anerkannt werden, dann kannst du und ich und diese Bevölkerung nichts dagegen sagen. Dann ist das in den Millionen von Köpfen drinne und du kannst es auch nicht von denen rausholen, weil die denken, er ist der Sheikh des Islams und Millionen und Abermillionen Muslime nehmen das ernst, was er dort verzeichnet hat und was der Koran da sagt und was Ibn Kathir sagt, was Al-Ghurtubi sagt, was Al-Tabari sagt, was Al-Jalalain sagt, was Asadi sagt, was Al-Barawi sagt und wie die ganzen Leute heißen im Islam. Wir haben also ein ernsthaftes Problem, weil die Muslime mit den Tafsilen vertraut sind und genau wissen, was zu tun ist, sobald sie die Mehrheit erlangt haben. Das ist traurig. Ich gebe dir auch einen Tipp, du solltest auf dich aufpassen. Auf Instagram habe ich so ein Video gesehen, da ruft auch einer gegen Gewalt dir gegenüber auf. Ich kenne den, das ist Sima Metti, der war schon sehr oft hier oben. Der ist so ein Tablettenabhängiger. Ich glaube, der ist irgendwo in der Psychiatrie oder sowas, keine Ahnung. Ja, der Staatsschutz hat mich vorgestern kontaktiert und die haben mich angerufen. Die hat meine Nummer irgendwo herausgefunden. Wahnsinn, ganz schnell. Ja, der hat mich gefragt, ob alles mit mir gut ist und ob ich irgendwie was brauche oder sowas. Voll nett, voll korrekt. Ich habe keine Angst, das ist schon in Ordnung. Ich kenne, die haben mich gefragt über diesen Typen. Ich habe schon sehr oft mit ihm geredet und er hat schon ein bisschen seine Gesinnung zur Schau gestellt. Aber der ist psychisch krank. Der meinte, wir haben ihn schon auswendig gemacht. Der ist sehr psychisch labil. Der steht unter Tabletten und sowas, keine Ahnung. Aber das empfindet ja nicht seine Aussage. Er ist ja krank. Ja, der hat ja auch das Ding verherrlicht, den Angriff gegen den Polizisten. Wo ich mir auch denke, was konnte er so? Der Arme von hinten in den Hals, weißt du? Heftig, ne? Und jetzt stell dir mal vor, der Mann hat sein Leben gelassen und hat eine Frau und Kind hier auf der Welt zurückgelassen. Unglaublich. Was meinst du, was? Die Kinder werden jetzt ohne Vater aufwachsen, die Frau ohne ihren Mann und die ganze Familie vernichtet. Er selber hat sein Leben vernichtet, diese Afghane, obwohl er selber Frauen und Kinder hat. Wegen was? Weil Leute etwas gegen den politischen Islam sagen. Das kannst du keinem erzählen, wie verrückt das Ganze ist. Wie verrückt das Ganze ist. Also das war mir irgendwer so. Ich habe nicht gedacht, dass das in so einem Ausmaß ausbricht. Aber ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, diesen Schützenberger, den werden sie auf jeden Fall angehen. Ja, es war nur eine Frage der Zeit. Der hat ja sehr oft schon einen drüber bekommen. Es waren zwar nur hier mit Faust und sowas, aber einer würde dann eventuell richtig handeln. Und da ist es dann passiert am 31. war das. Wie ist das bei dir? Also wirst du auch so auf der Straße angegangen oder eher positiv? Viele Muslime kennen mich ja noch von den Videos von ABK. Also das ist so mehr oder weniger so ein lustiges Ding. Aber darunter gibt es auch Muslime, die dann nicht lange fackeln würden. Ich weiß darum. Es ist mir fast ja passiert. Ich habe ja fast mein Leben verloren. Wäre der Herr Jesus Christus nicht da gewesen durch die Obrigkeit, Staatsschutz, die die aufgehalten haben. Ich wusste das gar nicht. Ich war einfach Auto am Fahren und ich wusste nicht, dass Leute hinter mir her waren, um mich in die Ewigkeit zu schicken. Und dann siehst du, dass der Herr den Staatsschutz dahin schickt, um diese Leute auch noch zu verfolgen. Ich muss dir mal vorstellen, von 6000 Gefährdern, die wir in Deutschland haben, verfolgt genau die Polizei die Leute, die mir gerade hinterher fahren. Kannst du dir das vorstellen? Ist doch kein Zufall. Hier haben wir es mit Gott zu tun. Psalm 91, der über mich wacht. Heftig, ne? Das ist ein großes Zeugnis für all diejenigen, die sagen, dass Gott nicht existiert und dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Verstehst du? Ich verlasse mich ja komplett auf den Herrn. Und wenn es eines Tages soweit sein sollte, dass ich in die Ewigkeit geschickt werde, dann habe ich wenigstens alles getan und habe sehr viele Menschen zum Herrn Jesus Christus geführt. Dank dem Herrn, der mich ja benutzt. Amen. Haben wir jetzt noch eine ganz andere Frage. Und zwar, du bist jetzt strenggläubiger Christ, ja? Ja, was heißt strenggläubiger Christ? Ich bin einfach jemand, der Reue gezeigt hat, vor Jesus Christus, wiedergeboren ist und ein Kind Gottes wurde. Strenggläubig. Wir werden nicht strenggläubig sein. Wir werden versuchen, alles in die Tat umzusetzen, um weniger zu sündigen. Aber wir sind in diesem sündigen Leib gefangen, so wie Apostel Paulus das sagt. Nichts Gutes wohnt in meinem Fleisch. Die Sünde beherrscht mich. Und dann frage ich mal so rum. Ich formule die Frage anders. Darf man im Christentum ein Mensch, darf er die Bibel verändern? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Weil die Frage ist darum, ich habe gelesen, dass der Kaiser Konstantin die zehn Gebote geändert hat. Nein, nein. Der Kaiser Konstantin hatte überhaupt nichts zu tun. Er war der damalige Herrscher in dem Reich, wo Christen unter seiner Herrschaft gelebt haben. Und da kam dann irgendjemand auf die Idee, irgendeine andere Lehre einzuführen. Das war dieser Arius, der sogenannte Arius, der dann mit der arianischen Lehre um die Ecke kam. Dass der Vater der alleine wahre Gott ist und Jesus Christus nur sein Sohn oder was auch immer. Also nicht selber Gott ist, der Herr Jesus. Ja, und dann war die Mehrheitsgesellschaft dort trinitarisch. Und dann gab es dieses Konzil zu Nicea, wo der Kaiser Konstantin die Leute dann einberufen hat. Weil er gesehen hat, dass da große Tumulte stattfanden bezüglich der Doktrin des Christentums. Weil es war ja klar, dass der Gott ein dreieiniger Gott ist. Das sehen wir in den frühesten Kirchenvätern, die das bezeugen, Irenius und die ganzen anderen, Polycarp und wie sie alle heißen. Und dann siehst du, wenn du ihre Schriften aufschlägst, dass sie genau geglaubt haben, dass Gott sich den Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat und dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist. Das war die Doktrin der Bibel und daran haben die Christen geglaubt, die frühesten Christen. Und dann kam auf einmal jemand um die Ecke und hat auf einmal andere Lehren eingeführt. Und das ist dann die Runde gegangen und dann gab es ein großes Tumult. Deswegen hat er die Leute einberufen zum Konzil, zu Nicea. Und dann gab es die Debatte zur Dreieinigkeit. Und dann haben die dort festgestellt oder festgelegt, die ganzen Kirchenväter und, sag mal schnell, die ganzen Christen dort, dass der Gott ein dreieiniger Gott ist. Und dann gab es diese Debatte und dann ist das dort nochmal, wie sagt man, würde man sagen, was heißt eingeführt? Nein, nicht eingeführt, sondern wurde bewiesen anhand dieser Debatten, die dort geführt wurden. Ja. Dass die Doktrin der Bibel lautet, dass Gott sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat und dass der Sohn Gottes Mensch wurde, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Kaiser Konstantin hatte überhaupt nichts zu tun mit Bibelhinzufügung oder sonstiges. Nein, es war einfach nur die Debatte, die stattfand zwischen den Arianern und den Trinitariern, die bis heute ja stattfindet. Ach so. Ja, weil das ist ja immer, bei vielen immer die Verteidigung. Man hört dich nicht so gut. Also das ist ja bei vielen immer die Verteidigung, dass die Bibel mit dem Alten Testament, mit dem Neuen Testament, dass man da sagt, da ist die Bibel verfälscht und was weiß ich. Wenn wir sagen, dass Gott nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschungen zu beschützen, ja was ist das denn für Gott? Können wir dem Gott vertrauen? Was ist das denn? Die Muslime machen aus Gott unbewusst einen Clown. Verstehst du? Gott ist ja allmächtig. Meinst du, er lässt es zu, dass irgendwelche Menschen die Möglichkeit hätten, sein Wort zu verfälschen? Bräuchten wir dann noch an Gott zu glauben, wenn das so wäre? Natürlich nicht. Siehst du? Und deswegen schießen die Muslime sich ins eigene Fuß, wenn sie sagen, die Tora und das Evangelium ist verfälscht. Weil somit stellt das ja Gottes Allmacht in Frage, das war's. Wenn die Muslime behaupten, dass die Bibel verfälscht wäre, so stellt das Allas Allmacht in Frage und somit kann er auch nicht mal allmächtig sein. Weil ein allmächtiger Gott kann ja auf seine Worte aufpassen, oder? Ja, natürlich. Aber im Koran sehen wir, dass Allah nicht auf seine Worte aufpassen konnte. Weil eine mächtige Ziege in Zunan Ibn Majah, Hadis 1944, kam und seine heiligen Ferse gefressen hat. Den Steinigungsferse und das Berufsaugen eines Erwachsenen. Das ist ein Desaster, das ist eine Katastrophe. Ja. Deswegen noch, äh, wie viele Spaltungen waren es? 72 Spaltungen? Mehr, der Mohammed hat ja gesagt, meine Oma wird sich in 73 Gruppierungen spalten. Heute sehen wir, dass es mehr als 73 gibt. Allein die Schiiten haben ja schon, wie viele zig von Untergruppen innerhalb des Schiitentums. Und an die Sunnis will ich ja gar nicht von reden. Ach, ist so unglaublich. Ja. Ja, und jetzt versuch mal, die Nadel im Heuhaufen zu finden, unter dieser einen Gruppe zu sein. Weil er sagt ja, alle anderen Gruppen werden ins Höllenfeuer gehen und nur eine Gruppe wird bestehen bleiben. Ja, toll. Welche denn? Ja, gute Frage. Ja, genau. Und dann siehst du, dass die Muslime, die im Namen Allah, Fisabillillah, kämpfen gehen, zu denen gehören, die dann die Schahada haben wollen. Die dann das Märtyrertum wollen, um sicher in Allahs Himmel reinzukommen. Weil sie wissen, es gibt nur einen Weg. Und zwar Fisabillillah, Dschihad machen. Ja. Da ist das große Problem. Ich hoffe natürlich, dass du dir selber Gedanken machst. Du scheinst ein sehr, sehr kluger Mann zu sein, der sich Gedanken macht um alles und auch hinterfragt, kritischen Geist hat. Natürlich, das musst du ja. Keine Ahnung. Und deswegen finde ich ja auch gut, dass du so aktiv bist, auch Gespräche annimmst und auch zuhörst. Weißt du? Ja, natürlich. Du sagst ja, was mir halt sehr gefallen hat, wo du gesagt hast, hey, die sollen doch kommen. Ich bin da. Ich debattier. Ja, natürlich. Ja, was soll denn ein Imam, der sich bestens mit den islamischen Schriften auskennt und weiß, was zu tun ist, wenn sie die Oberhand haben? Oder ein Scheer, der genau weiß, was sie die islamischen Schriften hergeben. Was soll der denn mit mir denn diskutieren? Der sagt ja, gut, der Armin hat recht, was soll ich mit dem noch diskutieren? Ihr wollt ja den Islam nicht akzeptieren, dass der Islam so und so ist. Wir schämen uns nicht für unsere Religion. Der Armin hat recht, ja. Wenn wir die Oberhand haben, dann seid ihr dran. Was ist das Problem? Meinst du, ein Scheer kommt dann und sagt, nee, das ist nicht so, Armin? Dann macht er mit uns Taqiyah-Spielchen. Weil wir sehen doch, was der Islam seit 1400 Jahren getan hat. Wo der Islam die Oberhand hat, wie es dann zur Sache geht. Ja. Und die ganzen Fatwas und Koranverse, Auslegung der Gelehrten. Ja, was willst du denn machen? Er muss doch genauso zurückgreifen wie ich zu Ibn Qasir al-Kurtu wie Atabari al-Jalalai. Ja. Will er jetzt seine eigene Meinung in den Koran hinein interpretieren? Das ist doch Quatsch. So darf doch kein Muslim vorgehen. Ich hoffe natürlich, dass du eines Tages zum Glauben an den Herrn Jesus Christus findest. Es kann dich, mich, jeden Einzelnen, der hier drin ist, wie auf der Straße langlaufen, dass er auf einmal irgendein Verrückter, irgendein M-E-S-S-E-R zückt und einfach wahllos reinschlägt in die Leute. Darunter kannst du dann auf einmal sein mit deiner Familie. Nicht mal, dass du was getan hast. Du kannst eigentlich gar nichts dafür, weil du bist einfach nur am falschen Ort zur falschen Zeit. Ja, klar. Das ist das Problem, eine Vierjährige in einem Einkaufszentrum, da hat er reingeballert, eine Vierjährige Mann. Guck mal, wo wir gelandet sind. Ein Somalier nimmt von vier Frauen mitten in der Innenstadt-Passage das Leben von denen. Einfach reingeballert, falscher Ort, falsche Zeit. Das könnte dir, mir, allen hier passieren. Jeden von uns. Ja. Ja, und dann natürlich regen die Deutschen sich auf und sagen, was geschieht hier nur in diesem Land. Wo kommen diese Leute auf einmal her? Wer hat die überhaupt hier reingelassen? Wer hat die überhaupt geprüft? Keiner. Keiner. Und dann siehst du auf einmal, dass immer weiter Zulauf diese Parteien bekommen, jetzt beispielsweise AfD. Die Leute sind besaut, die Leute haben Angst um ihre eigene Familie. Und die schreien nach Sicherheit. Kann man den Leuten das verwehren oder sagen, seid ihr bekloppt, warum seid ihr so? Nein. Die Leute haben begriffen und haben gesagt, bis hier noch nicht weiter. Sollen wir die Nächsten sein oder was? Sollen wir unter den Opfern sein? Warum? Weil ihr nicht in der Lage seid, Sicherheit zu bieten oder weil ihr nicht in der Lage seid, die Grenzen zu schützen oder wie? Oder was? Was ist das denn? Gerade in einer Zeit, wo das Kalifat ausgerufen wurde 2015, wo sich die ganze muslimische Umma, die hier die ganze muslimische Umma sich gespalten hat zwischen jetzt die Daesh-Leute und dann auch alle anderen, die jetzt so heuchlerisch unterwegs sind. Und jetzt siehst du, dass diese Leute immer weiter Zulauf bekommen und dementsprechend dann auch Handeln und Gesetze erlassen werden. Ich würde es nicht wundern, wenn diese Remigration, diese Rückführung demnächst stattfinden wird. Dass die Leute dann ein nach dem anderen ausgewiesen werden und dementsprechend dann des Landes verwiesen werden. Dann kommen sie aber wieder. Ja, ja, nee, dann werden andere Gesetze erlassen, Grenzen werden, ähm, werden, wie nennt man das? Grenzen werden geschützt und da kann nicht jeder einfach so einreißen. Du siehst doch in Israel, dass es so groß ist wie das Bundesland Hessen. Kein anderes Land ist so heftig in Sicherheit wie Israel. Allein wenn du versuchst zum Airport zu gelangen, da wirst du erstmal auf 20 kmh runtergebremst, 10 kmh. Erstmal bevor du überhaupt 10 Minuten, 20 Minuten, bevor du überhaupt da hinkommst, haben die dich schon auf dem Radar, alles. Du kannst niemals einfach so in die Grenze dort hineinkommen. Meinst du, Deutschland kann das nicht genauso? Meinst du, dazu fehlt ihnen die, äh, Equipment? Nein, die können das genauso. Wenn Israel das kann, kann Deutschland das ja locker. Ja, aber die Vorgeschichte von Deutschland, oder die Geschichte von Deutschland, das hat ein bisschen negativisiert. Ja, dann hast du, dann hast du zum Beispiel solche Antifa-Leute, die in ihre eigenen Leute reinschlagen, obwohl sie die ersten sind, die von Muslimen dann in die Ewigkeit geschickt werden. Das verstehe ich auch nicht. Meinst du, die Muslime machen Halt vor Antifa, weil sie ihnen helfen, oder wie, oder was? Wie verrückt ist das, bitte, Mann? Ne, da gab es doch mal auch so ein berühmtes Video, da gab es doch mal auch so einen Typ, der war ja immer mit diesem Ding, Pia Vogel und allen unterwegs. Ja. Und auch mit dem einen, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aus Österreich, der hat Psycho da. Aus Österreich, warte mal. Ja, so ein Ägypter. Ach so, ja, Mohammed Mahmoud, ja, ja, der war einer der heftigsten überhaupt. Der hat ja kein Blatt vor den Mund genommen hier in Österreich, ne, war übelster Extremist, übelster Gefährder. Der hat auch die, der hat auch diese Internetseite gegründet gehabt, muslimische Front oder irgendwie sowas, ne? Ja, äh, also Anleitung für Kumpel oder sowas, keine Ahnung, war das. Auf jeden Fall, wo dann so irgendwelche Hilfsorganisationen in Syrien waren, da sind sie doch mit Kalaschnikows rein und haben das sogar noch aufgenommen. Wie sie die Helfer da Ding behandelt haben, wo sie dann Angst hatten um ihr Leben. Ja, ja, ja. Ja, und dann was ist aus Mohammed Mahmoud geworden? Der ist zum ES gegangen, ne? Und dann hat er angefangen, ultraheftige Videos hochzuladen, wie er Leuten, äh, äh, Nackentherapie hat, in den Kopf, du weißt schon, was macht. Wie blödsartig die geguckt hat, als der ganze Auto hat ein Foto gemacht, mit ganzem Auto voll mit, ähm, ja, du weißt schon, hier, Nackentherapeuten. Die Blicke jetzt mal sehen müssen, ich glaube, dieses Bild ist immer noch in Google oder was. Ganz, ganz schlimm, der Typ, ganz schlimm. Ja, und das ist die Gesinnung der Muslime halt, ne? Viele, viele von ihnen sind so. Ja, was war am Ende? Sogar dem ES war das zu viel, dann. Ja, genau, die haben dann irgendwie schon so rausgeworfen, also die hatten nichts von ihm gehalten, oder was, ne? Oh, danke schön. Ja, heftig. Ja, mein Lieber, das ist die Lage, der derzeitige Lage, ne? Danke dir, Tanus. Das ist die derzeitige Lage, in der wir uns alle befinden, ne? Es kann sogar einen Muslim treffen, der auch, äh, zur falschen Zeit ist. Selbst der, der ja zum Beispiel auch Scharia fordert. Von einem Somalier, der zum Beispiel einfach wahllos in allem reinhämmert. Verstehst du? Hm. Ja, was dann? Toll. Wie sollte man wirklich mal in Iran leben? Ja, wie sollte man überhaupt in einen Scharia-Staat gehen, ja? Ja. Also, Iran ist immer das beste Beispiel, sag ich, was Scharia angeht, um ehrlich zu sein. Ja, genau, richtig. Heftig, ne? Ich höre es doch immer, wenn ich so Türkei bin und wenn dann so Iraner kommen, wie frei die sich fühlen und für die ist das vollstraffesten Land und so. Das ist heftig, ne? Wie traurig das Ganze ist, ne? Wie traurig das Ganze ist. Wir haben doch das abschreckende Beispiel aus meinem Land. Warum verstehen die Muslimen nicht, dass genau dieselben Zustände herrschen werden und sie dann eines Tages auf die Flucht gehen müssen? Weil der Islam ihr Leben bestimmt. Und wer will sich denn von Religionen sein Leben bestimmen? Das ist doch Quatsch. Und zwar jeder hat sich dann dieser Religion anzupassen, sozusagen, weißt du? Hm. Ja. Was darfst du dann überhaupt noch, frage ich mich dann. Was darfst du dann noch, frage ich mich genau. Na gut, mein Lieber, dann störe ich mal dich nicht, warte, halte dich mal weiter nicht auf. Wenn ich irgendwann mal Fragen habe, komme ich wieder einfach live. Merk dir meinen Namen. Ja, danke dir für deine Zeit. Dankeschön, dass man... Ich danke dir für deine Zeit und ja, fahre vorsichtig, pass auf deinen Rücken auf. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, möge der Herr dir auch begegnen und dich zu sich ziehen. Amen. Später für dich, mein Lieber. Bis ein guter Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, wundervoll. Betet für ihn, betet für Ghazi. Dass er zum Glauben findet. Er ist ein kluger Mann. Da sieht man den Unterschied zwischen einem Muslim, der total indoktriniert wurde und einem Muslim, der einen etwas kritischeren Geist hat und sich Gedanken macht und sagt, warte mal, ich hinterfrage das Ganze mal. Dankeschön, Toni. Ja, heftig. Gestern hat der Bosbach ja eine Rede gehalten, ne, Leute? Der Toni hat mir das geschickt, ne? Toni, heftig. Ich dachte, ich wäre da gerade am Reden mit der Welt. Das war heftig. Ich habe mir gedacht, ey, krass. Der Bosbach und ich, wir sind einfach so... Da kam ein und dasselbe da raus. Das ist heftig. Einfach krass. Er hat ja mit der Welt ein Interview geführt und hat gesagt, so kann das ja nicht weitergehen. Wie lange wollen wir das denn noch so, ähm, uns das gefallen lassen, mäßig, ne? Also mit meinen Worten jetzt wiedergegeben. Wir hören uns das gleich mal an. Ich muss nur ganz kurz hier mal was erledigen. Ich muss mal hier gucken, wo ich hier bin. Ich bin schon wieder in dem übelsten Ghettos hier unterwegs, ja. Ami, Abo Bosbach. Ja, genau. Abo Bosbach. Das ist heftig, der Abo Bosbache. Das ist heftig, als wenn wir ein und dieselbe Gesinnung der Bosbachern ist, ne? Heftig. Als hätte ich ihm gesagt, rede so. Hallo mein Lieber, gott sich nicht, schon alles damit. Hallo, hi, mein Freund, wie geht's dir? Ich bin gut. Und du? Nein, 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 nicht match, nicht match. Bitte. Okay, okay, okay. Okay. Where do you come from? Afghanistan, bro. Afghanistan, you live in Germany. Yeah. Why you left your country? No English. Ich meine, Iran. Jetzt auf einmal no English, ganz klar. Unglaublich. Da spricht der mit mir Englisch, da sage ich, why you left your country? Oh, no English, no English. Auf einmal no English. No English. Das kannst du keinem erzählen, ne? No English, no English. Oh, je, 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 heftig, eh. Oh, Mann. Kommen zu Deutschland und sind auf TikTok, ja, genau. Ja, das ist ja nicht mal das Schlimme, dass sie auf TikTok kommen. Kommen hier nach Deutschland und machen genau da weiter, wo sie von geflohen sind. Das ist das Kranke. Ob sie jetzt auf TikTok sind oder nicht, das ist ja das kleinste Problem. Aber diese Gesinnung bringen sie mit hier nach Deutschland, das ist das. Ach, ihr Lieben, wir leben in absolut kranken Zeiten, absolut kranken Zeiten. Und ich hoffe und bete für jeden Einzelnen von euch, dass ihr mit dem Herrn Jesus Christus in den Tod geht, ihr Lieben. Und dass er euer Herr und Gott ist. Auf welcher Seite kann ich die Scharia nachlesen? Einfach in den Koran aufschlagen, das siehst du doch. Einfach mal den Koran aufschlagen, dann siehst du, was da angeht. Mist. Es ist einfach nur traurig, es ist einfach nur traurig. Ja, ich habe gestern total Gedanken gefangen da, was dem Polizisten wie erfahren ist. Der war, glaube ich, ein sehr, sehr beliebter Polizist, sehr, sehr beliebt. Und hat sehr, 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 sehr viele Freunde dort gehabt. Er war ein sehr, sehr zuvorkommender, höflicher und legevoller Kollege halt. Ich will gar nicht wissen, ich will gar nicht wissen, was für die Familie und Freunde jetzt, die sind am Ende. Ja, und dann natürlich geht das in den Köpfen ab, wer trägt die Verantwortung für diesen Wahnsinn? Wer trägt die Verantwortung dafür? Politiker? Staat? Wer macht? Wer trägt die Verantwortung für das Leben, das ihm genommen wurde? Das ist, das ist absolut, ihr fehlen die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich komme sofort wieder, ihr Lieben. Sorry, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ja. Ich möchte einmal noch mal kurz was sagen. Lasst euch nicht vom Satan jetzt reizen, da diese Leute hier ihre Gesinnung zur Schau stellen, dass wir auf einmal anfangen, diese Menschen zu hassen. Das hat uns der Jesus Christus nicht befohlen. Ich weiß, der Satan reizt uns und es ist wirklich schwierig, diese Menschen auch dementsprechend, also die Worte des Herrn Jesus Christus in die Tat umzusetzen, aber lasst euch nicht vom Teufel versuchen, dass ihr euch in so eine Art Wut und Hass und alles Mögliche hinein verfrachtet. Ihr seid immer noch Christen. Ihr gehört immer noch Jesus Christus. Und seine Worte sind für euch maßgebend. Seine Worte sind für euch bindend. Auch wenn es uns manchmal wehtut. Und es manchmal wehtut, wenn wir sehen, dass diese Leute zu was für Mitteln die greifen, um ihre Meinung durchzusetzen. Wie crazy. Wie crazy. Wie crazy. Ja, der Herr Jesus Christus hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten für dich selbst. Liebe eure Feinde und wohl den, die euch hassen und bitte für die, die euch beleidigen und verfolgen. Diese Worte sind da, dass er Jesus Christus so ist. Ich weiß, das fällt uns allen schwer und wir möchten auch manchmal Dinge machen, die nicht gerade christlich sind. Aber der Herr Jesus Christus geht vor. Lasst immer die Liebe in eurem Herzen gedeihen, nicht den Hass. Dankeschön. Danke. Danke. Amir, danke, dass du mich hochnimmst. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Danke. Amir, ich weiß gar nicht, weshalb wir uns darüber so aufregen, dass hier so viele reinkommen. Ich lese immer so, Islam gehört zu Deutschland. Wir sind schon sechs Millionen Muslime hier in dem Land. Amir, kein Problem. Wir warten einfach noch ein bisschen. Dann sind die meisten von denen hier und guck mal, wie schön Syrien ist oder Afghanistan oder so. Dann ziehen wir alle da runter und bauen uns da ein neues, schönes Abendland auf. Und ich baue mir ein Haus schön am Meer. Ja, das ist die Lösung, Amir. Wir warten einfach noch ein bisschen und dann gehen wir alle da runter. Ja, genau. Die Lösung ist einfach, Syrien kommt nach Deutschland und Deutschland haut ab nach Syrien. Ja, warum denn nicht? Wir wollen eine schöne Heimat verlassen. Ja, die wollen doch alle nach Deutschland. Oft verregnet und so. Guck mal, wir sind schön im Sonnenland und so. Dann nennen wir uns nicht mehr Abendland, sondern wir nennen uns Sonnenland. Sonnenland, genau. Nee, von Sinnenland. Von Sinnenland, nicht Sonnenland. Von Sinnenland. Oder so, ganz egal. Nur wir müssen eins diesmal besser machen, wenn die ja mitkriegen, dass wir diese Länder wieder wunderschön aufbauen. Wir müssen eine ganz hohe Grenze ziehen. Ja. Ja, ich weiß, jetzt lachen wir darüber, aber das ist ein Traurig. Eigentlich ein sehr, sehr großes Armutszeugnis für dieses Land auch. Und ein sehr trauriges Thema. Ja, ich weiß. Das ist sehr, sehr, sehr heftig. Dass die Deutschen, dass die Deutschen, ich versuche immer aus der Perspektive eines Deutschen zu sehen, der hier seine Heimat hat, das hier aufgewachsen ist, seine Kultur, dies, das und jenes. Da kommen auf einmal aus ganz fernen Ländern Menschen aus archäerischen Gebieten und haben rohe Gewalt kennengelernt. Und diese rohe Gewalt sitzen denn hier auch noch in Deutschland ein, in den Innenstädten. So, verstehst du, was ich meine? Das ist so krank. Amir? Deswegen, die Kulturen von dort passen niemals in die Bundes. Ach, wie viel sollen wir denn noch da? Das ist nicht genau. Absolut, Amir. Ich habe mit 21 erfahren, dass ich adoptiert bin. Also ich weiß noch nicht mal, was für eine Nationalität ich habe. Ich sehe deutsch aus und so, aber ich bin hier in Deutschland geboren. Ich indifiziere mich mit Deutschland. Meine Tochter ist hier geboren. Ich habe hier meine Familie aufgebaut. Und jetzt bekomme ich das mit. Aber die Frage, die ich mir stelle, wie soll das deutsche Volk, wie sollen die Patrioten das hinkriegen, dass sich das ändert? Mit Gesprächen und alles sehe ich, schwarz soll es wirklich darauf hinauslaufen, dass es hier zu einem Bürgerkrieg kommt. Wir haben gestern schon mal kurz darüber gesprochen. Ich weiß keine Lösung. Nein, nein, die Lösung ist Jesus Christus. Dieses Land kannst du nicht mehr retten. Das Kind ist ja schon in den Boden gefallen. Wie willst du denn Millionen Leute dann rückführen? Das ist also Quatsch. Und die AfD versucht aber, die wissen um das Problem, versuchen so gut es geht dann zu sagen, ja, wir müssen dann nicht jetzt alle Ausländer ausführen, sondern diejenigen, die zum Beispiel überhaupt gar nichts zu dieser Gesellschaft beitragen. Und zwar so diese islamischen Prediger und islamischen Dauerteams und sowas und alles mögliche. Die müssen dann das Land verlassen. Naja, ich bezweifle halt, dass das reichen wird. Ich denke, dass die AfD erkannt hat, dass das halt ein tolles Wahlprogramm ist, mit Ausländer raus und nur die Kriminellen. Aber ich sehe das ganz genauso wie du, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Genauso sozusagen. Das ist leider so. Wir können diese Demografie nicht aufhalten. Allein auch, wenn du in Deutschland abbringst, das Ganze durchzusetzen. Ja, was ist denn mit Europa? Europa ist ja schon verloren. Hier leben über 50 Millionen Muslime. Ganz genau. Ja gut, wenn du überlegst, wir haben ungefähr 500 Millionen Einwohner in Europa. Das ist jetzt prozentual gesehen nicht zu viel. Aber wenn die mitkriegen, dass hier massenhaft Ausweisungen und so passieren, dann werden die sich ja dagegen auch wehren. Und spätestens haben wir dann den Bürgerkrieg. Ja, genau. Ja, es ist alles traurig an mir. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich will noch mal ein bisschen schlafen. Ich muss dann auch los. Ich wünsche dir auf jeden Fall was. Euch auch hier alle im Chat. Und ja, nicht den Mut verlieren. Lebt jeden Tag, als ob es der letzte wäre. Nicht in der Zukunft leben, in dem Moment, wo ihr lebt, leben. Ja, ich hoffe nicht, dass du das meinst, in Sachen Gas geben zur Sünde oder was. Nein, nein, nein. So nicht. Der Herr Jesus Christus sage ich. Ja, ja, der Herr Jesus Christus sagt, ihr sollt zwar so leben, aber ihr sollt bedacht sein, dass ihr meine Wiederkunft erwartet. Das ist das. Nein, nein. Ich meinte, dass man nicht in der Zukunft leben soll, dass man im Hier und Jetzt leben soll und das Hier und Jetzt einfach genießen. Und nicht irgendwie, ach, morgen einfach das Hier und Jetzt genießen. Was morgen ist, keine Gedanken drüber machen. Wir leben im Hier und Jetzt. Ja. Ja, wir leben im Hier und Jetzt, aber mit unseren Taten werden wir ja eines Tages in Ewigkeit gehen. Ich hoffe natürlich, dass du deine Entscheidung, dass du Christus noch triffst. Nein, das stimmt. Aber ich kann ja nur für das Hier und Jetzt meine Entscheidung treffen. Und wenn ich im Hier und Jetzt gute Entscheidungen treffe, dann werden das ja morgen auch gute Entscheidungen sein, wenn ich im Hier und Jetzt gute Entscheidungen treffe. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß das, aber du hast in deinem Leben ja sehr viele Sünden angeholfen. Da gibt es jemanden, der deine Sünden... Ja, das stimmt. Das ist eine Person und die Person hat einen Namen, die die Wahrheit in Person ist. Das ist Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, der gekommen ist und gesagt hat, kommet her alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe geben, Ruhe schenken, euch eure Sünden vergeben. Kommt zum Glauben an den Händen, Jesus Christus mal und lass dich retten von ihm. Ja, da sagst du was. Ich habe früher mal wirklich geglaubt, habe da mein Glauben wieder verloren durch meine Lebenssituation und fange jetzt an, seit zwei, knapp drei Monaten wieder den Weg zu Jesus Christus zu finden und ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Halleluja. Ich bete für dich, Maiky. Danke. Danke, Amir. Du bist ein kluger Mann. Ich danke dir, Amir. Jesus wird die Beste deines Lebens sein, glaube es mir. Ja, ja. Seitdem ich den Weg zum Glauben finde, fühle ich mich auch irgendwie ausgeglichener als vorher. Ich fühle mich irgendwie, ich habe mehr Frieden in mir. Super, ist doch schön. Der Herr Jesus gibt dir seinen Frieden, einen Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Nur Jesus kann dir das geben. Nur der Herr Jesus. Der ewige Jesus, der für meine Schuld bezahlt hat, für unsere Schuld bezahlt hat, gibt es was Kostbaren wie ihn. Er ist der kustbare Eckstein, den Gott für uns gegeben hat. Den sollten wir küssen, den wahren Eckstein, nicht den Stein, den Saudi-Arabien, den Meteorit. Absolut. Wir müssen das nur begreifen, dass Jesus das Allerwichtigste ist und keine Götzen anbieten, so wie Ronaldo oder sonst irgendwas. Das zählt alles nicht. Wir müssen nur an Jesus Christus denken. Alles andere ist egal. Amen, Amen. Okay, Mike. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, euch auch in dem Chat. Alles klar, ciao. Ich wünsche dir für dich, Mike. Mach's gut. Ja, ciao. Danke, ich wünsche dich auch. Tschüss. Ciao. Ja, betet für Mike, ne? Betet für Mike, ne? Und Gottes Segen, die Amir. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segnet schon deine Familie. Bruder, ich habe eine Anfrage geschickt, weil ich dir einfach mal danken will für deine Arbeit, das du tust, dass du jeden Tag Gott segnest, also Gottes Segen an alle verteilst, im Namen Jesu Christi natürlich. Und ich weiß es wirklich zu schätzen. Ja, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, der jeden Einzelnen von uns benutzt, um sein Reich mit wundervollen Seelen zu füllen. Amen. Wunderschön, einfach wunderschön. Weißt du, vorhin bei dem Mike, da sehe ich auch wieder, weißt du, viele Leute, die gehen auf deinen Livestream und weil Gott deine Gebete erhört und du ihn wahrscheinlich gebeten hast, ein Werkzeug, deine Taten zu sein, ja, siehst du so Leute wie Mike, der zum Beispiel, ja, hat seit zwei, drei Monaten wieder mehr intensiv sich mit Gott beschäftigt und so auch seinen Weg wieder zu ihm findet. Ich finde das so schön. Ja, ich auch. Ja, diese Arbeit trägt Frucht, ne? Also sehr viele Menschen, die mir da zuhören, machen sich Gedanken auch um ihre Ewigkeit und das ist wundervoll. Ich konnte sehr viele, wir konnten zigtausend und Millionen von Menschen erreichen. Ja, Wahnsinn. Absolut, ich finde das so gut. Und du bist auch einer der Gründe, warum ich auf TikTok bin. Ja, viele, viele. Du bist nicht der Einzige. Viele, viele haben sich nur TikTok gemacht wegen mir. Das ist heftig. Und das mit Stürzenberger müssen wir jetzt so sehen, denn wir müssen das Unglück, also das Unglück im Glück zurückverwandeln. Denn unsere Namen sind ja gefallen und viele wissen ja, dass ich Werbung mache für den Herrn Jesus Christus. Und dass ich die Menschen wieder auffordere, zurückzukehren zu ihrer ersten Liebe und zwar Jesus Christus. Damit sie wieder die Beziehung zu ihm aufnehmen. Das ist das Wichtigste in ihrem Leben. Sollte das sein, die Nummer eins, die Priorität in ihrem Leben, Jesus Christus. Ja, und das ist halt auch das Interessante. Vorhin hattest du ja die Diskussion mit dem Mike bezüglich, wir leben im Hier und Jetzt. Und Jesus sagt ja, achtet nicht auf die Vergangenheit. Sorgt doch euch nicht um eure Zukunft. Aber ein einziger Aspekt, den man immer vor Augen haben muss, ist die Wiederkunft Christi. Und da sagt er, seid bereit, denn ich komme wie ein Dieb in der Nacht und niemand wird es erwarten. Ja genau, das meinte ich ja zu ihm. Meinst du, wir müssen so leben, dass wir Jesus Christus jeden Tag erwarten. Ja, das ist halt das Ding. Ja. So toll. Okay, danke dir vielmals für deine Worte. Gott segne dich schon an den Abend. Ich habe noch einen Input, wenn du kurz Zeit hast, Bruder. Ich war letztens auch mal in deinem Live und ich habe gesehen, da war so ein junger Herr aus Mannheim, Boxring, irgendwie sowas hat er geheißen. Ja, ja, ich erinnere mich noch. Und da hat er gesagt, wie kann das sein, dass Gott mich in die Hölle schickt. Und ich hatte deine Antwort bereit und ich hätte mir so sehr gewünscht, ihm die Antwort geben zu können. Es ist ja nicht so, dass Gott dich in die Hölle schickt, sondern es ist so, dass durch deinen freien Willen, den Gott dir schenkt, machst du dein eigenes Begräbnis sozusagen. Weil Gott sagt, du kannst die Ewigkeit mit mir verbringen oder du kannst so leben, wie du willst. Und dann musst du halt damit leben, dass du in Ewigkeit nicht bei mir bist. Genau so sieht es aus. Das ist genau dasselbe wie ein Vater, der mit einem Sohn da ist. Genau, der Vater sagt zum Sohn, geh nicht diesen Weg, der Weg ist schlecht für dich, komm mit mir auf diesen Weg. Wir werden einen schöneren Weg gehen. Und dann sagt der Sohn, nein, ich möchte bitte meinen Weg gehen, Papa. Und dann sagt der Papa, okay, alles klar, ich weiß es doch besser für dich, mein Sohn. Das ist genau das Beispiel mit der Herrplatte. Wenn etwas passiert, hat er die Konsequenzen seiner eigenen freien Willen dann zu spüren bekommen. Absolut. Das gibt so ein gutes Beispiel. Gott liebt Menschen und liebt ihnen den freien Willen. Absolut. Es gibt so ein gutes Beispiel mit dem heißen Herd. Ein Kind sieht den heißen Herden willen anfassen und der Vater sagt, fass es nicht an. Aber er hört nicht zu. Und irgendwann sagt man der Vater, okay, dann fass hin. Und dann fass er hin und verbrennt sich halt übelst. Nur haben wir halt hier noch die Möglichkeit, nie mehr das anzufassen. Und das gibt uns der Jesus Christus eigentlich auch, weil er uns ja sagt, hey, schau mal, du hast gesündigt, erkenne es und bring deine Sünde vor mich, denn er ist das Unschuldslamm, das für uns, ja, für unsere Sünden gestorben ist. Amen. Amen, Bruder. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Bruder. Und danke, dass du dich ausgenommen hast. Möge der Herr dich auch singen. Ciao, Bruder. Ciao, ciao. Ja, heute sind irgendwie die Gespräche total schön, ey. Was ist denn hier los? Sowas gefällt mir auch, heftig. Keiner, der hier rumtreut, alle irgendwie total gediegen, bedacht, total den Verstand an den Tag zu legen und so. Hammer, wundervoll. Oh, danke dir, Toni. Danke schön. Lass uns das mal hören, genau, Toni, Toni hat mir das geschickt, das mit Bosbach. Hört euch das mal bitte an, was der Bosbach sagt. Ja, aber wir sprechen mit dem CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Wir grüßen Sie ihn. Guten Abend. Guten Abend, schöne Grüße aus Friseute nach Berlin. Innenministerin Nancy Faeser sagte, wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, von der wir gewarnt haben. Tut die Regierung aber genug um... Ja, aber die ganzen islamistischen Angriffe, die haben sich ja gehäuft in den letzten Jahren seit 2015. Du siehst auf einmal, dass diese ganze Flüchtlingswelle nur Probleme mit sich gebracht hat. Das ist krank. Genug, um die Bevölkerung vor diesen islamistischen Taten zu schützen. Nein, ich kann das nicht feststellen. Und jetzt ist die Bestürzung groß. Das Land hält den Atem an. Und meine politische Lebenserfahrung sagt mir leider, in wenigen Tagen wird das Thema versandet sein. Es wird sich konkret nichts ändern. Ich kann mich noch gut... Ja, das ist heftig, ne? Wir hören etwas, wir sehen etwas, wir sind bestürzt und dann auf einmal, zwei, drei Tage später, ist alles wieder total vergessen. Das ist Wahnsinn. Der Mensch ist heftig, ne? Der Mensch ist sowas von heftig. Sobald er... Dem wird auch alles sofort abgewöhnt. Er gewöhnt sich sofort an allem ab. Sobald dann nichts mehr darüber berichtet wird, vergisst er das. Das war es dann so. Einfach Vergangenheit vergessen. Nein, sowas darf nicht vergessen werden. Darüber muss immer wieder gesprochen werden. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass in den letzten Jahren, lange bevor Frau Felser im Antwerp, viele gesagt haben, das kann nicht gut gehen, wenn wir hunderttausende junge Männer aus einem anderen Kulturkreis, bei einer anderen religiösen Prägung, die sind bindungslos in unserem Land. Und es geht doch nicht um die Muslimen, die allermeisten Muslimen, die allermeisten Muslimen in unserem Land sind friedlich und rechtsfreund, sondern es geht um den politischen Islam und den Islam... Wir müssen den politischen Islam in Deutschland, den Stecker ziehen, und zwar so, dass er nicht wieder aufflammen kann. Sonst werden sich die politischen Verhältnisse in unserem Land, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse dramatisch verändern. Frau Göring-Eckardt freut sich darauf. Ich nicht. Also Sie sagen, den Stecker ziehen, aber Herr Bosbach, wie soll denn das aussehen, jetzt konkret zum Beispiel nach so einer Situation? Das kann ich Ihnen sagen. Wir hatten noch nicht vor allzu langer Zeit Debatten über die sogenannten Kalifat-Demonstrationen. Ich glaube nicht, dass es bei dem Ruf, das war eine Warnung an unseren Staat, eine Warnung, die doch... Ja genau, die Muslime haben sich schon mal positioniert und haben dann lautstark schon mal gewarnt. Sie haben nicht direkt gesagt, wir fordern ein Kalifat für Deutschland und so, nein. Die haben einfach nur gesagt, wir fordern ein Kalifat für den Nahen Osten. Aber die Gesinnung in den Köpfen ist da. Sie fordern das Kalifat weltweit. Aber Sie wissen ganz genau, wenn Sie sowas in der Öffentlichkeit sagen, dann werden die Medien sich darauf stürzen und dann werden sie Probleme bekommen, die Muslime hier. Deswegen haben sie genau gewusst, wie sie rechtlich vorgehen, was sie sagen, damit sie nicht belangt werden. Wir fordern ein Kalifat für den Nahen Osten. Nein, ihr fordert nicht nur ein Kalifat für den Nahen Osten. Ihr fordert ein Kalifat auch für Deutschland und Europa und weltweit. Das ist das. Das ist das. Öffentlich ausgesprochen worden ist von denjenigen, für die Koran und Hadith die Worte des Propheten wichtiger sind als die Gesetze unseres Staates. Für die Muslime ist das Gesetz oder beziehungsweise die Worte von Mohammed und die Gesetze von Allah mehr wert als alles andere. Und jetzt sagt ihr mir aus dem aufrichtigen Herzen, passen solche Leute hin, die nach Koran und Sunda leben wollen, passen die hin? Passen diese Menschen, die nach Koran und Sunda leben wollen, hier hin? Sie lehnen Demokratie und Grundgesetz und alles ab. Sie wollen lieber Scharia und nach den Gesetzen Allahs leben. Diese Menschen haben welche rechtlichen Konsequenzen gezogen wurden. Nehmen Sie mal das Beispiel Blaue Moschee in Hamburg. Da hatten wir schon Exekutivmaßnahmen im Herbst vergangenen Jahres. Das Vereinsverbot. Wir haben das Religionsprivileg nach dem 9-11 aus dem Gesetz gestrichen. Wir haben jetzt die rechtliche Möglichkeit, auch solche Vereine zu verbieten, deren Zweck Religionsausübung ist, wenn sie gegen die feindlich-demokratische Grundordnung agieren. Und wir haben sehr, sehr hohe Wirken für die Ausweisung und Abschiebung, auch von ausländischen Staaten. Das ist auch heftig. Deutschland macht sich das selber schwierig mit den Abschiebungen. So ultra-ultra-krimineller Menschen, ultra-krimineller. Ich meine, dass jeder eine zweite Chance verdient hat, ist klar. Jeder von uns macht irgendwo mal, misst der eine mehr, der andere weniger. Deswegen sollte jeder mal wenigstens eine Chance verdient haben. Aber dahin zu gehen und dann auf einmal ohne in eine Straftat zu begehen und, wie sagt man, diese Gesellschaft abzulehnen mit den Werten und allem Möglichen. Ja, was willst du denn da erwarten? Ist doch krank. ...wischen Strafraten, auch von denen die Kapitalverbrechen begangen haben, jedenfalls dann, wenn sie aus Kriegs- und Krisengebieten kommen, die Hürden sind viel zu hoch. Glauben Sie doch bitte nicht, dass die, um die es hier geht, dass die Angst vor unserem Strafrecht haben, vor der Justiz haben. Wir haben allenfalls Angst vor dem ausländerrechtlichen Konsequenzen. Ist das, dieser Vorfall, möglicherweise eine ganz neue Dimension? Ein Polizist schwebt ja noch in Lebensgefahr, aber ist das vielleicht eine ganz neue Dimension? Weil wir eben alles genau minutiös per Video aufgenommen bekommen haben. Wir können das Video genau ansehen, diese Tat genau mitverfolgen. Wir sehen genau, dass der Täter gezielt eben auf diesen Michael Stürzenbach einsticht. Also ist das möglicherweise auch eine Zäsur hier in Deutschland? Diese Moderatorin oder was das da ist, diese Mitarbeiterin von Welt, die ist noch nicht mal in der Lage, sich einen Namen zu merken. Michael Stürzenbach, da sagt die Stürzenbach. Ist das krank, ist das krank. Und wie die auch nur so flüchtig immer ihn erwähnen, so in den Medien, so ganz mal hier mal erwähnt. Und dann sagt der Michael Wendt oder wie der heißt, dieser Polizeisprecher, oder was sagt der? Zwei Extremisten treffen aufeinander. Der vergleicht also Michael Stürzenberger mit dem Afghanen, der in Menschen reingehämmert hat. Das ist so. Das kannst du dir nicht geben, was dieser Polizeisprecher da sagt. Ja, die ganze, ganz Deutschland war total empört über die Aussagen von ihm. Deutschland? Was das Tatgeschehen angeht, leider nein. Was die Bilder angeht, ja. Sie sind ja von beeindruckend guter Qualität, also gut in Anführungszeichen, sodass der Tathergang sehr genau beobachtet werden kann. Und das erinnert mich leider an das berühmte Sylt-Video mit diesem unsäglichen Gesang. Und da geht's los. Das hat das ganze Land in vierer Aufregung versetzt. Das ganze Land hat sich über fünf, sechs, zehn grüllende, besoffene Deutsche aufgeregt und haben alle darüber gesprochen. Alle gefühlt ganz Deutschland und zwar tagelang. Alle Influencer, alle haben sich eingeschaltet. Und das jetzt in Mannheim, guck dir das mal an, diese widerwärtige Doppelmoral dieser Leute. Das ist so krank. Bis heute. Das ist so schlimmer Zustand, ne. Das macht einen wütend, traurig. Und, hör mal, man ist ultra entsetzt, ne. Ultra entsetzt über dieses Verhalten. Man hätte mindestens genauso das erwähnen sollen und sagen, mit sowas identifizieren wir uns nicht. Das ist das allerletzte, schaut euch das mal an und man muss was gegen den politischen Islam haben. Man muss ja nicht mal sagen, gegen den Islam. Man kann ja sagen, gegen den politischen Islam. So, dass du nicht von dieser Mainstream-Breitenmasse dann kritisiert wirst. Das ist ja so krank. Du erleidest also den sozialen Tod, diese Influencer erleiden, würden dann den sozialen Tod erleiden, wenn sie sagen würden, das hat mit dem Islam zu tun. Und man muss in die islamischen Schriften reingucken, um zu schauen, woher dieser Afghane seine Legitimation hernimmt, ne. Die meisten machen es aber nicht, weil sie politisch korrekt bleiben wollen. Geht es um rechts, um so rechte Gesinnung, dann ist man empört. Geht es aber genauso um diese rechte islamische Gesinnung, dann ist es kein Problem. Dann kehrt man das unter dem Teppich, ne. Unter dem Teppich, obwohl sie eines Tages selber dran sind und darüber reden sollten. Versteht ihr? Nur weil sie jetzt das Ganze nicht thematisieren oder darüber sprechen, heißt das nicht, dass der Islam Halt macht vor diesen Influencern. Ja, wie diese eine Lola da hieß, hier mit diesem Fitness-Blödsinn-Haufen da. Und das ist das schrecklichste Video, was ich jemals gesehen habe. Und dann siehst du überall in den ganzen Medien Menschen sterben. Der wurde schon wieder erschossen. Da ist MES, SR in einen reingehämmert worden. Das macht sie natürlich nicht traurig. Das macht sie nicht traurig, dass Menschen verhungern. Hungern, Hungersleid auf der Erde ist. Dass die mexikanischen Drogenkartelle alle Zivilisten dort ausschalten wollen, die Polizei anging und so. Das macht sie nicht traurig. Das macht sie traurig, wenn zehn besoffene Deutsche irgendeinen Drecks-Meme-Song nachsingen. Das macht sie traurig. Und da müssen alle Namen veröffentlicht werden. Arbeitsplatz, Wohnort, Straße, Hausnummer, Verwandte, Freunde. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Und den Täter von Mannheim haben sie verpixelt. Den Täter von Mannheim haben sie verpixelt, Leute. Man muss seine Privatsphäre, oder wie nennt man das hier, seine, ihr wisst, was ich meine. Man muss die bewahren. Seine Identität und seine Persönlichkeitsrechte, genau da ist das, Persönlichkeitsrechte. Sehr gut, danke. Ich wurde wieder mal gebärbockt. Gebärbockt. Man muss doch seine Persönlichkeitsrechte bewahren. Ja, was ist denn mit den Menschen, die diesen blöden Song gesungen haben? Hätte man da auch nicht ihre Persönlichkeitsrechte bewahren sollen? Ihr Leben ist ruiniert worden. Weil die einen blöden Song unter dem besoffenen Kopf gesungen haben. Meinst du, die hätten das irgendwie... Aber mich wundert das auch, dass man bei so einer Vergangenheit dann so ein Video auch ins Netz stellt. Als wäre das total so gewollt. Versteht ihr? Als hat diese ganze Sache so eine Inszenierung. Kein normaler Mensch würde einfach so einen Song irgendwie hochladen. Das ist doch Quatsch. Man weiß doch, dass das viral geht und die Leute sich dann darüber aufregen und so. Das hat also... Irgendjemand hat einen Plan darauf, ne? Ja, genau. Ablenkung. Irgendjemand stimmt hier nicht. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Kein vernünftig, normaler, normal, rational denkender Mensch würde sich doch so aufregen und ihre Leben dadurch fändigt. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Blödsinn. Aber dass alle auf einmal diese ganzen Satans-Influencer sich darauf stürzen. Habt ihr gesehen? Diese Ultra-Satanisten mit Millionen von Abonnenten und sowas. Die ständig diese blöde Ein-Auge-Gesten und sowas waren. Die sind natürlich sofort parat. Weil das System dann in den Sack reagiert da drauf. Und damit alle aufmerksam werden. Ja, genau. Und im Hintergrund läuft die eigentliche Katastrophe noch ab. Warte mal. Mich würde es nicht wundern, dass auf einmal jetzt schon wieder irgendeine Moschee demnächst unter solchen Angriff erleiden muss. Irgendeine Moschee, die auf einmal Akt von so einem Wahnsinn wird gespielt. Damit weiter die Wut und Hass in dieser Gesellschaft weiterhin kocht. Merkt ihr, was hier abgeht? Mich würde es nicht wundern, wenn auf einmal wieder so ein Hanau passiert. Habt ihr gesehen, was für Ungereimtheiten sich in Hanau gebildet haben? Dass die eine Fraktion, die da teilgenommen hat, gesagt hat, das war gar nicht dieser Typ, den wir dort gesehen haben. Das war irgendjemand anderes. Aber das, was die Medien uns da präsentieren, das war der Typ ja gar nicht. Heftig. Und das wurde wieder unter den Teppich gekehrt. Absolut krass. Ja, da sehen wir mal, was hier abgeht in dieser Gesellschaft. Selbst im türkischen Fernsehen ist das ja damals gelandet. Wisst ihr noch, wo ein Augenzeuge für das türkische Fernsehen gesagt hat, ich war ein Augenzeuge. Ich habe gesehen, das war gar nicht dieser Mann. Die haben den Falschen da irgendwie in die Medien gerückt. Heftig. Mich würde das nicht wundern, wenn es jetzt zu einem nächsten Hanau kommt oder irgendeine Moschee da jetzt dran sein wird und sowas. Heftig. Und so geht es weiter. Immer dieser Ping-Pong-Ball, der hin und her gespielt wird. Heftig. Dass der Islam im Kern brutal ist, das brauche ich ja niemandem von uns sagen. Die islamischen Schriften sind da, der Koran ist da, die Ausleger des Islams sind da. Man kann sich ja bedienen. Man kann ja, die ganzen Internetseiten der Muslime sind ja offen. Sie geben es ja offen zu, was sie hier vorhaben in Deutschland und Europa. Ja. Ja. Hören wir weiter. Tage lang kein anderes Thema. Niemand ist doch zu Schaden gekommen. Schlimm genug, aber keiner wurde auch nur verletzt. Hier haben wir es mit einem brutalen Tatgeschehen zu tun. Wir haben insgesamt sechs Verletzten, nicht mal Stürzenberger, auch fünf aus seiner Partei oder der Partei nahe stehen. Plus ein Polizeibeamter, der lebensgefährlich verletzt wurde. Ich kann von dem Öffentlichen aufschreiben, den ich in den letzten Tagen vernommen habe in der Kausa Asyl, kann ich im Moment nichts und noch nichts merken. Ich war vor wenigen Tagen in einer Fernsehsendung mit Saira Atisch, die schon seit langer, langer Zeit massiven Polizeischutz bekommt, Personenschutz, weil sie eben mit Morddrohungen konfrontiert wird. Mehr als einmal seit langer Zeit. Wer regt sich darüber auf? Wer sagt, so geht das nicht weiter? Wir entfernen uns als Politik meilenweit von dem, was 80, 90 Prozent der Bevölkerung für richtig, für notwendig halten. Wir reden keinen Klartext mehr, wir eiern herum, wir relativieren, wir tabuisieren, warum, weil wir Angst haben, wenn wir die Dinge bei Namen nennen, sind wir rechts. Das ist das. Das lassen Sie mich klar. Genau, das ist das Problem, den Deutschen in die Ecke zu dringen und sagen, ihr seid alle rechts, wenn ihr irgendwas gegen Islam sagt. Was für eine Waffe, ne? Oder wenn ihr das beanstandet, was hier gerade, was für Zustände das ist. Heftig, ne? Heftig, das heißt, wenn du die Zustände ansprichst, dann bist du rechts. Das ist so krank. Geht mal eure Schule machen, echt. Die sind da live im Klassenraum, anstatt dem Lehrer zuhören oder was, und ihre Zukunft da einigermaßen... Ich glaube nicht. Ich habe ja Menschen nicht gefahren. Dankeschön, Herr Bosbach. Danke Ihnen. Ja, genau. Viele Menschen in diesem Land wollen sich das nicht mehr bieten. Ich glaube, nach dieser Tat hat AfD nochmal die ultraheftigste Zulauf bekommen. Ich glaube, die sind schon wieder so gestiegen, die AfD, ne? Alles läuft nach Plan, das ist so krass. Das ist heftig. Das ist einfach mal heftig. Ich wollte nur ein, zwei Sachen sagen. Ich hatte gestern Abend durch eine YouTube-Empfehlung, bin ich an diesem Livestream gelandet, wo ja auch die ganzen Betroffenen ja mit im Livestream waren. Und die haben da natürlich, also das gesamte Video von Anfang bis zum Ende, was ja einer von dem Stand da quasi automatisch gefilmt hat, wäre das Ganze nicht passiert, hätte einfach nur die Kundgebung gefilmt. Deswegen, als die Moderatorin meinte, ob das so geplant ist, dass das so minutiös gefilmt wurde. Nein, natürlich nicht. Weißt du, was ich meine? Derjenige, der das gefilmt hat, gehört ja mit zum Team. Und dann hat er halt natürlich das Handy halt weiterlaufen lassen. Aber auf jeden Fall, was heftig ist in dem Video, wenn man das gesamte Video betrachtet, wie fast 20 Polizisten da stehen, noch zwei, die überhaupt nichts damit zu tun haben, eingreifen, auch was abbekommen in den Beinen und und und. Und durch diese Hektik wurde ja erstmal ein Falscher vom Täter runtergezogen. Ja, das war ja dieser Polizist, dieser Rufen, der jetzt sein Leben ja vergeben, also verstorben ist. Er hat gedacht, dass der der Täter wäre. Ja. Hat einen Fallen Fehler gemacht. Und wenn man das gesamte Video sieht, der schwenkt ja auch einmal nach rechts, da siehst du acht Polizisten stehen. Also ich möchte jetzt hier keine direkte Kritik, weil mal selber in dieser Situation zu sein, keiner weiß, wie man selber reagiert hätte. Aber gut, die sind in dem Sinne auch geschult. Bloß, was so heftig daran ist, dass, also, wie kann ich das erklären, da stand ja auch die Polizeifahrzeuge, die sind ja nicht aus heiterem Himmel gekommen, die standen da ja auch. Und als Schürzenberger da lag, es hat sich keiner um ihn gekümmert, man sieht das in dem Video. Als der Schuss fiel und der Junge ist ja sofort zu Boden gegangen, sind die sofort hin und haben hier lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, also die Polizisten. Aber alle anderen lagen da einfach rum, verstreut, wurden fixiert, auch die, die was abbekommen hatten, wurden fixiert, weil kann ja sein, dass alle unter einer Decke stehen. Und dieser Ruven ist aufgestanden, hat seinen Nacken gehalten und die wollten ständig, dass er sich hinsetzt. Du musst dir vorstellen, 15 Zentimeter hinten ins weiche Gewebe, zweimal, also der Teil ist ja auch ins Gehirn gegangen. Und das, ja, medial, wie das so aufgearbeitet wird, ist eine Katastrophe. Wer trägt jetzt die Verantwortung für diesen Wahnsinn, das ist so krank. Wer trägt die Verantwortung für diese Tat? Und eine Sache noch, ich hatte so eine ganz alte Debatte mir nochmal angeschaut mit, ich weiß nicht, ob Mariam Hübsch dir was sagt. Ja, natürlich kenne ich die Mariam Hübsch. Egal. Die ist genau dieses Relativieren der Muslime. Das hat mit Islam nichts zu tun, das sind irgendwelche Wahnsinnigen. Aber einmal die islamischen Schriften aufzumachen, um zu sehen, ob das, was sie machen, islamisch ist oder unislamisch ist. Also, wovon reden wir denn hier bitte? Obwohl ihr Vater ja kein Unbekannter ist. Also, sie kommt jetzt aus einem Elternhaus, wo sie eigentlich jeden einzelnen Buchstaben kennen müsste. Ja, siehst du? Ja, und was heftig war, da wurde sie gefragt, ja, als die Karikatur von Mohammed anstelle eines Turbans war eine Bombe. Da sind, da meinte es Abdel Samad, das war ein Flächenbrand weltweit. Da sind 150 Menschen ums Leben gekommen durch diese Aufruhr und Demonstrationen und wie kann das sein und, und, und. Und dann sagt sie, und weil es ist ja schlimmer, den Propheten zu beleidigen als Gott selber bei denen. Und dann sagt sie noch, ja, davon distanzieren wir uns, unter Namen Mohammed sowas zu tun. Wir sind auch, also, dass sie dagegen demonstriert haben, dass angeblich solche, also Aussetzer bei dem Muslim, diese ganzen Taten, die halt geschehen sind, weil da einer was gezeichnet hat. Und weißt du, wie genial seine Antwort war? Er meinte, und wieso distanzieren sich die Muslime nicht, wenn bei der ISIS auf der Flagge Mohammed steht und echte Bomben auf echte Kinder, auf echte Frauen, auf echte Väter fallen? Ja, genau, richtig. Ich muss mal ein paar Sachen jetzt erledigen. Na gut, na gut. Alles klar, bis dann. Ja, das ist heftig. So, ich bin wieder da. Dankeschön, Daniel. Dankeschön, ihr Lieben. Ich muss immer wieder, immer wieder, wenn ich hier rausgehe, muss ich immer wieder so denken, so Wahnsinn, das hätte sich jeden von uns treffen können. Egal, wo wir auf einmal lang gehen, es könnte unser letzter, letzter Tag sein, dann. Und wir sind dann, ja, wir sind dann nicht mehr hier auf der Erde. Aber deswegen tröstet uns der Apostel Paulus mit den Worten, ne? Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn. Christen gehen nach Hause, sie sterben nicht. Amen. Und weil durch den, der uns gelebt hat und sich selbst für uns dahin gegeben hat. Ja, das macht also einen sehr nachdenklich, traurig auch. Und nimmt einen mit. Obwohl man den, äh, diesen Polizisten nicht kennt, man versetzt sich dann in die Lage rein, der, der Familie und der Angehörigen, des, des verstorbenen Polizisten. Oh, wisst ihr, was das Heftige ist, jetzt geben die sogar noch Michael Stülzenberger die Schuld. Jetzt gehen die noch Michael Stülzenberger die Schuld, dass, äh, er trägt eine Mitschuld, dass der Polizist tot ist. Schau dir das mal an. Wie verrückt diese Leute in dieser Gesellschaft sind. Wie kaputt und fertig sind. Als kann der was dafür, wenn er mit den Muslimen ins Gespräch treten will und da über den, über die Bestandteile des Islams aufklärt. Guck dir das mal an. Geht er mit einem M-E-S-S-E-R durch die Straßen und, ähm, haut das in die Leute rein, die nicht mit seiner politischen Gesinnung einverstanden sind? Was ist das denn bitte? Was für ein Billo, äh, was für ein Müllhaufen diese Leute da von sich geben. Ja, er trägt eine Teilschuld, er trägt eine Mitschuld. Wahnsinn. Was für eine Mitschuld, Mann. Das heißt nur, weil er die Meinungsfreiheit nutzt in diesem Land, der, äh, der, äh, ihm das ja gewährt und über die, äh, brutalen Bestandteile des Islams aufklärt und dann auch noch Recht bekommt aufgrund dieser Tat des Moslems. Das ist ja nur das, das Verrückte und Kuriose da dran. Er sagt die ganze Zeit, ey Leute, der Islam ist gefährlich und die Anhänger, und dann, wodurch wird er bestätigt, genau von einem Muslim, der sagt, ja, du hast Recht, unsere Religion ist so. Und dann, bumm. Ach so heftig, so krass. Also man klärt über die brutalen Bestandteile auf, ruft die Bevölkerung dazu auf, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Was passiert? Muslime reagieren genauso wie Michael Stürzenberger, das die ganze Zeit sagt, dass die so sind. Egal, wie du sie mit Samtan schon anfasst oder, äh, hier und da. Äh, normal redest oder was auch immer. Das ist denen egal. Sobald du Allah, Mohammed und Islam in den Mund nimmst, da regen die sich schon drüber auf. Da kannst du, da kannst du noch so toll, äh, reden und, äh, ganz, mit einer ganz gediegenen Stimme reden und, äh, doch sagen, Och, bitte, ihr lieben Muslime, ihr wisst doch, dass in eurer Religion sowas sich befindet. Stell dir das mal vor. Selbst dann sagt er, komm her, na, kein Therapie. Was redest du da? Selbst wenn du mit Engelszunge kommst. Och, mein lieber Muslim. Äh, ich bitte dich doch einmal, dich doch mal kritisch damit auseinanderzusetzen. Du siehst doch, was Mohammed in seinem Leben getan hat, mein lieber Muslim. Sagst du, was? Komm her, na, kein Therapie. Mohammed hat alles richtig gemacht. Heftig, ne? Das ist ja das Kranke. Das ist ja das Kranke. Ich verstehe auch gar nicht diese Antifa-Leute. Kann mir aber bitte einer erklären, warum die, äh, diese Antifa-Leute auf einmal so Proteste dagegen machen, dass man sich so darum kümmern will, gegen diese Bestandteile des Islams und alles mögliche. Die sind doch die Ersten, die auch genauso dran sind wie alle anderen. Ich verstehe das nicht. Was ist denn da los bei den Leuten, Mann? Als wären die wirklich, wie ferngesteuert, Mann. Wie ferngesteuert. Als hätte irgendjemand den Leuten einen Chip ins Gehirn reingepflanzt und jemand ist mit der Fernbildung vom Weiten und sagt, ja, genau so habt ihr zu reagieren. Äh, bloß nicht hinterfragen. Äh, bloß nicht den Leuten zuhören, die euch, äh, die euch die Wahrheit sagen wollen. Es ist, es ist krank. Es ist krank. Da gab es so viele Bilder, wie, wie diese, wie diese schwarz vermutten Antifa-Leute mit so Hammer durch die Gegend laufen, um, um in die Leute reinzuschlagen, die eine andere Gesinnung, also eine andere politische Auffassung haben wie die. Das ist so krank. Und da kümmert sich nicht Deutschland darum, ne? Da kümmert sich Deutschland nicht darum. Und dann sagen die, nein, das ist schon in Ordnung, das ist in Ordnung. Legen ganz, äh, äh, Berlin, Hamburg, äh, fast in Schutt und Asche, demolieren Autos und sowas und die werden nicht in, in die Kategorie, äh, von, von so Terroristen gesteckt oder wie oder was. Das sind dann Freiheitskämpfe oder wie nennt man sowas. Also ich kann losziehen in Deutschland und, äh, einfach so, äh, Nazi raus, Nazi raus, Nazi raus und dann dabei auch die Autos und alles demolieren oder wie funktioniert sowas. Und dann bin ich ein Held hier in Deutschland oder was. Kann man bitte einer diese, diese Logik erklären? Also man ist ein Held und man wird gefeiert, wenn man Nazi raus, Nazi raus schreit und dann auch gewalttätig gegenüber dann anderen ist oder wie. Und dann ist man ein Held. Was ist denn bloß los mit den Leuten? Ich verstehe das nicht. Damals, als ich noch nicht im Glauben war und das erste Mal bei, äh, doch, ich glaube, ich war schon da im Glauben. Ja genau, da war ich schon im Glauben. 2014 war das. Da war ich in Köln bei Michael Stürzenberger auf seine Kundgebung. Und dann habe ich versucht als ehemaliger Muslim dann mit diese ganze Antifa-Leute und die Leute, die sich dann immer platzieren, mit ihnen zu reden darüber, dass das, was sie machen, nicht in Ordnung ist, dagegen zu protestieren. Sie müssen eigentlich dort stehen, wo Michael Stürzenberger steht und mit ihm die Aufklärung machen. Und dann habe ich mit den Leuten so geredet, habe ich denen so das gezeigt, was der Mohammed so in seinem Leben getan hat und dass er dazu aufruft, ihr euch alle so nackig zu therapieren aufgrund eures Unglaubens. Und dann haben die das gesehen, da ist ihr Gesicht blass geworden. Und dann habe ich gesagt, siehst du, ihr seid auch alle dran eines Tages. Auf einmal, wie ein Schnipsen, als hätte jemand geschnipst, sind die Leute wieder zurückgegangen und haben direkt wieder weiter mit ihrer Parole gemacht. Äh, Nazi, raus, so, das war so krank. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ich habe euch das doch gerade eben erklärt. Ihr habt das doch gesehen, ihr habt das doch verstanden. Und dann, wie, als wäre ein Geist in den wieder reingegangen und sofort wieder, das war krank, Leute. Ich dachte, ich gucke nicht mehr richtig, wirklich. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe euch das doch gerade eben gezeigt. Die waren so total blass, sehen die das aus den islamischen Schriften? Und dann gehen die wieder so zurück mit ihren Schildern. Und dann schreien die Nazis raus. Das ist doch krank. Wahnsinn, ey. Ich dachte, wie das geht, ich habe mir nur an den Kopf gefallen. Ich habe euch das doch gerade eben erklärt. Und dann haben die mich so übertönt. Dann haben die mich übertönt, sie, Nazis, raus, Hetze, Mediale, irgendwie so ein Blödsinn. Diese ganze komische Zeugs, das die da rumbrettern, da in ihre Parolen, da. Ich höre nicht mehr richtig, was ist das denn bitte? Hat da jemand den Knopf bei denen gedrückt? Wieso Marionetten auf einmal wieder zurück auf ihre Position und los geht's weiter schreien? Hä? Hä? What the heck? Oh, Herr Jesus Christus, steh uns bei. Oh, mein Herr, mein Gott, ich bitte dich auch für diese Antifa, Leute, dass du ihre Augen öffnest, Herr Jesus Christus. Dass sie ein wenig ihren Blickwinkel ändern, Herr, dass sie ihr geistliches Auge zurückbekommen und die Dinge sehen, wie sie wirklich sehen und nicht einfach verbohrt und verbissen an ihrer sinnlosen Ideologie festhalten, Herr. Sondern, dass sie zu dir finden, Herr Jesus Christus und auch gerettet werden. Amen. 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 Und dann bitte Herr Jesus Christus, euch alle segnen und büten und beschützen. Das ist traurig, ne? Man redet mit den Leuten, sie haben's begriffen, ihre Kinnlade ist runtergegangen. Und dann auf einmal, äh, als hätten die alle einen Knopfdruck bekommen und sofort sind die wieder auf ihre Position gegangen. Ja, das war für mich unvorstellbar. Ich dachte, Herr, was ist das? Sind das Roboter oder was ist das? Unglaublich. Unglaublich. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, was soll man dazu sagen? Keine Ahnung. Ist das gesteuert? Ist das eine Agenda, die dahinter steckt? Ja, bestimmt, ne? Absolut. 60 Euro bekommt jeder Teilnehmer. Ah, okay. 60 Euro und dann noch Catering Service, ne? 60 Euro und Catering Service. Ja, da werden sogar bezahlte Hetzer damals. Habt ihr doch gesehen, wo viele Menschen einen sehr, sehr scharfsinnigen Blick hatten und alles beobachtet haben und immer aufgenommen haben mit den Kameras. Und auch die Polizei da irgendwelche, ähm, sogenannten, ähm, Leute da eingeschleust haben, um Druck zu machen und Welle zu machen, um das Ganze dann dementsprechend durch die Polizei dann aufzulösen. Aber dass von ihnen gestellt wurde, das ist auch krank. Habt ihr solche Fälle auch mitbekommen, ne? Wo die Bevölkerung sehr aufmerksam war und das gesehen hat, dass das, dass das so bezahlte Provokateure darunter waren. Wahnsinn, in was für einer Gesellschaft wir angekommen sind. Nur um die Corona-Proteste, ähm, äh, so zu demolieren und kaputt zu machen. Aber es ist auch traurig zu sehen, wie die, wie die Polizei da in die Leute reingehämmert haben, die genau verstanden haben, was der Corona, dieser sogenannte Coronavirus da ist. Und, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht, dass das Grundgesetz ausgehebelt wurde und das ist ja unmöglich, so was. Für was? Für ein, für ein Virus, dessen Sterblichkeitsrate, ähm, 0,001 Prozent ist oder wie oder was? Und da legt man ein ganzes, äh, ein ganzes Land lahm oder was? Ja, viele, viele Leute sind aufgewacht und haben sich gesagt, nee, 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 hier stimmt etwas nicht. Und immer mehr Leute sind aufgewacht und haben gesagt, aha, ich glaube, das wird dafür genutzt, um etwas ganz anderes durchzusetzen. Und dann kam auf einmal diese Impfung da und dann wurden die anderen stigmatisiert, die sich nicht impfen lassen wollten. Und heute wissen wir ja, dass, äh, dass das alles ja Quatsch war. Einfach übertrieben, die Menschen sich mit irgendwas geimpft haben, was die gar nicht wissen, was das da war, dass sie sich in ihren Körper reingehauen haben, für eine Bratwurst, für eine Bratwurst, Leute, seine Gesundheit und sein Leben aufs Spiel zu setzen, für eine Bratwurst und Döner. Absolut krank. Absolut krank. In sechs Monaten durchentwickelt, nach ein paar Monaten auf den Markt gebracht und nach wieder ein paar Monaten in die Leute initiiert. Und zwar millionenfach. Was haben diese Menschen gemacht, die sich nicht... Nein, Mann, ich muss mich übernehmen. So, da bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben, ihr Lieben? Mal gucken, wer mir zugehört hat. Warum sagst du sowas? Warum sagst du Punkt, Punkt, so? Und warum, was hast du denn davon? Was hast du denn davon, wenn du sowas sagst? Was hast du denn davon, wenn du sowas sagst? Ah, okay, danke schön. Mein Lieber, wenn du hier reinkommst und diese Sachen sagst, was hast du denn davon? Du schadest doch nur deiner Seele damit. Haben die Wüftiges drin. Ja, auf jeden Fall habt ihr dann ja gesehen, dass diese Leute ja sich haben Massen impfen lassen. Aufgrund des medialen Drucks. Und jeden stigmatisiert und jeden Kritiker mundtot gemacht, der eine eigene Meinung sich gebildet hat über das Ganze. Und hat gesagt, ich möchte gerne über meinen eigenen Körper verfügen. Und wir wissen auch noch gar nicht, wie das wirkt und alles mögliche. Und dann siehst du auf einmal, ZDF, wie die das so zugeben und sagen, ja, wir impfen jetzt und schauen dann, wie das Ganze wirkt. Ja, wenn man sowas hört, ja, aber was ist das denn bitte? Meinst du, da möchte ich mich als Versuchskaninchen hergeben oder was? Und dann, wenn man sagt, ich habe Angst oder beziehungsweise ich habe Bedenken, mir so ein Zeugs in den Körper reinzuspritzen, wovon wir dann auch überhaupt noch gar keine Ahnung haben, was für Auswirkungen das ja mit sich bringt. Und dann siehst du auf einmal, wie die Menschen durch Herzinfarkte so umgekommen sind. Blutgerinnungen, Herzinfarkte, alles, die Leute, mir kam das so vor, als wären die Leute wie Fliegen weggeklatscht worden. Da, plötzlich, plötzlich verstorben, kennt ihr noch den Hashtag? Plötzlich verstorben, plötzlich entrissen, irgendwie sowas, ne? Unglaublich, wie viele Leute ihr Leben aufgrund dieses Drecks geben mussten, ne? Die wurden gezwungen, sie wurden beleidigt, wenn man nicht mitmacht und sowas, ne? Ja, genau, siehst du, hier zum Beispiel Kexolina, der Arbeitgeber macht auf den Arbeitnehmer so einen extremen Druck, dass man sich denkt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich verliere meinen Job, ich habe Rechnungen zu bezahlen und das war's. Viele Menschen hatten dann Rechnungen zu bezahlen und die wollten natürlich ihren Arbeitsplatz nicht verlieren und haben denen dann mitgemacht, ne? So traurig. Wo man den Menschen hintreibt in dieser Gesellschaft, ist so wahnsinnig. Ja, ist einfach beschämend, ne? Dass der Mensch bereit ist, einen anderen Menschen zu Handlungen zu drängen, die so gefährlich sind, dass man, das geht dir unter keiner Kuhhaut, ne? Du, du bringst also, weil du selber dieses Zeugs in dich reingepumpt hast und dir jetzt nichts passiert ist, möchtest du, dass andere jetzt auch dieses Zeugs in sich hineinpumpen und genau diesen Müll mitmachen oder was? Unglaublich, unglaublich. Ja, genau, schau mal, wer WHO finanziert, genau. Ja, das war ja allen klar, alle, die ja an den Demonstrationen teilgenommen haben, wussten ja ganz genau, warum die Elite ja das nutzt, um diesen Impfstoff da an den Mann zu bringen, ne? Nein, ich bin nicht King. Der Herr Jesus Christus ist der König, der Könige und Herr aller Herren. Ich bin sein kleiner Diener. Ich bin sein kleiner Diener, genau wie ihr die Diener des Herrn seid. Wir sind seine geliebten Diener, die alles geben, um Menschenseelen zu erreichen, damit sie die Botschaft des Herrn hören und gerettet werden. Jesus ist King. Jesus ist King. The Lord of Lords. Wir wollen, dass Jesus wieder zurückkommt. Ja, wer will das denn nicht? Armin muss neue Bundeskanzler werden. Der hat mehr Verstand, ne? Was? Gesamte Bundestag. Ja, ich könnte echt so ein AfD-Politiker sein, ne? So als könnte ich so in den Bundestag gehen und dort dann auf den Tisch hauen, ne? Unter der Führung der AfD oder was, ne? Das ist heftig, aber ich habe nichts mit Politik zu tun. Ich möchte, dass die Menschen die Botschaft des Herrn Jesus Christus hören. Und ordne mich dann, wenn die AfD dann eines Tages dann über mich gesetzt ist oder meine Hobrigkeit ist, dann ordne ich mich der Hobrigkeit unter. Ich werde aber nicht selber zur Hobrigkeit. Aber ich verstehe die Menschen um ihre Sorge, die Sorge der Menschen bezüglich der derzeitigen Lage, dass sie sich dann beispielsweise der AfD zuwenden und so. Ist doch klar, ist doch verständlich. Da braucht man dann den Menschen überhaupt keinen Vorwurf zu machen. Die haben Angst, sie möchten, dass irgendjemand sich darum kümmert. Ja, wofür sind denn die Politiker da in diesem Land? Um sich genau diese Probleme anzunehmen und Gesetz zu erlassen, damit man in Ruhe und Vernunft hier leben kann. Meinst du, mit so einem blöden Schild Waffenverbotszone ist es geregelt? Was diese gute Frau Nancy Faeser da macht? Waffenverbotszone. Als würde ein Muslim sagen, oh, da steht Waffenverbotszone. Ich muss jetzt sofort mein M-E-S-S-E-R mal wegschmeißen oder wegpacken. Das ist so ein letzter Lüge. Als würden irgendwelche Plakate und Schilder die Leute davon abhalten, ihre Weapons mitzunehmen. Das kannst du keiner mehr sehen. Genau wie damals, als es losfing mit den Nafris und Silvesternacht, als die Frauen vergehen. Ihr wisst das schon, dieser Wahnsinn. Da kommt eine Politiker auf den Gedanken, ein Video zu drehen, wie sie den Frauen empfiehlt, den Leuten zu sagen, halt, stopp, eine Armlänge. Als würden die Muslimen oder diese Nordafrikaner sagen, oh, diese Frau hat gesagt, eine Armlänge. Jetzt muss ich eine Armlänge, hier, Abstand halten von ihr. Das kannst du keinem erzählen, was hier los ist. Das kannst du keinem erzählen, was diese Leute hier machen. Eine Armlänge Abstand halten. Ich rufe die Polizei. Da gab es sogar so Memes, die sagen, so Leute, nee, das war nicht Memes, ich glaube, das war sogar ernst. Die haben so einen Hula-Hoop-Reifen genommen, wie so eine Weste, als könntest du sie anziehen, wie so eine Weste. Da hast du so 1,5 Meter Radius gehabt, innerhalb dieses Hula-Hoop-Reifens. Da kannst du aber weit tanzen. Die Muslime sind davon sehr abgeschreckt, dass du dann so einen Hula-Hoop-Reifen hast. Die kommen dann nicht auf den Gedanken, dann erst recht den Hula-Hoop-Reifen auch von deinem Körper zu reißen. Und dann dementsprechend dich dann, es ist einfach nur noch traurig. Ich weiß nicht, ich könnte nur weinen, weinen über den Zustand. Weinen über den Zustand mancher Menschen hier in diesem Land. Ich könnte nur weinen, wisst ihr. Aber wir müssen das Ganze ja irgendwie, wie willst du das denn aushalten? Willst du die ganze Zeit weinen? Wir müssen das irgendwie ja mit Humor nehmen. Dass diese Leute das auch noch ernst meinen, das kommt noch dazu. Man denkt so, okay, man hat schon alles gesehen, das ist eventuell Satire oder was auch immer. Und dann wird man eines wissen und diese Leute meinen das knallhart ernst. Das müsst ihr euch mal geben. Knallhart ernst. Halt, stopp. 1,5 Meter Abstand halten. Sicherheitsabstand halten. Auch damals bei dieser Corona-Sache wieder. Wenn du zum Beispiel in so Bürokomplexe reingekommen bist oder irgendwo. Da hast du die Leute, die hatten dann einfach so ein Plexiglas davor. Aber alles drumherum ist alles offen. Und da denkt man sich, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ich bin mit euch in einem Raum. Und dann wollt ihr mir sagen, dass die Viren, die ich ja gerade am sprechen bin, nicht einfach so im Raum rumschwirren, sondern diese Plexiglas, das aufhält. Und die Leute machen diesen Unsinn noch mit. Und dann hast du andere gesehen, wie sie andere im Supermarkt ausgeschlossen haben und sie sogar verhungern lassen würden, wenn sie nicht die Maske anziehen. Und die wissen noch, ich werde das nicht vergessen. Hattest du die Maske nicht an, wurdest du so demoliert von der Gesellschaft. Und was meinst du, wie die Leute sich so kaputt gelacht haben über diese Leute, die das alles ja mitmachen? Da ist ja das krank. Wann war es? 2020 ging es los. Vor vier Jahren, Leute. Alle haben es wieder vergessen, weil man wieder durch andere Themen abgelenkt wird. Aber ich werde das niemals vergessen, wie manche Menschen mit anderen Menschen umgegangen sind. Wie die Bilder rumgegangen sind, wie eine Oma vor leeren Regalen stand, weil die Gesellschaft Ellenbogen ausgefahren hat. Und auf einmal anfing, acht Millionen Packungen Toilettenpapier zu kaufen. Die Welt geht unter und man kauft acht Millionen Packungen Toilettenpapier. Da gab es so heftige Videos, ganze Einkommenswagen vollgemacht mit Toilettenpapier. Oh ja. Ich werde das niemals vergessen, niemals, was hier abging. Wie die Polizei Menschen verfolgt hat im Park, sind die mit Sirene durch den Park gefahren, weil Leute sich auf die Parkbank gesetzt haben. Wisst ihr das noch? Die haben sich auf eine Parkbank gesetzt. Das war schon viel zu viel. Aber die Drogendiener im Görlitzer Park, das ist natürlich kein Problem. Da gibt es so ein Video, wie ein Kriminalpolizist so einen afrikanischen Drogenhändler dann so erwischt. Und dann sagt er, du hast mich rassistisch beleidigt. Da sagt der Polizei, wir können nichts gegen die tun. Sie werden uns dann irgendwie versuchen, Rassismus so vorzuwerfen. Und dann werden wir sogar noch unseren Job los. Das ist das Kranke. Ja, das war ein Bankräuber. Ja, genau, wie fühlt sich das? Die Leute, die hier fährt. Das war ein Bankräuber, genau. Ja, sehr gut, genau. Gut, er kann scharfsinnig, sehr scharfsinnig. Unglaublich, wie die mit voller Härte gegen so alte Leute vorgegangen sind. Das waren so schlimme Bilder, die rumgegangen sind. Die haben in alte Menschen reingeprügelt. Das ist so krass gewesen. In alte Menschen, die wehrlos waren. Das hat mich auch fix und fertig gemacht, dass man so mit der Bevölkerung umgeht. Niedergeknüppelt wurden die Demonstrationen. Ich wünschte, man hätte genauso mit der Härte gegen diese Kalifatdemo, äh, wäre man vorgegangen. Aber weil diese Leute etwas stärker sind und gewaltbereiter sind, hat die Polizei sich leider nicht getraut, etwas mehr Härte an den Tag zu legen. Es sind ja keine Deutschen, die, ähm, gewaltlos dort stehen, um für ihre Rechte zu protestieren. Nein, das sind gewaltbereite Menschen, die ihre Ideologie am liebsten mit Gewalt durchsetzen wollen und lautstark nach einem Kalifat schreien für die islamische Welt. Das müsst ihr euch mal geben. Auch wenn sie nicht gesagt haben, wir fordern einen Kalifat für Deutschland. Die Gesinnung ist in den Menschen drin. Sie wollen am liebsten Deutschland islamisieren und, äh, die Gesetze hier verändern. Jeder muss nicht, das ist doch klar. Da brauchst du noch nicht mal, da brauchst du, kannst du eins dann eins zusammenzählen. Da brauchst du nicht einen gewaschenen Pier Vogel, der einen Livestream abhält und von allen demoliert wird in den Kommentarbereichen. Habt ihr gesehen, was für einen Shitstorm der abbekommen hat? Am liebsten hätte die Menschen sich gewünscht, dass es Pier Vogel das mal abbekommt. Heftig, ne? Habt ihr das gesehen? Ja, war mal kurz da drin, hab ich mir das mal angeguckt. Ja, da hab ich mir wieder seine gehirngewaschene Show mal wieder angeguckt. Der selber stellt sich schon wieder in die Opferrolle rein. Die Muslime genauso, aber es sagt den Leuten nicht, dass, ja, die fordern Scharia für Deutschland. Sie möchten islamisches Recht hier haben in Deutschland. Ja, was ist denn dann damit? Die Menschen wollen islamisches Recht nicht hier in Deutschland haben. Sie wollen in Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung leben. Und nicht unter dem schlimmsten Gesetz, was ihr Gerechtigkeit Gottes nennt. Da bitteschön, da kannst du deine Gerechtigkeit für dich behalten. Mein Lieber, wenn das Gerechtigkeit sein soll, indem man dann unter der Scharia Andersgläubige ultra bösartig behandelt und aus ihnen Wimmis macht. Ja, wenn das für dich Gerechtigkeit ist, dann lass mich mal bitte einmal diese Gerechtigkeit an dir und deiner Familie praktizieren. Du hältst das Gesetz, ja Allah ist ja wundervoll. Dann lass uns den Spieß mal umdrehen. Lass uns genau das dir und deiner Familie antun, was du für gerecht hältst. Und dann mal gucken, ob du nochmal sagst, Islam ist wunderschön. Abartige, abartige Doppelmoral, abartige Doppelmoral. Gott sei Dank, sagte der Jesus Christus, wisse, dass Ungerechte niemals das Reich Gottes erben werden. Danke, Herr, danke, Herr, für deine wundervollen Worte. Diese Menschen sind so ungerecht, ne? Ungerechte Menschen. Bösartig, bösartig. Komm mit einem bösartigen Kult nach Deutschland, wo Deutschland ihnen alles bietet, wo sie zur Uni gehen können, ein normales, respektables Leben führen können, aus ihnen etwas werden kann. Da kommen sie hin und wollen diese Gesellschaft ins 6. Jahrhundert katapultieren. Das ist für mich so unvorstellbar, Leute, ne? Gehirn gewascht, ja, anders, ich weiß nicht. Hi, Bruder, grüß dich, alles klar? Ja, bei dir, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Bruder, dich auch. Ich bin auf Arbeit, die ist das, ne? Ich hab mir mal ein bisschen so, das Talk hier so ein bisschen reingezogen, ne? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Bruder, guck mal, was da passiert ist, also dafür hat man keine Worte, das ist klar. Da braucht man gar nicht alle Mann hier mit 450 Leuten drüber diskutieren. Aber, guck mal, ich sage dir das so, wie es ist, dieser Michael Stürzenberger, ne? Dieser Mensch in Person, der ist ja, er ist ja, das ist jetzt meine Sicht, wie ich das sage, er ist aber für all dies, das ist das, was er schon immer erreichen wollte. Ich verfolge diesen Mann schon länger. Guck mal, ich, 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 jetzt ohne, ohne mich jetzt zum Islam zu bekennen oder was auch immer, ne? Ganz unverteidisch jetzt, Bruder, jetzt. Ich sage dir so, wie es ist, ich, ich kenne jedes Video von diesem Mann und so, so wie der, das könnt ihr, äh, keine Frage, es gibt auch Islam, Radikal-Islamisten, die Hass predigen. Aber dieser Michael Stürzenberger, der tut ja das im Prinzip das Gleiche, was ein Radikal-Islamist auch tut, Hass predigen, er verteilt Hetze. Und was sollte man hinsam? Worten oder was? Was ist das denn mit? Sollte man hingehen und ihn in ein Messer nennen? Sollte man hingehen und ihn auf keinen Fall, auf, auf gar keinen Fall, Bruder, auf gar keinen Fall. Aber, wenn dir etwas nicht gefällt, dann musst du wegschauen und weggucken. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann gehst du dorthin, um mich, äh, dann darüber aufzuregen, dann guck ich einfach weg und es ist hinstands dafür. Aber dorthin zu gehen und dem Mann aufgrund seiner Besorgnis gegenüber der derzeitigen Lage, ihm auch noch recht zu geben, dass der Islam total gewalttätig ist, er hat doch mit allem dann recht gehabt. Du hast vollkommen recht. Schau dir das mal an, wie paradox. Er sagt, Islam ist gewalttätig. Wie reagieren Muslime? Mit Gewalt. Mit Gewalt. Ich kann nicht gegenargumentieren, weil du recht hast. Ich kann nicht gegenargumentieren, weil du recht hast. Guck mal, das Ding ist aber, dass dieser, warum ist das alles passiert? Warum, wir müssen ja mal da anfangen, warum ist das passiert? Weil dieser Michael Stürzenberger, du weißt doch, wie einige Islamisten, Bruder, diese Menschheit von heute, die heutige Gesellschaft, es gibt genug Leute, die nichts zu verlieren haben. Geh in die Türkei, geh nach Syrien, geh nach Irak, Bruder. Diese Menschen, die haben nichts zu verlieren. Verstehst du? Denen ist das egal, ob die im Knast landen. Die nehmen dein Leben, weil die nichts zu verlieren haben. Die sind sowieso hungrig. Im Knast geht es denen besser als in der Freiheit. Warum musst du als Michael Stürzenberger, als der größte Islamkritiker und Hetzer, warum musst du ausgerechnet es so weit bringen? Er wollte das doch. Er wollte genau, dass sowas passiert. Er wollte, dass andere verletzt werden und er selber verletzt wird. Was erzählst du denn da mal? Nein, guck mal, du verstehst mich falsch. Du verstehst mich falsch. Guck mal, kennst du Videos von diesem Mann? Hast du dir mal welche Videos reingezogen von dem? Ich kenne alle. Ich kenne so gut wie alle Videos von Michael Stürzenberger. Okay, guck mal. Wenn die Muslime das nicht gefällt, was er dort sagt, dann können sie ja mit ihm in einen Dialog treten und darüber besprechen. Die Muslime wissen, dass ihre Religion so ist. Sie möchten, dass jemand das thematisiert. Ja. Verstehst du das? Das ist das Problem. Und genau so reagieren ja die Muslime. Das ist das. Die Muslime reagieren genauso, was Michael Stürzenberger ja anprangert. Dass man nicht vernünftig mit denen reden kann. Dass man sie nicht aufdehren kann. Dass man ihnen nicht ein wenig geistige Freiheit wieder zurückgeben kann. Verstehst du? Dass sie aufwachen und sagen, hör mal zu. Der Islam ist im Kern ultragewalttätig. Sogar im Kern faschistoid. Und duldet keine andere Religion neben sich. Du, ich und alle Andersgläubigen hier in diesem Land sind eines Tages dran, wenn die Muslime sich breit machen. Also darüber schon nachgedacht. Guck mal. Ja, schau mal, Bruder. Schau mal, Bruder. Guck mal. Über Islam. Über Islam jetzt ein Urteil zu finden oder irgendwie schlecht zu reden, ist eine Sache. Aber den Propheten von Millionen Islamisten oder Muslimen zu beleidigen, ist eine andere Sache. Er redet ja nicht schlecht nur über den Islam, Bruderherz. Er beleidigt auch den Islam. Er beleidigt damit Millionen Menschen. Der kann auch keine aufrechtliche Diskussion führen, dieser Mann. Aber warum reagieren die Muslime denn mit Gewalt, auch wenn jemand beleidigt wird? Mein Gott, das ist ja Quatsch. Das ist doch keine Rechtfertigung, ein Messer zu nehmen, das in den Kopf reinzuragen. Das ist ja Wahnsinn, Mann. Du suchst eine irgendeine Rechtfertigung für diese Menschen, die dann aufgrund ihrer wahnsinnigen Texte dann handeln oder was? Nein, das ist ja auch ein Ding des Islams. Du hast recht. Der Mohammed ist ja selber mit den Kritikern so umgegangen. Du hast recht. Guck mal, ich suche keine Rechtfertigung. Ich möchte nur aufklären, dass dieser Mann, natürlich, du hast alles gesagt, ich brauche das nicht wiederholen. Aber dieser Mann, der führt keine vernünftige Diskussion. Der tut nicht mal vernünftig Hass predigen. Der beleidigt Millionen Menschen. Der tut nicht mal vernünftig Hass predigen. So, verstehst du? Ich kann dir doch jetzt, guck mal, du nennst dich hier Ex-Muslim und du tust dir dein Content machen. Ist doch alles schön und gut. Weißt du? Aber das gibt mir noch lange nicht das Recht, dich dafür zu beleidigen, oder? Ja, ich beleidige dich doch nicht. Ich mache doch selber auch... Ich rede ja von meiner Perspektive und ich rede ja über diesen Michael Stürzenberger. Das war doch vorab zu sehen, dass irgendwann sowas passiert. Wir müssen uns eins klar sein, Hollywood. Wir müssen uns eins klar machen. Egal, was Menschen hier an Kritik an irgendjemand äußern. Es gibt niemandem das Recht, das Gesetz in die Hand zu nehmen und Selbstjustiz zu machen und den Leuten da ein Messer in den Kopf zu rammen. Das ist Wahnsinn, Mann. Egal, was der Michael Stürzenberger sagt. Wenn dir das nicht gefällt, wenn dem Muslim das nicht gefällt, dann müssen die wegschauen. Dann muss man das aushalten in einer offenen Gesellschaft. Da haben die nichts hier zu verloren. Verstehst du? Da hast du recht. Selbst wie Deutschland, wo Meinungsfreiheit herrscht, da musst du damit rechnen, dass die Leute dein Glauben kritisieren. Ansonsten wirst du des Landes verwiesen, wenn du nicht damit einverstanden bist. Verstehst du? Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Aber wir müssen Kritik und Beleidigung unter... Du musst das unterscheiden. Selbst wenn mich jemand beleidigt, selbst wenn Angela Merkel wird hier beleidigt, reagieren die Menschen hier mit Gewalt oder was? Nein. Die Leute halten das sogar aus. Die Politiker werden von morgens bis abends beleidigt. Sie stehen da drüber. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn auf einmal jemand den Islam so kritisiert und wirklich Bedenken hat, was der Islam hier vorhat, da reagieren die Muslime auf einmal mit den übelsten Gewalttaten. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss kurz weiter... Ja, alles gut. Ich habe ganz viel auf TikTok jetzt aber auch gesehen, Bruder Herz. Guck mal, viele Muslime, viele Muslime bekennen sich zu der Sache ganz negativ. Die sagen alle, guck mal, es gibt solche und solche. Es gibt radikal Islamisten und es gibt Muslime, die sagen, das sind keine Moslems, die sowas machen. Verstehst du? Wenn jemand sagt, dass das kein Moslem war, der lügt sich selber an und der weiß um die islamische Geschichte nicht, denn der Mohammed selber hat ja befohlen, alle seine Kritiker und die Leute, die ihn beleidigt oder geschmäht haben, alle nacheinander umzulegen. Also das ist Fakt. Ja, also soweit in die Materie kann ich nicht reingehen, weil ich bin da ehrlich zu dir, du bist da, denke ich mal, erfahrener, soweit kann ich mit dir nicht diskutieren, weil ich da nicht so ganz Ahnung von habe. Weißt du? Aber was ich halt einfach nur klarstellen möchte, ist, dass ich Michael Stürzenberger halt aus dem Internet kenne und seine Videos wirklich oftmal angeschaut habe und schon immer vor einem Jahr schon gesagt habe, irgendwann wird hier was Großes passieren, wenn er so weitermacht und der Zeitpunkt ist gekommen. Ja, sollte man jetzt, sollte man Pierre Vogel jetzt auch dementsprechend aufsuchen, weil er die ganze Zeit die übelsten Sachen immer von sich gegeben hat im Internet und auch in seinen Kundgebungen und alles Mögliche. Pierre Vogel... Was ist denn dann damit? Pierre Vogel ist genau... Nein, Pierre Vogel ist für mich die gleiche Kategorie wie Michael Stürzenberger. Also laut deiner Logik muss er jetzt auch aufpassen auf sein Leben, weil das, was er gesagt hat, er beleidigt ja die Bibel und macht den Herrn Jesus Christus runter und beleidigt... Ich halte von ihm, ich halte von ihm, ich halte von ihm, ich halte von ihm, nein, ich... Er sagt ganz, ganz klar, dass der Islam sich nicht distanziert von Sklaverei und sowas. Was sind das für Aussagen, Mann? Er glorifiziert einen Mann namens Al-Huveni und sagt, dass es ein Weltstar ist und dieser Weltstar ganz ungeniert hier in Deutschland einfährt und dann auf einmal in Ägypten, er sagt, das ist ein Weltstar und er hält voll viel von ihm und dieser Al-Huveni sagt, der Grund, warum wir arm sind und die islamischen Länder arm sind, weil wir aufgehört haben, Dschihad gegen die Ungläubigen zu machen, das ist das Kranke. Was meinst du, was der Pierre Vogel für eine Gesinnung hat? Wenn er wirklich mal die Wahrheit sagt, glaub mir, morgen würden die Leute den Aufsuchen und ihm zeigen, was abgeht. Er hält sich nur zurück. Ich glaube dir das. Seine Meister reden schon Klartext. Wenn Pierre Vogel diesen Al-Huveni für gut heißt und sagt, dass es ein Weltstar ist und dieser Weltstar auf einmal sagt, wir müssen die Ungläubigen angreifen, deswegen sind wir alle arm geworden, weil wir müssen ein paar Mal im Jahr Krieg führen, damit wir ihre Ländereien erobern und von ihnen Dschihad nehmen und so, aber weißt du, wie verrückt der Islam ist, Mann? So, und jetzt hol dich gleich wieder rein, Tschad. Unfassbar. Unglaublich. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, es ist traurig, dass man versucht, eine Rechtfertigung zu finden für diese feige Tat. Da gibt es überhaupt gar keine Rechtfertigung. Nichts rechtfertigt, jemanden abzumurksen, wenn du dein Glaubender kritisierst. Das ist doch Wahnsinn, Mann. Wenn also die Leute bereit sind, aufgrund ihrer islamischen Tradition und das, was Mohammed gesagt hat gegenüber den Kritikern, dann in die Tat umzusetzen, da muss man rigoros um die ganzen Moscheen eine Ansage verteilen und sagen, die islamischen Texte müssen nicht mehr gelehrt werden. Die Imame tragen eine große Mitverantwortung für diesen Wahnsinn und müssen dementsprechend dann auch ausgewiesen werden, falls das die Tat bestand der Gehirnwäsche oder was. Ich glaube, hier gibt es sogar ein Gesetz, dass man wegen Gehirnwäsche auch drankommt. Das, was man mit dem Muslim da macht. So. Ich muss mal ganz kurz was machen. So, da bin ich. Ja, als das zu fassen, sollten wir jetzt auch Pierre Vogel angehen, wenn er diese komische Gesinnung in sich hat. Rechtfertigt, dass jetzt seinen, äh, dass jemand kommt und Pierre Vogel dann aufgrund seiner, ähm, Doktrin des Islams dann, äh, dementsprechend dann in die Ewigkeit geschickt wird. Selbst von seinen eigenen Glaubensangehörigen wird er, äh, äh, umgelegt. Das ist ja das Kranke. Das ist ja das Kranke. Das ist das Kranke. Da kommt man und versucht man, äh, eine Rechtfertigung dazu zu finden, dafür zu finden, dass Stürzenberger jetzt, äh, dieses, dieses Attentat da, äh, abbekommen hat. Was für eine Rechtfertigung gibt das denn, wenn man Kritik äußert? Schau mal vor, die Christen, die sind hier in der Mehrheit. Und ihr wisst ja, wie die, äh, wie, äh, diese Nicht-Christen, halt Atheisten, äh, da draußen mit Jesus Christus umgehen. Sollen wir Christen, wie sollen wir jetzt reagieren? Sollen wir genau wie die Muslime reagieren, oder was? Meine Gefühle werden auch verletzt, wenn jemand Jesus Christus beleidigt oder in den Kakao zieht. Soll ich jetzt Stefan Raab aufsuchen und ihnen dann, äh, ein M-E-S-S-E-R in den Nacken rammen, oder was? Nur weil ich nicht einverstanden bin, weil er meinen Herrn, weil er meinen Herrn Jesus Christus jetzt beleidigt und in den Dreck zieht? Nein, ich brauch meinen Herrn Jesus Christus nicht mit Gewalt zu verteidigen, weil ich weiß, was er... Ja. Ja, es ist eine Katastrophe, wie Leute versuchen auf Biegen und Brechen, äh, irgendeine Rechtfertigung zu finden oder Michael Stürzenberger genauso eine Mitschuld zu geben. Was, was rechtfertigt das denn, dass jemand mit deinem M-E-S-S-E-R auf ihn losgeht, nur weil man Kritik ausübt und genau auch noch Recht behält. Da ist ja das Kranke. Da ist ein Mann, der auf der Straße geht und Kundgebung abhält über die politischen Bestandteile des Islams, sodass der Islam eine, äh, eher gewalttätige Religion ist und die Anhänger des Islams sehr gewalttätig sind. Was passiert? Die Muslime zeigen auch noch ihre Gesinnung und sind gewalttätig, ne? Und da brauchst du noch nicht mal, äh, Mohammed irgendwie, äh, zu kritisieren oder zu beleidigen oder was auch immer. Nein. Wenn du einfach sagst, der Islam ist nicht die Wahrheit, Islam ist eine sehr gewalttätige Religion, ist keine so normale Religion wie alle anderen Religionen, dann bist du ja schon dran. Ja, Abdel Hamad, äh, äh, Hamad Abdel-Samad hat das mal sehr klar ausgedrückt. Der meinte, äh, das ist sehr paradox, äh, die, die Muslime, äh, äh, sagen nichts anderes als, wenn du nicht behauptest, dass meine Religion friedlich ist, so werden wir dich Nackentherapieren. Das ist völlig paradox. Wenn du nicht glaubst, dass der Islam Frieden ist, dann hauen wir dir eine rein. Das ist das krank. Ja, und dann siehst du auf einmal, der Pier Vogel sitzt da in einem, äh, Interview, in einer Konvertierung von einem Deutschen mit einem Mann, der aus Ägypten kommt, wo man sich denkt, wer ist denn dieser Mann, der von Pier Vogel als Weltstar betitelt wird? Und dann sieht man auf einmal, was für Predigten dieser Typ hält. Und dass der Pier Vogel viel von ihm hält und ihn auch noch als Weltstar betitelt, das müsst ihr euch mal geben. Scheich al-Hurani, das ist keine kleine Nummer, der typ Millionen von Follower. Der ist eine Riesennummer in, in der islamischen Welt. Scheich al-Hurani. Der genießt einen sehr hohen Status. Und dann sagt der, eiskalt sagt der, der Grund, warum wir Muslime in einem machtlosen Zustand stehen oder arm sind, ist, weil wir keinen, weil wir keinen Dschihad mehr führen und die Ungläubigen angreifen, um ihre Länder zu erobern. Ist das so fassend? Und das nennt Pier Vogel einen tollen Mann, einen Weltstar, der die brutale Fratze des Islams allen Menschen präsentiert weltweit? Das ist ein Weltstar, Pier Vogel. Wie wär's mal, wenn diese Bevölkerung oder diese Gesellschaft dir ein wenig von deinen islamischen Schriften mal wiedergibt, Pier Vogel, Abu Hamza? Wie wär's mal, wenn diese Gesellschaft die Gerechtigkeit, die du ja für gerecht hältst, was der Allah da herabgesandt hat, und was Mohammed den anderen Menschen angetan hat, dass man eventuell mal ein wenig dieser Liebe und Gerechtigkeit an dir und deiner Familie mal praktiziert, damit du eventuell deinen orangenen Bart dann ein wenig stutzt und dir mal an den Kopf so kratzt und sagst, hm, stimmt, Armin, du hast ja recht. Der Islam ist eine wirklich gewalttätige Religion. Und Omar ibn al-Khatab, seinen Vertrag, bin ich nicht mit einverstanden. Glaub nicht. Ja, den Wahnsinn in ihren Schriften drinne und beschweren sich, dass dann Leute darüber sprechen und dann sagen, ey Leute, was habt ihr überhaupt für eine Religion da? Mit dieser Religion könnt ihr doch niemals mit einer anderen, offenen Gesellschaft klarkommen. Ihr habt doch eine ganz andere Gesinnung als die deutsche Gesellschaft hier. Ihr seht doch, dass die Deutschen lieben oder beziehungsweise alle Menschen, die hier leben, ihre Freiheit genießen, ihr Leben leben und sich nicht vorschreiben lassen wollen von irgendeiner Religion oder was auch immer von irgendwelchen Menschen, wie sie zu leben haben. Das ist so Wahnsinn. Diese ganzen LGBTQer und sowas müssten eigentlich alle bei Michael Stürzenberger stehen. Alle. Das ist so das Kranke. Alle müssten sie dort bei ihm stehen und nicht gegen ihn da sein. Diese Zustände hier in diesem Land, das kannst du keinem erklären, als sind sie alle so ferngesteuert worden. Als hat jemand so einen Knopf gedrückt, dass sie alle sagen, das hat mit Islam nichts zu tun. Anstatt mal die islamischen Schriften aufzuschlagen und zu sagen, ey Leute, das hat doch mit Islam zu tun. Wir können nicht sagen, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat. Genau wie dieser Imam, wo ich damals beim islamischen Unterricht teilgenommen habe, wo ich ihm gesagt habe, ja guck mal, Scheer, warum gibt es so viele islamische Terrororganisationen, die im Namen des Islams am Nacki-Therapieren sind. Da sagt er zu mir, das hat mit Islam nichts zu tun. Islam ist Frieden. Wenn jemand eine Seele tötet, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand eine Seele erhält, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit erhalten. Da dachte ich mir, ach, oh mein Gott, ich glaube, dieser Imam, der lügt mir eiskalt ins Gesicht. Und will mir die Wahrheit nicht über den Islam erzählen, wie sie ist. Weil der Islam ja natürlich dann in ein ganz, ganz bösartiges Licht gerückt wird. Ja, dann bin ich selber dann auf die Suche gegangen und musste feststellen, dass der Islam absolut bösartig ist. Und dann, ich wusste ja gar nicht, was ein Tafsir ist, ich wusste gar nicht, wie man die Verse zu verstehen hat im Koran. Weil das ja alles so wie so ein kompletter Wirrwarr da drin ist. Die sind ja nicht chronologisch geordnet, die suchen. Die sind einfach nur nach Länge geordnet. Damit der Muslim oder der Leser ein besseres Verständnis hat, zu welcher Zeit, was, wann, wo geoffenbart wurde. Steht immer oben am Kapitelanfang, zu Mekka geoffenbart, zu Medina geoffenbart und so weiter und so fort. Sonst kommt der Leser ja gar nicht mehr klar, weil der Koran Diabolos ist. Zusammenwürfer. Der Diabolos, der alles zusammenwirft, der Unordnung. Der Koran ist ein unordentliches Buch. Nicht, weil ich sage, der Islam ist so unordentlich im Sinne von eine Katastrophe. Nein, ich meine damit, dass Allah nicht in der Lage war, sein Koran chronologisch zu ordnen. Dass das zeitlich wie eine Geschichte dargestellt wird, sondern einfach die Suren irgendwo reingebrettert wurden. Und der Länge nach. Ja, das ist das Problem. Und dann ist der Leser natürlich total verwirrt und versteht nicht, dass in einer Passage steht, Es gibt keinen Zwang in der Religion. Und dann wiederum in Suche 9, Vers 29 kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Und dann denkt man sich so, ist das nicht alles ein Widerspruch? Aber was ist das bitte für ein Buch, Mann? Und dann Juden und Christen kommen ins Himmelreich in Suche 2, Vers 62 und später revidiert der Allah seine Aussage mit Suche 3, Vers 85. Nein, die werden nicht ins Himmelreich kommen, wer eine andere Religion als den Islam begehrt. Und dann wiederum in einer anderen Suche, in Sude Al-Mai, der in Suche 5, Vers 69, sagt Allah wieder, doch, sie werden in den Himmelreich kommen. Dann denkt man sich so, ja was denn jetzt Allah? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Das ist die Verwirrung, die Verwirrtheit ist ja schon verwirrt. Die Verwirrung ist schon verwirrt, Mann. Das kannst du gar nicht mehr erzählen. Und dann sagen die zu mir, Amir, der Koran und der Islam ist ein perfektes Buch und der Islam ist eine perfekte Religion. Dann denk ich mir, was soll denn daran perfekt sein, wenn Allah sein Wort nicht mal bewahren konnte? Der konnte nicht mal eine Ziege aufhalten. Wie soll denn dann ein Menschen aufhalten? Unglaublich. Ein perfektes Buch, in dem Gott einfach die Abrogation da reinhaut und seine Verse durch andere Verse ersetzt. Ja, waren seine Verse denn nicht vorher gut genug? Auch wenn man beschließt, sich Allah, die anderen durch andere zu ersetzen, ja, damit will Allah sagen, ja, okay, ich mache Fehler. Komm, wir machen alle Fehler. Auch ich mache Fehler. Aber ich ersetze meine alten Verse durch andere Verse. Und dann denkt man sich so, allein in Suche 85 sagst du doch in Suche 85, Vers 35, dass deine Worte auf der Tafel aufgeschrieben wurden. Ja, aber dann brauchtest du doch gar keine Abrogation, dann kennst du doch sofort das alles so herabsenden können. Nein, Amir, ich meinte das nicht so. Ich mache auch Fehler. Ist doch kein Problem. Okay, jetzt nimm es einfach so, hör auf, Fragen zu stellen. Weil vor dir Leute schon Fragen gestellt haben und herausgefunden haben, dass ich nicht perfekt bin, nicht allwissend bin und mein Buch eigentlich eine Riesenkatastrophe ist. Deswegen lass das besser, sonst wärst du ungläubig. Ja, aber Allah, ich kann doch nicht anderes als nachzuforschen. Hier geht es doch um meine Seele, die gerettet werden soll. Und dann lügst du sogar noch über Jesus Christus und die Bibel. Du sagst, dass dein Wort verfälscht wäre. Du sagst doch in Suche 3, Vers 3, dass die Tore und das Evangelium dein Wort ist. Kann denn jemand dein Wort verändern? Nein, Amir, habe ich doch gesagt. In Suche 6, Vers 115 steht, niemand kann meine Worte abändern. Ja, aber Allah, du sagst es doch selber. Niemand kann deine Worte abändern. Und dann sagst du im nächsten Vers, dass doch die Bibel verfälscht ist. Ja, was ist das denn für ein Widerspruch, Mann? Entweder können die Menschen dein Wort verändern oder nicht. Dann musst du dich mal bitte entscheiden. Unglaublich. Unglaublich. Unglaublich paradox ist es so krass. Stell dir mal vor, du müsstest mit diesem Gott in einen Dialog treten. Und dann sagst du, Allah, du bist das doch schuld. Du hast jemanden ähnliches wie Jesus transformieren lassen. Hast die gesamte Christen, das Christentum entstehen lassen. Hast die Christen getäuscht. Hast dir 600 Jahre Zeit gelassen. Bist du überhaupt jemanden auferweckt, dass er das Ganze klarstellt. Aber was ist denn damit? Und dann hast du auf einmal eine Ziege gegen dich gewinnen lassen. Menschen haben gegen dich gewonnen. Und du behauptest Gott, der Allmächtige zu sein? Was ist denn an dir denn allmächtig? Was denn? Unfassbar. Was soll denn noch an dir allmächtig sein, Allah? Und wenn man das dann kritisiert und anspricht, dann ist man auch noch dran. Da ist es ja noch das Kranke daran. Wenn man also die Wahrheit erkannt hat und dass die Wahrheit einen frei macht und den Leuten sagt, ey Leute, ich glaube, dieser Gott des Islams will uns wegholen vom Kreuz des Weges, das ist ja Jesus Christus und seinen Erlöser wegnehmen. Und es sagt von sich selbst aus, dass er der größte Betrüger aller Zeiten ist. Wie können wir diesem Gott denn vertrauen, wenn er selber sagt, dass er der Betrüger ist? Also ich glaube ihm auf keinen Fall. Ich glaube doch nicht an den Betrüger. Soll ich einem Betrüger einheimfallen oder was? Der ein Marker ist, der eine List geschmiedet hat oder wie? Allahs Listenspiel, der beste Listenspiel. Gott sagt von sich selbst aus, dass er der beste Betrüger ist. Unglaublich. Unglaublich. Wo steht das mit der Zirge? Sunan ibn Maja, Hadith 1944. Sunan ibn Maja, Hadith 1944. Der ist von Allah al-Bani als Hassan eingestuft. Und bei Ibn Hasm ist er Sahih, korrekt. Die Muslime schämen sich aufgrund solcher Hadith. Wie kann das denn sein? Allah ist allmächtig. Er sagt, er ist der allmächtige Gott und niemand vermag es, seine Worte abzuändern und gar irgendwie aus dem Koran Dinge herauszunehmen oder hinzuzufügen. Und dann sehen wir durch die ganzen islamischen Schriften, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du also tief eintauchst, dann werden ja die Probleme immer schlimmer und schlimmer. Deswegen sollte der Muslim einfach nur ein bisschen Koran lesen, hier und da mal ein Hadith lesen und sich nicht tiefgründiger mit dem Islam auseinandersetzen, weil es durchaus problematische Themen gibt, die besser nicht von ihm behandelt werden sollten. Versteht ihr? Und dann hast du auch noch Imam und Shiuchs, falls der Muslim dann auf die Gedanken kommt, dann Fragen zu stellen und gute Fragen zu stellen und zu sagen, ey, ich glaube, der Islam ist doch nicht so perfekt, wie ihr sagt. Und dann auf einmal angelogen wird von diesen ganzen Imam und Shiuchs und diesen ganzen Studenten des Islams. Sie alle wissen um die Fehlbarkeit Allahs. Sie alle wissen um die Fehlbarkeit des Korans. Sie alle wissen darum. Nur versuchen sie, diese Lüge aufrechtzuhalten mit weiteren Lügen. Islam without lies dies. So einfach ist das. Es mag sein, dass dir meine Worte nicht gefallen, mein lieber Muskel. Aber es wird Zeit, ein wenig mal die Sichtweise zu ändern. Es wird Zeit, sein Gehirn zu benutzen. Es wird Zeit, die Bestandteile des Islams zu thematisieren. Und es wird Zeit, Gott zu suchen und nicht Religion. Religionen haben uns nur über die Jahrhunderte Ärger gebracht. Religionen haben für so viel Leid auf der Erde verursacht. Deswegen kam der Herr Jesus Christus und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um irgendwas zu gründen. Nein, ich bin gekommen, um dich zu rufen, weil ich weiß, dass du ein Sünder bist. Ich weiß, dass du ein Sünder bist. Du brauchst mich. Geh bloß nicht ohne mich in den Tod, denn ich bin fähig, deine Schuld zu tragen, nicht deine Religion. Ich alleine bin fähig, deine Schuld zu tragen, denn ich habe mit meinem Leben bezahlt, habe mein kostbares Blut für dich vergossen und habe stellvertretend das, was du auf dich nehmen solltest, auf mich genommen. Amen. Das ist es, was du tun solltest. Dein von dir, dein von Gott gegebenen Verstand einzusetzen und einmal in deinem Leben nachzuforschen, um herauszufinden, warum derjenige das getan hat in Mannheim, warum es diese ganzen Organisationen gibt und warum Allah fehlbar ist. Okay, du sagst, Allah ist fehlbar. Was ist dein Beweis dafür? Es ist Surah 8, Vers 65 und 66, Surah 5, Vers 14 und Surah 5, Vers 91 und dazu kommt noch die Abrogation in Surah 2, Vers 106 und Surah 16, Vers 101. Allah erlaubt sogar das Alkohol und sagt auf einmal später, dass es das Werk des Satans ist, in Surah 16, Vers 67. Allah klaut seine Verse von einem jüdischen Rabbiner in Surah 5, Vers 32. Allah klaut sogar aus syrischen Legenden in Surah 18, Vers 86. Okay, gehen wir zum Thema Alkohol ein. Weißt du, wie der Koran offenbart wurde? Der Koran wurde Stück für Stück offenbart. Da war Alkohol sehr weit verbreitet in der arabischen Kultur. Und der Koran wurde so offenbart, dass die Menschen sich langsam anpassen konnten. Deswegen wurde Alkohol am Anfang erlaubt. Man durfte aber nicht alkoholisiert bewegen. Man musste nicht dann sein. Also, weil es so ist Schritt für Schritt verboten. Weil ein Mensch muss sich daran gewöhnen. Und es wäre besser, wenn du ein Vers einzeln repetieren würdest, weil ich kann den Koran offenbart. Also, wenn zum Beispiel Allah das Alkohol offenbart, aber später in einem anderen Vers in Surah 5, Vers 90 sagt, dass Alkohol Losweile und Glücksspiel das Werk des Satans ist, würdest du nicht auf den Gedanken kommen und zu sagen, ja Allah, wie kannst du denn in Surah 16, Vers 67 anordnen, dass man sich Alkohol und gute Speise hier bereiten kann? Und Staten, warst du dir nicht sicher, dass du das Werk des Teufels erlaubst? Guck mal, Allah hat uns so erschaffen. Er hätte uns auch so erschaffen können, dass wir willenlos sind und mal verfolgen, aber er hat die Welt so erschaffen, dass wir hier sind. Habib, du weißt, du sagst, dass Allah allwisslich ist, Habib. Ja, natürlich. War Allah sich dessen nicht bewusst, dass er eigentlich das Werk des Teufels erlaubt hat? Von wem ist denn das Alkohol in Surah 5, Vers 90? Was sagt Allah? Keine Ahnung, wir müssen es, hä? Ja, in Surah Al-Ma'idah, Ayah 90 sagt Allah, Losweile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Satans. Auf einmal sehen wir in Surah 16, Vers 67, dass Allah sagt, ihr könnt euch Rauschtanen zubereiten, eine gute Speise. Ja, Allah, warum machst du, hä? Warum erlaubst du denn das Werk des Teufels mal? Bist du der Teufel, Allah? Er hat keinem was erlaubt. Er hat keinem was erlaubt. Er hat gesagt, man sollte es nicht trinken, weil der Teufel sagt, ey, guck mal, wenn du ein bisschen was trinkst, wird es schon nichts sein. Alkohol ist, du bist ein bisschen dichter, ein geiles Gefühl und so, weißt? Und es ist, der Satan sagt, du sollst es trinken, nicht Allah. Aber wenn dein Gott sagt, du kannst dir Rauschtank zubereiten und gute Speise, wenn ich zu dir sage, Diyar, da vorne ist ein Grill, du kannst dir ein Hähnchen braten und dazu auch noch ein Bex öffnen, meine ich das dann nicht so oder wie? Nein, der meint das doch nicht so. Ach, der meint das dann nicht so, ne? Da muss man wieder anders verstehen. Wenn das klar und deutlich alles ist, einfach klar und deutlich in seiner Aussage. Du kannst dich einfach an der Ferse rausnehmen. Er ist also der Gott der Verwirrung, richtig? Ja, der ist der Gott der Verwirrung. Nein. Warum sagt denn Allah in Hunderten von Versen, dass seine Worte klar sind, ohne Zweifel? Dass Allah kein Problem hat, das zu verstehen. Und dennoch sehen wir, dass wir unterschiedliche Meinungen sind. Dass Allah auf einmal sagt, ja, ihr könnt euch von den Früchten der Dattelpalmen, könnt ihr euch Rauschtank zubereiten und gute Speise. Auf einmal revidiert Allah seine Aussage in Zucho 5, Vers 90 und sagt, ey Leute, das meinte ich gar nicht so. Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Teufels. Ja, Allah, waren das nicht deine Versen, die auf der Tafel draufstanden in Zucho 85, Vers 35, dass das schon in Ewigkeit dein Wort war? Also widersprichst du deiner eigenen Tafel im Himmelreich? Nein, 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 guck jetzt, guck jetzt. Der Koran wurde Stück für Stück offenbart. Also der Koran kam nicht direkt. Der Koran wurde in 20 Jahren offenbart, okay? Und am Anfang mussten mussten wir auch nur zweimal am Tag beten. Das hat dann mehrmals gemacht. Und genau so war Alkohol am Anfang erlaubt. Man durfte es trinken, weil du kannst den damaligen Leuten nicht direkt sagen, ey, du darfst direkt einen Alkohol bringen, weil die Leute, wie gesagt, Alkohol war in der arabischen Kultur sehr, sehr weit verbreitet. Und die Leute hätten mir nicht da niemals eingenommen, wenn es so schwierig und so schlimm wäre. Das verstehe ich doch, Diyah. Du brauchst mir keine Rede zu halten. Mir geht es darum, dass der Allah in einer Suche sagt, ihr könnt euch Rauschtrank zubereiten. Also er fordert die Leute also auf, Rauschtrank zuzubereiten. Später aber sagt er, Alkohol, Losfeilung, Glücksspiel sind das Werk des Teufels. Da fragt man sich allen Ernstes, ja Allah, warum erlaubst du denn dann das Werk des Teufels? Warum sagst du, man kann sich das aus... Wie gesagt, er hat es ihnen erlaubt, weil die Menschen damals, wie gesagt, was die Menschen wollen, er weiß, was sie nicht wollen, er weiß, er weiß unsere Gelüste, er weiß, was die Menschen wollen. Ja, die Menschen in dieser Gesellschaft wollen Allahs Gesetz nicht. Wusste er nicht, dass die Menschen in diesem Land Allahs Gesetze nicht wollen? Ja, in Deutschland ist es ja auch nicht. Jetzt wollen wir ja die Menschen mit Gewalt durchsetzen, oder wie? Was erzählst du denn da, Diyah? Ja, komm, du kommst die ganze Zeit in die Gesellschaft. Du kannst nicht sagen, du kannst nicht sagen, dass... Ja, guck mal, der hat das gesagt, man meinte, ja, Bruder, das ist der Koran, der wurde halt eben so offenbart. Weil du musst so wissen, du musst so wissen... Ja, nicht nur, dass der Allah Alkohol erlaubt, er will sogar Hass und Svitratzen. Und ich werde Hass und Svitratzen in den Menschen stiften, der Allah. Tatsächlich nicht. Doch, Surat Al-Maida, Ayah 14. Und ich werde Hass und Svitratzen in den Menschen stiften. Der Allah sagt, ich werde Hass und Svitratzen in den Menschen stiften. Bruder, hol mal, guck mal, Dings, raus, ich muss kurz prüfen, Bruder, ich kann den Koran nicht ausführen. Ich muss kurz gucken. Ja, das Schlimme ist, du bist ja Kurde, das ist ja das Schlimme daran, ne? Ja, aber du sag, Dings, welche Surah war es nochmal? Surah Al-Maida, Ayah 14. Ja, das ist nur 5, Vers 14. Ja, wo 5, Vers 14. Ja, wenn ich dich frage, Dings, wer hat denn ein Anliegen, Hass und Svitratzen zwischen den Menschen zu stiften? Du würdest mir sagen, das ist Schätan. Chill, brah. Chill, genau, chill. So, jetzt, es meint, wenn die Christen ein Abkommen ablehnen, also das heißt, wenn wir jetzt ein Abkommen mit den Christen haben, okay, sagen wir, wir haben einen Friedensvertrag, wir haben gesagt, ihr greift uns nicht an, wir greifen euch nicht an. Und wenn wir diesen Abkommen ablehnen, dann heißt es, dass wir uns verteidigen müssen. Ja, warte. Die Hand, das steht da nicht, Mann. Die Hand, der aufzulegen. Die Hand, der aufzulegen, Mann. So, so 5, Vers 15 hast du doch gesagt, oder nicht? 5, Vers 14, da steht da nicht, so wie du gesagt hast. Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, aber wir haben ein Abkommen getroffen, aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregt ihr unter ihnen Freundschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kümmern, was für sie zu pflegen, was zu machen fluten. Und jetzt guckt ihr das mal an. Wessen Aufgabe ist es, Hass und Feindschaft zu sehen, Allah macht das, ne? Ja, weil ihr gegen Allah seid. Natürlich tut er es zwischen euch, Mann, weil ihr seid nie ein Hektis. Also, wenn Satan, genau das, also wenn Satan, also wenn Satan, Dian, Dian, liest mal bitte Sura 5, Vers 91 und schau mal nach. Ich habe jetzt gerade ein bisschen laut, warte. Allah ist, wenn es schon 4, 47 ist, genau das, was ich geoffenbart habe, an die Christen. Und dann sagt der Allah, bevor ich auf die Israelite tue. Was ist jetzt mit der Ferse? Sura 5, Vers 91, du, hallo. Ja, genau, der Satan will ja zwischen euch Feindschaft und Hass sehen. Das durch berauschenden Getränk und... Siehst du, Dian, der Satan will zwischen euch und der Satan will Hass und Svitra zwischen euch sehen. Ja. Aber wir haben gerade gelesen, Sura 5, Vers 14, dass Allah genau dasselbe macht wie Schaitan. Nein, oh mein Gott, Digga, du verstehst es nicht, Digga. Walla billah, was... Guck mal, er sagt, guck mal, Allah hat etwas erschaffen, okay? Und er meint damit, dass dieses, das Glücksspiel und Trönen vom Teufel kommen, das sagt, dass der Teufel dich dazu anstiftet. Er sagt, ey, guck mal, wenn du kurz Spiele gehst, komm, du gehst jetzt 50 Cent rein. Du machst Boko Frakasin, du machst direkt Zauhner draußen, du hast Alkohol. Du kannst ein bisschen dicht sein, da kannst du auch so eine Chick-Ball haben und so. Ja, ne, weißt du, ich mein, ich sag, der Teufel ist hier, wenn Allah sagt es zu mir. Ja, also, der Satan will diese Was-Wasser machen, damit er dann auch Hass und Svitra zwischen euch stiftet, ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, und der Allah will auch Was-Wasser machen, der Allah will auch Was-Wasser machen bei den Juden und Christen und will dann auch Hass und Svitra zwischen sich stiftet. Das kommt natürlich andere Füße, andere Füße, andere Situation, Bruder, der Koran wurde je nach Situation herabgesagt, das war je nach einer Situation. Das ist auf Alkohol und Glücksfliegen gezogen. Der andere ist an den Christen bezogen. Das musst du ja halt mit den Kontexten machen. Ja, ja, mein Lieber. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn ich dich frage, wenn ich dich frage, wenn ich dich frage, wer die Aufgabe hat, Hass und Zwietracht zwischen den Menschen zu stiften, dann würdest du mir doch niemals sagen, dass Gott die Aufgabe hat, Hass und Zwietracht zwischen den Menschen zu stiften. Das ist doch Blödsinn. Er macht das ja nicht selber, das machen die Menschen selbst. Ah, hier ist aber immer die Menschen selber. Ja, natürlich. Aber er hat uns das freien Willen gegeben. Er hat gesagt, ich gebe euch einen freien Willen, mach damit, was du willst. Ehrlich, deswegen glaubt ihr auch an Qadr, Vorherbestimmung. Ganz genau, Schicksal, ja. Ja, siehst du, also der Allah hat schon vorher, wo ihr alle hinkriegt. Egal, was ihr macht, ob ihr gut gemacht habt oder nicht. Ist schon geschrieben, dass die in die Hölle oder in den Himmel kommt? Nein, das ist, ach guck jetzt. Das ist jetzt nicht komplett bewiesen, dass alles hintergeschrieben wird. Das ist halt ein Hadith. Aber viele sagen, du weißt doch, Kennst du das Spiel, wo du so Entscheidungen treffen musst, wo dann so ein Schicksalsringes, wo du dein Schicksal so auswählen kannst? Bitte, war ich? Sag mal, du musst eine Entscheidung treffen, okay? Und du willst eine Entscheidung aus, und das hat mehrere Ausgänge. Also, jeder deiner Entscheidung hat einen Ausgang. Also, egal, ob du vielleicht den Rechten, den Lügen wegnimmst. Ja, bin ich denn jetzt verantwortlich für Unzucht treiben oder Morden oder ist es Allah, der mich dazu treibt? Nein, du bist selber dafür verantwortlich, was du machst. Weil Allah hat dir den Weg offen gemacht, er hat dir den Weg bereitet, und welchen Weg du einschlägst, ist deine Sache. Ja, aber Allah sagt im Koran, Allah sagt aber im Koran, nicht ihr habt sie getötet, sondern ich hab sie getötet durch eure Hand. Ja, weil er uns den Befehl dazu gegeben hat. Nee, er hat die Hand geführt zum Morden. Wenn er uns dein Befehl gibt, dann ist es sein Wort, und wir tun denen folgen. Ja, aber was denn jetzt? War ich das, oder war Allah das? Allah hat dir den Befehl dazu gegeben. Wenn jetzt zum Beispiel steht im Koran, dass du dich gegen die Ungläubigen verteidigen sollst, dann verteidigst du dich. Ja, aber warum sagt denn Allah, nicht ihr habt sie, nicht Allah sagt ja, nicht ihr habt sie nackentherapiert, sondern ich hab sie durch eure Hand nackentherapiert. Also Allah hat meine Hand geführt, dass ich dann auf einmal anfange, da in die Brust reinzuschlagen. Das ist aber eben deine Entscheidung. Guck mal, es ist deine Entscheidung, ob dem Koran folgst oder nicht. Meine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Ja. Das ist komplett deine Entscheidung. Ja, der Mohammed, der Mohammed, der Mohammed sagt in einem Hadith, dass Adam und Moses darüber gestritten haben, wer schuld ist, dass die Menschen aus dem Himmel geschmissen wurden. Und dann hat der Moses zu ihm gesagt, du bist es schuld, Adam, dass wir in dieser mistlichen Lage sind. Da sagte der Adam zu ihm, warum gibst du mir für etwas schuld, was Allah 40 Jahre vor meiner Erschaffung für mich vorgeschrieben hat, dass ich es machen muss. Hat Allah freien, hat Allah freien Willen gehabt oder war es Allah schuld? Das ist immer ein Ding so bei Hadithen, da kann ich ehrlich sagen, ich bin keine Experten. Ja, es ist immer ein Ding bei den Hadithen. ja, Digga, Bro, was soll ich sagen, Hadithen wurden halt mündlich überliefert und du musst halt immer die Hadith-Kette überlegen. Siehst du, wie du das auf einmal relativierst? Siehst du, wie das relativierst? Siehst du, wie das relativierst, wenn es auf einmal problematisch und brenzlig wird? Ja, guck, genau das ist ja das Ding. Ich bin kein Wissen, ich bin ein normaler Muslim und ich kann jetzt nicht einfach deine Religion kritisieren, weil dir das nicht gefällt. Du musst also einsehen, dieser Islam, von dem ich denke, dass der Islam perfekt ist, ist nicht perfekt. Denn es gibt Sachen, die sehr, sehr ultra stürzen. Ich bin nicht perfekt. Guck mal, es war jetzt meine Aufgabe gewesen, es war jetzt meine Aufgabe gewesen, zu gucken, ob dieser hat, du bist doch besser als dein eigenes Vorbild, Diyal. Du bist doch besser als dein eigenes Vorbild, Diyal. Du würdest doch niemals ein sechsjähriges Kind heiraten, Mann, oder? Bro, das ist jetzt komplett anderes Thema herausgegriffen, Bruder. Ja, aber ich will dir damit sagen, dass du sagst, ich bin nicht perfekt, dann sage ich ja, der Islam ist auch nicht perfekt. Du bist sogar besser als dein eigenes Vorbild, denn du würdest niemals eine sechsjährige heiraten, Diyal, oder? Das war zu der Zeit. Guck mal, zu der Zeit, guck mal, unser Prophet hat lange Kleidung getragen, wie der Araber damals, und die Ungläufe haben das auch getragen. Trage ich die Kleidung? Nein, weil es nicht meine Kultur ist, es hat nichts mit der Religion zu tun. Ja, aber Allah, erlaubt es dir doch, Allah erlaubt es dir doch, keinen Künstler zu heiraten. Allah erlaubt es dir doch, keinen Künstler zu heiraten, wenn die war. Die hat, die hat der A... Das ist gar kein Problem unter islamischem Herrschaft. Super. Super. Hallo. Hallo. Hi, guten Tag, Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte nur etwas fragen, und da wollte ich halt deinen Rat dazu hören, oder dein Wissen. Du kennst doch diese Debatte zwischen diesen Sunniten und den Schiiten, oder? Es gibt viele. Welche meinst du denn? Also, was ich meine, okay, nicht Debatte, sondern einfach nur dieser Konflikt zwischen den Gruppen. Und ich möchte einfach verstehen, warum gibt es die eigentlich genau, diese zwei verschiedenen, weißt du? Weil ich höre immer, dass die Sunniten immer die Richtigen seien, und ich meine, die sind ja auch wirklich stark in der Überzahl. Also klar, es gibt noch immer viele Schiiten, aber ich höre immer, wie die Muslime, wie zum Beispiel so, bei mir aus dem Kreis, die Muslime immer sagen, dass irgendwie diese Iraner keine Muslime seien, dass seien irgendwie abgespaltene Muslime, die seien gar keine, weißt du? Und ich wollte fragen, aus deiner Perspektive, weil du kennst dich ja sehr gut aus, wer ist jetzt eigentlich näher, würde ich mal sagen, an dem Islam, weißt du? Sind es die Schiiten? Weil ich habe das Gefühl, diese Sunniten, die reden nicht schlecht, weißt du? Weil sie irgendwie das nicht akzeptieren können, habe ich das Gefühl. Also ich bin kein Moslem, nein, aber ich möchte halt nur deine Meinung dazu hören. Ganz nah an Mohammed dran, aber nein, das Problem ist an der ganzen Sache mit Sunni und Shia, dass der Mohammed einfach nicht seinen Nachfolger ernannt hat, das ist das große Problem. Man hört nichts. Hallo? Hallo? Hört man mich jetzt? Ja, ich höre dich jetzt. Ich habe gar nichts gehört eben. Jetzt wieder? Okay. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass Mohammed nicht einen Nachfolger ernannt hat an seinem Sterbebett. Die Muslime haben sich dann gespalten und die einen fühlen sich zu Ali dann hinzugezogen und die anderen zu Amobakar Omar und Osman. Und da gab es einen riesen Clinch unter diesen ganzen Leuten und dann hat Aisha auf einmal angefangen, Ali anzugreifen und die haben gegeneinander einen riesen Krieg geführt, wo zig von tausend von Muslime, die den Tod erlitten haben, aufgrund dieser Diskrepanzen untereinander. Und diese Diskrepanzen halten ja bis heute. Heutzutage hält das ja immer noch an. Du siehst ja, wenn Sunni auf Shia treffen, dann geht es richtig zur Sache und das ist ein riesen, riesen Problem. Weil beide an ihrer Theologie festhalten. Sowohl die Shia haben sehr gute Beweise gegen die Sunnis gebracht, als aber auch die Sunniten gegen die Schiiten. Also beide haben gute, wie auch mehr oder weniger billige Argumente gebracht. Aber im Endeffekt, beide müssen halt sehen, wie sie da vorzugehen haben. Sowohl die sunnitischen Schriften geben Hinweise darauf, Ali unserer Geliebten und auch gesagt wird, dass wir Ali lieben und so weiter und so fort. Darunter gibt es aber auch dann wiederum Aussagen von Mohammed, der sagte, dass Omar ibn al-Khatab der gerechteste Mann nach ihm wäre. Und wenn es irgendeinen Propheten geben würde nach ihm, dann wäre es Omar ibn al-Khatab. Also der hält sehr viel von diesem Mann. Und dann siehst du auf einmal, wie die ganzen Leute sich dann versuchen, durch die islamischen Bücher durchzukämpfen, um zu beweisen, dass das Schiitentum die Wahrheit ist, aber auch die Sunniten in die schiitischen Schriften reingehen und zu sagen, eure schiitischen Schriften reden sogar sehr gut über Omar und diese ganzen Kalifen. Also du siehst, dass es ein riesen Wirrwarr ist und da müssen dann Experten miteinander diskutieren, die wirklich sich bestens auskennen, um da wirklich mal Licht ins Dunkle zu bringen. Okay. Hast du das alles gehört? Ja, ja, ich habe zugehört. Und jetzt, was ich fragen wollte, war, dieser Mann, wo du sagtest, dass Mohammed, er sei der Gerichteste nach Mohammed, von wem wird er dann jetzt so, auf welcher, ich weiß nicht, in welche Richtung ist er dann? Sunniten oder Schiiten? Ich habe gesagt, du hast ja eben gesagt, dass... Was hast du gesagt? Hallo? Ja, ich höre dich. Rede du einfach weiter. Ich habe hier schlechten Empfang. Ja. Also, was ich sage ist, der Mann, der der Gerechteste sei nach Mohammed. Ich habe jetzt den Namen von ihm vergessen, was du eben gesagt hast. Auf welcher Richtung, von welcher Richtung bist du denn jetzt angenommen? Von den Schiiten oder Sunniten? Von den Sunniten, das ist Omar ibn al-Khatab. Der Mohammed sagt in einem Autor, nach Bukhari, dass er sehr viel von Omar ibn al-Khatab hält. Und wenn es einen Propheten nach ihm geben würde, dann wäre es Omar ibn al-Khatab. Weil dieser Mann so eloquent ist und ultra-f***-wissen mit... Und... ... 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 in einem authentischen Hadith, dass er Ali übertrieben liebt und dass man auf Ali hören sollte. Verstehst du? Mhm. Ah. Und da fängt dann diese Auseinandersetzung an. Genau. Also die Schiiten sagen, dass der rechtmäßige Kalif direkt in die Familienbande von Mohammed übergeben müsste. Und das ist ja dann Ali. Weil er ist ja der Vetter von Mohammed. Er ist ja sein Schwiegersohn, sozusagen. Er hat ja Fatima geheiratet. Die Tochter von... ... ... von Mohammed. Ja. Ja, okay. Ja gut, dann... Deswegen gehört er direkt zur Familie von Mohammed. Ich glaube, so wie es auch scheint, ist Ali der Cousin sogar von Mohammed. Die Tante von Ali ist die Schwester von seiner Mutter gewesen. So ist es die Überlieferung, wenn ich mich nicht täusche. Aber die Muslime können mich hier korrigieren. ... falls ich etwas Weißes sage. Aber so ist es. Also ich denke schon, ja. Okay. Und ich habe auch irgendwie die ganze Zeit gehört, dass Mohammed eine Sechsjährige geheiratet hat. Stimmt das so? Oder ist das so eine Lüge? Bitte lauter sprechen. Ich habe auch gehört, dass Mohammed eine Sechsjährige geheiratet haben soll. Ist das wahr oder? Ja, natürlich. Das ist absolut authentisch überliefert worden und befindet sich auch in den islamischen Traditionen. Und der Koran gibt das ja dann auch wieder in 2065 Vers 4, durch die Ausleger der... sowohl bei den Schiiten als auch bei den Sunniten. Das Heiratsalter im Iran war bis dato neun. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat oder nicht, aber nach dem Muster von Mohammed und Aisha. Also die Schiiten, in den schiitischen Quellen ist auch verzeichnet, dass Aisha zu der Ehe neun Jahre alt war. Ey, das ist heftig, ne? Ja. Aber wie kann man das dann vertreten? Da gab es eine Diskussion. Wie vertreten die das dann? Ich weiß nicht, ob das eine Diskussion war, aber ein Sunniter hat sich mal die Aufgabe gemacht, in die schiitischen Schriften einzutauchen und hat dann den Leuten gezeigt, dass auch bei den Schia der Fall ist, dass Aisha bei der Eheschließung neun Jahre alt war. Deswegen sagt der Imam Khomeini, dass das Alter für die Heirat in einem schiitischen Gottesstaat neun Jahre alt ist. Und ich denke nicht, dass Imam Khomeini ein Unwissner ist. Er ist eine hohe Autorität in der Islamwelt gewesen. Und Ali Khamini macht das ja reifend. Was? Das hat mich gerade wirklich negativ überrascht, weil ich dachte, also ich weiß schon, dass sie schon aggressiver sind, die Muslime, aber ich dachte halt irgendwie, dass es trotzdem schon so Unwahrheiten gibt, weißt du, die gesagt werden, aber wenn das stimmt. Ich meine, zum Beispiel, ich habe gerade geguckt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, ich habe auch die Quelle hier, von den Büchern. Und wenn du bei Sunna.com einfach Dolls, ein Gifspuppen, dann wird das schon kommen. Dann siehst du, dass der Mohammed Ariche mit in sein Haus genommen hat und sie hat ihre Puppen mitgenommen. Heftig. Das Spielen mit Puppen ist eine Sache, der Ariche erlaubt worden, da sie noch ein kleines Kind war, das noch nicht das Alte der Pubertät erreicht hat. Der Mohammed hat einfach mit einem frühpubertären Kind verkehrt. Und von wo kam dieses Mädchen? Wurde die einfach so von der Straße oder war das von irgendeinem Vater? Nein, das ist die Tochter von einem seiner Weggefährten, Abu Bakr. Den ersten Kalif des Islams, der Nachfolger Mohammeds. Das ist heftig. Aber er selber war überhaupt nicht begeistert, als Mohammed nach der Hand von Ariche gefragt hat. Er hat mit einer sehr komischen Reaktion reagiert. Und zwar hat er zu Mohammed gesagt, aber ich bin dein Bruder. Also der Abu Bakr hat eindeutig richtig reagiert, wie jemand, der besorgt ist um seine Tochter und sie nicht einfach so hergeben wollte, weil er dachte, wie kannst du mich als Mann, der in meinem Alter ist, nach meiner sechsjährigen Tochter fragen, aber ich bin dein Bruder. Wie kannst du das denn machen? Verstehst du? Ja, nee, das ist wirklich heftig. Weil ich würde mir dann auch denken, dass ich schon sehr geschmackslos von Mohammed dann, dass er sowas macht. Aber ich dachte mir dann so, noch geschmacksloser müsste ja der Vater dann sein. Dass er seine eigene Tochter einfach an einem 50-jährigen... Ja, nicht nur das. Nicht nur das. Die Muslime sagen, dass das ganz normal war damals so, Kinder heiraten und sowas. Und dann sehen wir auf einmal eine Geschichte in Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 2, 1, dass Abu Bakr und Omar nach der Hand von Fatima, der Tochter von Mohammed, angehalten haben. Und dann sagte der Mohammed, sie ist zu jung. Und dann fragt man sich denn allen Ernstes, erstens, wie können zwei erwachsene Männer nicht sehen, dass dieses Kind zu jung war? Wie alt war denn dieses Kind, wo Mohammed gesagt hat, sie ist zu jung? Wie kommen denn diese beiden überhaupt auf die Idee, nach der Hand von so einer Kleinen denn zu fragen? Haben Sie denn nicht gesehen, dass dieses Kind noch ultra unreif ist? Das ist so ekelhaft, ne? Und zum Glück bin ich auch ausgetreten, aber halt so eher auch so, also schon aus diesen Gründen, aber ich wusste gar nicht, dass es so schrecklich ist, weil je mehr ich lese, je mehr ich schaue, desto schlimmer wird es jedes Mal. Sag ich doch, je tiefer man eindringt, je mehr man sich mit der islamischen Geschichte auseinandersetzt, desto mehr kommt der Wahnsinn zum Vorschein. Das ist das. Und die Lüge wird immer weiter klar sein. Amir, ich wollte nur sagen, ich finde es sehr gut von dir, dass du dich so traust, das öffentlich zu sagen, weißt du? Wir müssen das ja machen. Sollen wir alle unseren Mund halten? Oder wie? Nein, weil ich bin nicht auch jeden Tag dagegen. Nur das Problem ist momentan, ich weiß nicht, in der Politik auch, finde ich. Ich weiß, es ist eher so jetzt christliches Stream, aber ich finde, was ich dazu sagen möchte, was mich halt sehr traurig macht, ist halt, dass man dann so bei Sachen wie bei SILD, das war auch ein sehr geschmacksloser Moment, was da passiert ist. Nicht falsch verstehen, Leute. Aber dass man dann bei solchen Kalifaten-Demos oder irgendwelchen Free-Palästina, River to the Sea und Intifada und all diese Sachen, halt, dass man da irgendwie das mitmacht, dass man das sogar irgendwie so als gut sieht, da sehe ich dann diese Dopumoral von dieser Politik in der Linken-Szene, finde ich. Ja, solche Themen sollen uns ja bei Laune halten, verstehst du, im Hintergrund geht ja mal was ganz anderes ab. Das sind solche Themen, die für uns alle bereit gemacht werden und im Hintergrund ist wieder was ganz anderes am Laufen. Das ist genau das, was die Unternehmen schon immer gewesen sind. Solange man sich ja spalten, solange die Gesellschaft gespalten ist, dann läuft es sehr gut. Kann man sie gut kontrollieren, ja genau. Eine gespaltene Gesellschaft lässt sich leicht kontrollieren, ganz einfach. Weil wenn man halt einheitlich gegen ein Problem geht, was wollen die dann machen, weißt du? Deswegen möchte man das. Das sieht man auf Facebook, auf Social Media, diese Algorithmen-Namen hier, wo die extra für diese Leute so eigene Wabbel kreiert haben, weißt du, über das Internet. Ja, ja, klar. Das ist heftig. Mittlerweile ist das ja alles KI-gesteuert und alles. Deswegen haben wir uns unbedingt Leute, ihr müsst da wirklich aufpassen. Wirklich, weil sie so... In einer rasanten Geschwindigkeit diese Technologie sich entwickelt, ne? Das ist krank. Da passiert dann auch wieder so eine Machtübernahme, weißt du? Nur eine Sache, hier schreibt jemand, Abdul Wahid, glaube ich, heißt das, auch wenn ich den Namen falsch ausspreche, wie oft muss man natürlich sagen, wo bleibt euer Heiliger Geist es so verstehen? Ich verstehe nicht, was... Ah, nee, sorry, falsches Kommentar hier. Wie oft noch, meine Güte, das war eine andere Zeit. Reife einer Frau ist nicht gleich wie heute, die Zeit. Das hat auch dieser Ananas-Islam irgendwie mal als Argument gesagt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja typisch Ananas-Islam-Style. Das meine ich nämlich damit, dass die Leute, also Muslime, sich dann ins Internet setzen und dann versuchen, irgendwie diese Katastrophe zu rechtfertigen und dann mit den abstrusesten Sachen um die Ecke kommen, wo man sich denkt und einfach nur den Kopf schüttet und sagt, sag mal, tickst du überhaupt noch richtig? Dein Koran ist ein zeitlos gültiges Buch und du hast das jetzt sogar 65 Vers 4 dass die Muslime von Allah ihnen erlaubt wird, Kleinstkinder zu heiraten. Das ist doch das Problem. Allahs zeitloses Wort ist gültig. Und wenn die Muslime eine Mehrheitsgesellschaft bilden, die Scharia eingesetzt wird, dann siehst du ja das, was wir die ganze Zeit anpangern, in der Realität umgesetzt. Und das sehen wir in der islamischen Welt. In der islamischen Welt werden Kinder en masse verheiratet, am Fließband. Da ist das normal. Der Anas Islam schämt sich einfach nur Grund und Boden. Wie ist das hier? Da habe ich dieses Video von ihm gesehen, wo er das versucht hat zu erklären. Weißt du, ich weiß nicht, ob du Irfan Peci kennst, das ist ja auch ein Islamkritiker, der ist ja genauso wie wir ein Ex-Muslim. Und der hat dagegen diskutiert und er schneidet die Videos immer so für seinen Vorteil, weißt du, und wirkt dann noch eigene Erklärungen ab, wo Irfan gar nicht mehr da ist. Das heißt, man sieht halt, wie stark er es versucht zu verdrehen und zu manipulieren. Natürlich, der ist ein richtiger Listenspiel. Wie sein Gott, ein Listenspiel. Muslime sind so. Muslime sind so. Das ist ja eine Studie, Amir, von der Pubertät in Deutschland, okay? Und diese größte Blamage ist einfach, dass da zum Beispiel die Pubertät sogar noch später, vor 100 Jahren war. Verstehst du? Das heißt, er hat sich dann selber ein noch aufgeben. Selber ein noch auf. Damals waren die Kinder, aber überhaupt noch gar nicht reif. Heutzutage sind die viel reifer. Durch dieses Essen, was die eingeführt bekommen. Siehst du ja, wie eine 14-Jährige aussieht. Sieht so aus wie eine 25-Jährige. Aber damals war das Essen noch gar nicht so mit, hier sagen wir schnell, gespritzt und alles Mögliche. Diese Leute sind am Ende, man. Diese Leute sind am Ende. Aber trotzdem, selbst heute mit all dem, okay, kann passieren, weiß ich nicht, da kann ich jetzt nichts sagen für die Zukunft, aber wie du gesagt hast, Jugendliche, Mädchen, Jugendliche, Jungs sehen heute aus wie Erwachsene. Früher, vor 100 Jahren, die sahen da aus wie 10, als sie 10 waren. Verstehst du was ich meine? Okay, kein Problem, kein Problem. Wenn das wirklich so ist, dass damals die Kinder frühreif waren, warum sagt dann Ibn Hajar al-Asqalani, der große Gelehrte des Islams, der Sayyid Bukhari erklärt, denn Sayyid Bukhari 61, 30, das Archer mit Puppen gespielt hat und das ein Zeichen ist, dass sie noch nicht ihre Menstruation hatte und überhaupt nicht in die Pubertät gekommen ist. Also dieses Kind war ein unreifes Kind. Es war wirklich ein unreifes Kind. Und sie hat erst mit 14 ihre Menstruation gehabt. Ich habe die Fatwa hier. Ich habe die Fatwa vor meinen Augen. 14 Jahre von den Gelehrten. In der Schlacht von Chaibad hat sie ihre Periode bekommen. Manche sagen sogar in Tabuk. Da war sie 16. Mohammed hat wirklich ein kleines Kind angefasst. Wahnsinn. Ja, das ist heftig. Die können das nicht, diese Muslime können sich das nicht eingestehen, dass sie Propheten pädophiler Mann war. Ja, nenn es wie du es willst, aber auf jeden Fall ist es schrecklich zu jeder Zeit. Nicht schrecklich. Man hat es schrecklich zu fassen. Und ganz, ganz und gar nicht ein 6-jähriges Kind. Das ist ja heftig. Wir sind schon empfunden, wenn wir zum Beispiel 15-Jährige heiraten oder 14-Jährige oder was auch immer, da ist man ja schon erschrocken und empört. Aber 6! Digga, das ist in der Klasse. Ich bin mal vor, ein leerer, nee, ein 50-jähriger Mann erheiratet ein Mädchen aus der 1. Klasse. Aber aus der 1. Klasse. Dann wird ja eine Meute kommen. Du würdest es ja gar nicht mehr sehen. Das ist krank. In Afghanistan ist es, fast jeden Tag ist es der Fall. Da kommt ein alter Sack und holt dieses kleine Kinderhack. Kennt ihr dieses Video? Weil die Familie sich kein Essen mehr leisten konnte. Da hat sie von einem älteren Mann... Da kommt ein alter, dreckiger Mann. Nicht reinreden. Das ist völlig klar, sorry. Da hat dieser Mann ihnen Geld gegeben, damit sie ihr Essen bezahlen. Und dann auf einmal musste die Familie das Geld zurückzahlen und konnte nicht. Und die wurde mit so einem alten Müllsack verheiratet und hat sie dann mitgenommen. Und die war unter Tränen und hatte Angst gehabt mit einem 60-jährigen Opa mit verdreckter Hose und Sandalen und hast du nicht gesehen und wie der Ausleidetyp. Einfach nur eben. Na, das kannst du keinem erzählen, ey. Hier, schreibt dieser Amir, Amir, dieser Abdul Wahid schreibt, wie oft noch, Alter, ist eine andere Zeit als damals. Okay. Okay. Ein auf eine, eine dazu. Wenn das früher eine andere Zeit war wie damals, warum sagt man, warum, wie steht man darauf, dass der Koran zeitlos ist? Der Mohamed ist ja das zeitlos gültige Vorbild. Wenn er ein Kind hat, dann sagen die Muslime, dass das das Schönste und Beste ist. Dann werden sie es auch tun. Der Abdul Wahid schämt sich einfach und versucht eine Ausrede zu finden. Ja, da siehst du schon in den Kommentaren. Komm, bitte, Abdu Wahid, bitte. Lass das, ich hab schon mit dir reden, du bist ein Kind, was man tut. Nimm dir mal hoch, ich bin gespannt, was er dieser, also nur wenn du möchtest, ist dein Stream, aber ich schreib dir nie die Vorrede. Der ist ja, der war manchmal verrückt, ich hab schon mit dem geredet, der macht mich verrückt, das sind so Leute, die überhaupt null ihre Sichtweise mal ein bisschen ändern, Sichtweise ändern wollen und einfach nur ihren Unsinn erzählen, die zum Beispiel so ein anderes Islam davon sich gibt und überhaupt in der Realität wieder gar keinen Sinn ergeben, weil wir sehen in der islamischen Welt, dass die Leute einfach Kinder verheiraten. Wahnsinn, und zwar Neunjährige, Sechsjährige, alles. Und das ist ja nur eine lange Liste, die das anschaut. Abdel Wahid, warum soll ich mir Abdel Wahid denn anhören, wenn ich mir die islamischen Gelehrten durchlese? Wer hat denn mehr Gewicht, ein Abdel Wahid, TikTok-Muslim oder ein Scheech aus der islamischen Welt? Also ich bitte dich, das soll zerstören. Du bringst es jedes Mal perfekt auf den Punkt. Ich finde auch, du bist sehr gut belesen in den Religionen, da macht es ein Muslim sehr schwer, dass er bei dir so die Sachen umbringen kann. Weißt du? Weil die machen das ja bei Leuten. Ein richtiger Muslim leugnet doch nicht seine Schriften und sagt, ja, auch wenn wir Kinder heiraten dürfen, ich akzeptiere das, weil Allah das offenbart hat. Das ist das. So ein Abdel Wahid anders als Islam, die haben Probleme mit dem Koran und Islam. Nichts anderes. Die haben ein Riesenproblem mit ihrer eigenen Religion. Er schreibt hier gerade, wir haben euch alle widerlegt. Ende mit euch, Herr Hakik. Ja, okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Meine letzte Frage. Du hast doch gerade gesagt, man darf die Religion verleugnen. Was ist denn mit Takiyah? Oder verstehe ich das falsch? Ja, Surah 3, Vers 28 erlaubt dem Muslim unter bestimmten Bedingungen dann sein Glauben zu verleugnen, wenn er unter Todesgefahr steht. Aber das ist die eine Sache. Der Muslim kann sogar den Nicht-Muslimen ins Gesicht lächeln, während er sie verflucht. Das ist auch nochmal die andere Sache. Zusätzlich kommt noch dazu, dass man sogar lügen darf, um dementsprechend Menschen in die Ewigkeit zu schicken. Wahnsinn, ne? Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, der Prophet hat ja am Ende auch seine Rechnung bekommen. Er wurde ja von einer Jüdin seinen Abgericht als sie ja vergiftet, ne? Ja, mein Lieber. Okay, ich muss mal weiter, man. Ich hole dich später wieder rein, ja? Gott segne dich. Schönen Tag dir noch. Dankeschön, Herr. Ja, ja, auch. Gott segne dich. Mach weiter. Es ist wirklich sehr schön, was du machst, Amir. Gott segne dich, mein Bester. Halte mal am Herrn Jesus Christus fest. Ciao. Ja, dankeschön. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben. So, da ist euer Dr. Schecher Abomir und euer Mitstreiter in Christus und in Sachen Menschenrechte. Gott segne euch und eure Familie, ihr Lieben. Lasst niemals zu, dass ihr euren Fokus von Jesus Christus verliert. Haltet immer auch bei diesen politischen Themen immer den Fokus auf Jesus Christus, ne? Selbst wenn wir mal politisch werden, selbst wenn wir mal so weltliche Dinge auch durchgehen, sollten wir niemals den Fokus verlieren auf Jesus Christus, ne? Ich liebe euch. Ihr seid meine Geschwister und möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Amen. Daran erkennt man uns aneinander, dass wir aneinander viel, dass wir aneinander lieben. Richtig? Geliebte lasst uns aneinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Amen. Na gut, der Herr Jesus Christus soll ich euch das ewige Leben schenken? Die Ewigkeit Dankeschön. Das ist das Schönste, was es gibt, nach dem Tod dann gerettet zu sein. Ist das nicht das Schönste? Das ist das, was wir aneinander wünschen sollten, das ewige Leben. Wir dürfen niemals unseren Fokus von Jesus Christus lassen. Niemals. Er ist immer die Nummer eins in unserem Leben und egal, was für Sünden wir haben, egal, was für Fehler, Schwächen, Sorgen, Ängste, er sollte immer die Nummer eins sein. Lasst euch niemals von irgendjemandem einreden, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du dies gemacht und wenn Jesus, das sind genau diese Menschen, die noch so viel Dreck am Stecken haben und genau mit dem Finger auf euch zeigen. Das ist das Schlimmste. Das ist das Kranke daran. Das ist das Kranke. Genau das meint der Herr. Zieh erstmal den Balken aus deinem Auge und dann fang an, bei deinem Bruder den Splitter rauszuziehen. Das ist das. Ja, genau. Hallo? Aydin. Aydin. Günaydin. Günaydin. Naaber, canım? Ihmisin? Nasissin? Aydin. Aydin, Baba Joe. Doktor Şeyh, aber mir ist auch auf und zumatürkisch. Der war daif. Aydin war daif. Der war richtig daif. Doktor Şeyh Abu Amir beherrscht sieben Sprachen. Gottes Segen. Gottes Segen, ist nicht Turban. Turban sage ich auch noch. Turban. Ich meine Urban. Kein Problem. Ich trage auch gerne Turban. Ja, aber echt. Du hast doch Turban an. Guck dir das mal an. Ein ziegenhaftiger Turban. Vor diesen Turban fürchten sich die Muslime, aber er ist da. Ja, heute habe ich Sonderangebot, wenn es um Fragen geht. Für 2,99 Euro, Urban. Aydin, da hast du ein gutes Thema eröffnet. Hast du dir das Statement von Anas Islam angeguckt? Da habe ich mir ein bisschen mal drüber geguckt. Ich dachte, ich konnte einfach, ich habe mir das, sofort habe ich ausgehört. Ich dachte, so guck mal, wie du das wieder relativiert und nur auf eine Überlieferung wieder zurückgehst, die nur ein Blödsinn von uns gibt und die ganzen Nackentherapien, die der Mohammed angeordnet hat, aus acht lässt. Das ist so krank. Das ist einfach so krank und verstörend, was der macht. Ja, aber er hat ja was Gutes gesagt. Ich weiß nicht, ob du die Stelle im Sinn hast. Am besten kann ich die abspielen. Er hat gesagt, der Prophet hat gesagt, ein Gläubiger würde niemals einen hinterhältigen Pumpupunkt machen. Ja. Hast du das gehört? Ja, genau. Einen hinterhältigen Mordplan oder was. Und selber hat er selber getan. Genau. Das wollte ich ja sagen. Er hat einfach Tequiro auf seinen eigenen Propheten gemacht und gesagt, er ist ein Ungläubiger. Deswegen sage ich, wenn du dein Wissen von Anas Islam nimmst, du hast den Bezug zur Realität verloren. Glaub es mir. Wenn du Anas Islam dir Wissen von Anas Islam aneignest und seine Argumente dir nimmst, du hast den Bezug zur Realität verloren. Glaub es mir. So war ich hier sitzen. Weil jeder Fünfklässler dich dann fertig machen wird aufgrund deiner eigenen Texte und deiner eigenen Gelehrten, die genau das Gegenteil sagen von dem, was Anas davon sich gibt. Genau das Gegenteil. Der eine schreibt wegen Joker. Ich war gestern in einem Live, da war der bei Christen, als ich hochgegangen bin und da habe ich gesagt, jetzt erwische ich ihn mal und debattiere mal mit ihm. Da hat er mich hoch und runter beleidigt. Alles, was bei mir zu beleidigen ist und dann ist er einfach abgehauen. Ja, das siehst du mal. Ja, ich würde das nochmal sagen mit Anas Islam. Vielleicht hast du das nicht gesehen. Falls du jemals mit ihm debattierst, dass du immer drauf aufmerksam machst, dass er einfach gesagt hat, dass sein Prophet ein Mundläufiger ist. Sobald er seinen Mund aufmerksam ist, dann weiß ich genau, wo was ist, wie, wo, wann. Soll eine Mahnung sein an die Christen und die Muslime. Guckt mal, was sie machen. Leute, sie müssen lügen. Sie müssen unbedingt um jeden Preis lügen, um die Religion zu verteidigen. Sie wissen, dass sie lügen. Ihr wisst es nicht. Ihr geht verloren. Weil wie heißt es in der Bibel, sie selber werden nicht in den Himmelreich kommen und sie verwehren euch auch den Weg ins Himmelreich. Ja, genau. Selber wollen sie nicht hindurch. Aber die, wenn sie reingehen wollen, lassen sie auch nicht durch und hindern sie daran. Die Bibel bewahrheitet sich jeden Tag mehr und mehr. Direkt vor unseren Augen sehen wir das. Sie alle. Sie sind schon verurteilt. Leider. Ja, Gottes Segen haben wir. Danke, dass du mich hochkollt hast. Ich wollte das nur noch mit Anas erwähnen. Gottes Segen. Okay. Okay, Robert. Ciao. Ja, ich habe ja, ich habe ja letztens der, der Anas hat sich auch über mich lustig gemacht und mich als Irren abgestempelt und sowas. Der, gerade der, der Typ, gerade der sagt zu mir ein Irrer. Wo die Muslime, wo der da hingeht und, äh, Michael Stülzenberg umarmt, seine Gehirn gewaschene Schoda, äh, von sich gibt. Wenn ich gesehen hätte, dass dieser Attentäter in den Bus oder LKW eingestiegen wäre, ich hätte versucht, ihn aufzuhalten. Und wenn, sogar seinen Tod hätte ich in Kauf genommen. Damit ich, äh, die Muslime, äh, einfach wie so Idioten dastehen lasse und den Dschihad aufhalte. Das ist krank. Weil, weil ich bin anders als Islam und, äh, ich mach meine eigene Version des Islams. Und, und ihr sollt von mir lernen und nicht von Dr. Sheikh Abu Amir. Habt ihr's gehört? Der, der ist irre, der, der, der Amir. Dieser Ex-Muslim. Amir, bro. Amir, bro. Du, Kauna! Wie der immer so redet. Jetzt muss doch noch Anas Islam werden, ne? Was der krass haben wir schon. Jetzt muss doch noch die Rolle von Anas Islam annähen. Das ist unglaublich, ey. Als wäre das irgendeine Autorität in der islamischen Welt, dass man den so irgendwie... Das ist krank. Das ist heftig. Die Muslime sind... Ja, wen haben die denn, die Muslime? Die haben ja niemanden. Da kommt dann so ein Anas, der dann wenigstens eine kleine Reichweite aufgebaut hat und irgendwas von sich gibt. Ja, nehmt ein bisschen was von ihm. Ja, sorry. Lasst uns, äh, lasst uns mal für die Familie des, äh, der verstorbenen, äh, Menschen, die vor kurzem auch gestorben sind, auch in Palästina, Israel, der Polizist und alle, lasst uns mal kurz eine Minute nehmen und, äh, für alle Menschen, die gerade unschuldig gestorben sind, beten, ja. Hey, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass ich wieder diese Gunst der Stunde nutzen darf, Herr, um deinen heiligen Namen zu ehren, zu loben, zu preisen und dich anzubeten, mein Herr und mein Gott und dir zu danken, Herr, dass ich überhaupt noch hier auf dieser Erde sein darf, Herr. Ich weiß nicht, was du mit mir vorhast oder mit uns vorhast, Herr, aber ich bitte dich, nutze uns für dein, für dein, für deine gute Sache, Jesus Christus, um wundervolle Seelen noch mit ins Himmelreich aufzunehmen, wo sie einen Platz bekommen, wo sie in Frieden dann leben, wo es keine, kein Tod mehr gibt und wo das Lamm und der Löwe miteinander spielen, ja. Ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit uns wirklich Kraft schenkst und uns nicht dem Feind aussetzt, Herr Jesus Christus, sondern dass du uns weiterhin die Möglichkeit gibst, noch ganz viele Menschen mitzunehmen, ins Himmelreich, Herr Jesus Christus, und dass sie bei dir sind und deine Heiligkeit erleben dürfen, Herr. Ich bitte dich auch für Israel und Palästina, Herr, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört und für die ganzen unschuldigen Menschen, die dort gestorben sind, Herr, und ihre Familienmitglieder begraben mussten, Herr Jesus Christus. Wir können uns gar nicht vorstellen, was in den Köpfen der einzelnen Menschen vor sich geht, die ihre Familienmitglieder verloren haben aufgrund von geopolitischen Strategien und diesem ganzen Wahnsinn, der dort stattfindet. Wir sind keine Experten und wir wissen manchmal nicht weiter, aber das Gebet, das du uns gegeben hast, ist ja unsere Waffe, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich einfach auch für die Familie des Polizisten, die jetzt gerade ihren Sohn, ihren Mann, Freund und auch Mitstreiter für eine bessere Gesellschaft zu Grabe tragen müssen, Herr Jesus Christus. Wir können uns diesen Schmerz gar nicht ausmalen, einen Menschen zu verlieren aufgrund von so einer Tat. Jesus Christus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du ihnen Kraft schenkst in ihrer schwierigen Stunde, Herr. Und dass du auch viele Muslime durch diese Tat aufwächst, dass ihre Religion nicht das ist, was sie glauben, glauben zu sein, Jesus. Dass diese islamischen Schriften ja voll sind von diesem Wahnsinn her. Und dass wir viele Menschen durch eine gewisse Reichweite erreichen können, um das da aufzuklären und ihnen zu helfen, Herr Jesus Christus, dass sie auch dich erkennen, den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben, dass du sie rufst und ihnen Frieden schenken möchtest, Herr, und ihnen vergeben möchtest, Herr Jesus Christus. Wir beten auch für unsere verfolgten Geschwister, die jetzt auch wieder das Leid durchmachen müssen, Herr Jesus Christus, sie, ja, um deines Namens willen, geächtet werden, verfolgt werden, ermordet werden und ihr Leben lassen müssen, daher bitte ich dich, uns alle zu stärken, auch diejenigen, die in dir gestorben sind, ihnen den höchsten Platz bei dir zu geben, Herr, und uns weiterhin die Möglichkeit zu geben, ein ehrbares und ruhiges Leben zu führen, in dieser Zeit, in der wir gerade stecken, darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen, Amen, 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 Wir müssen uns nun mal in die Lage versetzen, von der Frau, von den Polizisten, aber auch von dem Familienvater, von einem Palästinenser, aber auch von einem der gerade sein Sohn, seine Tochter zur Grabe trägt, oder er, sein Sohn, seine Tochter zur Grabe trägt, sein Vater, seine Mutter, wer auch immer, auf beiden Seiten ist das zu beklagen, auf beiden Seiten, den glaube ich, sie lassen unschuldig ihr Leben, unschuldig verlassen sie diese Welt, das ist einfach so krass, das Einzige, was der hier machen kann, ist der Nile Karaman, Allah ist der Größte, Wundervoll, anstatt sein Mitgefühl für alle verstorbenen Menschen, die gerade unschuldig verstorben sind, also unschuldig gestorben sind, sein Mitgefühl auszudrücken, hat er nichts besseres zu tun, als Allah ist der Größte zu schreiben, unglaublich, ist einfach nur noch eine Katastrophe, ehrlich, eine Katastrophe, Ja, kann sein, dass der verhärtet ist, ja, weiß man nicht, aber wir beten für ihn, wir beten für ihn auch, wir beten für alle, die mit so einem bösartigen Gesinnung unterwegs sind und Andersgläubige ihr Leben nehmen aufgrund ihrer Texte, oh, du hast mein dies beleidigt, oh, du hast mein das beleidigt, oh, du hast den kritisiert, oh, du hast das kritisiert, jetzt muss ich aber handeln, schaut euch das mal an, wie minderbemittelt muss man bloß sein, wie minderbemittelt, wie minderbemittelt, anstatt Größe zu zeigen, anstatt Ehre zu zeigen und zu sagen, ich muss, muss nicht meinen Gott rächen oder quasi ihn zu benutzen, also, dass er mich braucht, um euch zu strafen, nein, mein Gott kann das auch ganz alleine, mein Gott kann das auch ganz alleine, sobald ihr in die Ewigkeit geht, werdet ihr dann die Konsequenzen eurer Taten, die ihr hier auf Erden geleistet habt, zu spüren bekommen. Ja, der Attentäter von Mannheim hat sein gesamtes Leben vernichtet, er ist immer noch nicht aufnahmefähig, die ganze Welt will wissen, warum er das getan hat und dann kriegt ihr natürlich Schock, wenn er sagt, er hat meinen Propheten beleidigt. Viele Muslime in diesem Land sind verunsichert, haben selber Angst, dass auf einmal jetzt ein Gegenschlag gegen sie verübt wird, obwohl sie ganz normal friedlich ihr Leben hier leben und so geht es dann weiter. Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion, das ist das. Auf eine Aktion folgt dann immer eine Reaktion. Jetzt toben natürlich die ganzen Menschen hier in diesem Land, sind natürlich auch verunsichert, viele Muslime wollen diesen Wahnsinn auch gar nicht, dass Menschen hier hinkommen mit Kalifats Gesinnung, Scharia und sowas, das überhaupt nicht hier zu dieser Gesellschaft passt und auch nicht wollen, dass diese Gesellschaft islamisiert wird, sondern einfach jeder einfach so leben kann, wie er möchte. Unter dem Grundgesetz sind wir alle gleich, du brauchst doch nicht andere zu unterdrücken aufgrund deines Glaubens, nein. Keiner will so eine Religion haben, niemand. Selbst die Muslime sind sogar abgeschreckt von der Scharia. Fliehen aus Ländern, wo die Scharia herrscht, um ein anderes Leben zu leben und anfangen sie hier dann wieder an. Wie aus den Flüchtlingsheim berichtet, da fliehen die Menschen von Islam und Scharia und denken, dass sie in Deutschland in Sicherheit sind, dann gehen sie durch die deutschen Innenstädte und sehen, ey, diese Leute sind ja alle hier und es ist ja voll davon. Es ist so paradox. Ich mache mir bitte um Aufklärung bei Herr Lanz. Ja, genau, ich muss zu Markus Lanz. Mit der, mit der Riese, mit meiner Riesenlanze. Leute, wer hat Bock mir ein Kettenhemd zu kaufen, Leute? Weil 2024 musst du Kettenhemd anziehen, um aus dem Haus zu gehen, ey. Das ist so heftig, ey. Habt ihr gesehen, was ich auf Instagram gepostet habe, ey. Einfach so Ritteranzug. Und das Grandiose ist, wenn ihr da unten geguckt habt, in den letzten, äh, in den letzten paar Stunden haben sich einfach 30 Leute, äh, oder mehrere Leute dieses Teil gekauft. Weil die total Angst haben, ey. Das ist Wahnsinn. Siehst du nur noch so Ritter, wie die hier rumlaufen. Oh, boah. Einfach krass. Excalibur. Nicht mehr Ex-Muslim, sondern Excalibur. Nennt mich dann Excalibur. Dr. Scheer, Excalibur-Avir. Dankeschön, die Däge. Was? Kettenhemd mit Halalkreuz. Mit Halskrause, also. Halalkreuz. Ich hab Halalkreuz gelesen, aber du meinst, äh, Halskrause. Ja. Ja, es ist einfach nur beschämend. Es ist beschämend, was hier seit 2015... Guck mal hier, ich hab ein Video gespeichert. Hört euch das mal bitte an. Die ganzen Straftaten, das ist unglaublich. Die Messerattacke in Wangen ist nur der jüngste Fall einer ganzen Reihe von Gewalttaten, die in den vergangenen Jahren von Flüchtlingen verübt wurden. Attacken mit Messern haben aber auch insgesamt deutlich zugenommen, wie Marian Kuhn berichtet. Würzburg 2021. Ein Flüchtling aus Somalia tötet drei Frauen mit einem Messer. Zahlreiche... Heftig, ne? Ein Flüchtling aus Somalia nackentherapiert drei Frauen auf offener Straße. Absolut krank. Weiter. Weitere Menschen verletzt er schwer. Illa Kirchberg, 2022. Ein Eritreer ersticht ein 14-jähriges Mädchen. Ihre 13-jährige Freundin überlebt schwer verletzt. Ein Eritreer sticht auf zwei kleine Mädchen ein. Die eine ist tot und die andere schwebt in Lebensgefahr. Ich glaube, das war sogar eine Türkin, ne, das Mädchen. Siehst du? Ich glaube, sogar die Eltern Muslime. Und das Kind ist jetzt nicht mehr da aufgrund von irgend so einem Wahnsinnigen, der hier rübergekommen ist. Und wer übernimmt die Verantwortung? Habe ich nicht gesagt, auch die Muslime müssen hier um ihr Leben bangen. Heftig, ne? Wie hieß sie? Eje, ja genau, Eje hieß sie. Ja, ja, genau. Ja, das ist auch wieder vergessen, in Vergessenheit geraten lassen, ne? Das ist auch wieder in Vergessenheit geraten lassen. Ach, die war Alevitin, ja. Okay. Aber trotzdem, es ist ein Menschenleben, ob sie Alevitin war, Sunnitin war, Schiitin war oder was auch immer. Das ist eine unschuldige Seele, die aus dem Leben gerissen wurde. Ist doch völlig egal, welchen Glauben sie hatte mal. Ob sie Zeugen Jehovas war oder sieben Tags-Atlantisten oder was auch immer. Dieser Mensch hat doch ein Recht zu leben. Ja, das ist doch egal. Bruckstedt 2023. Ein mehrfach vorbestrafter, staatenloser Palästinenser sticht mit einem Messer wahllos auf Mitreisende ein. Der Angreifer tötet zwei Menschen, verletzt weitere fünf teilweise schwer. Ein Palästinenser im Zug sticht wahllos auf irgendwelche Leute ein, ne? Zwei tot, unzählige schwer Verletzte. Ja klar, die können sich ja nicht Waffen besorgen, deswegen holen sie sich einen M-E-S-S-E-R. Dann kriegst du ja überall. Guck mal, wie die berichten, ein Mann. Sie sagen also nicht mehr den Syrer, der Typ, der seinen Zeigefinger hochgehalten hat im Gerichtssaal, der überhaupt gar keine Reue gezeigt hat. Das war der doch, der in diese John Reed Fitness mit McFit oder was das da war, reingelaufen ist und einen 21-jährigen Dschihadist dich dann auseinandergenommen hat. So ein Dschihadist. Nein, bitte spam mir nicht die Kommentare, wie ihr wollt. Ich bitte dich. Mach ein wenig mal dein geistiges Auge auf und seh mal die Dinger, wie sie sind. Komm, du bist auch ein intelligenter Junge. Du erkennst doch auch die Dinge, die hier zur Zeit ablaufen, auch mit deiner Religion und was der Islam so seit 1400 Jahren verzapft hat. Also komm, ich bitte dich. Und auch in den letzten Tagen in Nienburg, ein Gambier greift Polizisten mit einem Messer an. Die Beamten eröffnen das Feuer. Der Mann stirbt. Uldinnen, ein Mann hat ein Messer vor einem Supermarkt. Als Polizisten eintreffen, bedroht er sie. Die Beamten schießen auf den Mann. Bei seiner Festnahme leistet er heftigen Widerstand. Immer wieder und vor allem immer häufiger wird in Deutschland zugestochen. Das belegen Zahlen des Bundesinnenministeriums. Im vergangenen Jahr gab es hierzulande 1160 Fälle von Messergewalt. Ein Plus von über 30 Prozent im Vergleich zu zweit. Heftig, ne? Ein Plus im Vergleich von 30 Prozent, was abgegangen ist durch die ganze Flüchtlingswelle. 2022, besonders gefährlich, Bahnhofe. Mehr als die Hälfte der Taten wird hier begangen. Doch von wem? Auch hier liefert das Bundesinnenministerium Zahlen. 51 Prozent der Täter haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Besonders alarmierend, auch Kinder greifen immer häufiger zum Messer. Im vergangenen Jahr viermal so oft wie noch 2022. Die Messerattacke in Wangen. Ist das zu fassen, ist das zu fassen, was man sich hier reingeholt hat, ne? Das ist so krank. Wie willst du denn, wie willst du sowas denn erzählen? Man holt sich also Menschen rein, man bietet ihnen Schutz und Obdach. Und diese Leute ziehen M-E-S-S-E-R und hauen das in die Menschen rein, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele IS-Kämpfer hier in Europa sind. Was meint ihr, wie viele Leute von denen hier sind, wovon wir überhaupt gar nichts wissen? Was ich damals schon zu ABK gesagt habe, meint ihr Abdellahalim, ABK? Bist du das Wahnsinn, du Realitätsverweigerer? Die sind doch alle hier. Die sind alle hier. Zu zig Tausenden und warten auf ihren Befehl. Und dann, wenn die Leute berechtigterweise sagen, ey, das kommt uns so vor, als hätte man hier ein trojanisches Pferd, was hier gerade vonstatten geht. Dass man diese Leute hier einschleust und quasi das Ganze ja wie so ein trojanisches Pferd wirkt. Wer hat also ein Anliegen, diese ganzen Massen von Leuten aus ultraheftigsten Gebieten hier rüber zu holen? Unfassbar, unfassbar. Dann haben wir ein gehirngewaschenem Tiervogel, der auf einmal wieder sagt, ja, guck mal, was die da sagen, als wäre der Islam und die Muslime so ein trojanisches Pferd. Ja, sehen wir doch, in der Realität macht das doch absoluten Sinn. Abu Hamza. In der Realität macht das doch absoluten Sinn, wenn wir sagen, dass das Ganze so wirkt wie ein trojanisches Pferd. Dass die Muslime, die hier reingekommen sind, die Kuffar, als das sehen, was sie sind. Nämlich Ungläubige, deren Blut halal ist. Aber da du ja Abu Hamza bist, der perfekt Arabisch sprechen kann, perfekt Arabisch lesen kann, nicht in der Lage ist, die islamischen Schriften einmal für uns aufzuschlagen. Ja, kann ja auch nichts Gutes rauskommen aus deinem Mund, Abu Hamza. Was soll denn da Gutes rauskommen, Abu Hamza, aus deinem Mund? Und wenn du nicht in der Lage bist, die Bücher von Sheikh und Islam aufzuschlagen, wenn du nicht in der Lage bist, die Tafsile aufzuschlagen, dass das Blut eines Kärfels nur unter dem Vertrag geschützt ist. Sonst ist das Blut eines Kärfels immer legitim. Unglaublich. Unglaublich. Ja, der Pierfogel muss natürlich diese Haltung einnehmen, weil er sich in einem machtlosen Zustand befindet. Ach, du willst eine Quelle? Gebe ich dir. Guck mal hier. Einen Moment. Einen Moment. Hier. Imam Ibn Taymiyyah, Rahimullah, sagte, Und Kufr zusammen mit Muharrabah, Kriegslust, ist in jedem Kafir vorhanden. Daher ist es erlaubt, ihn zu versklingen. Ebenso, wie es erlaubt ist, ihn zu nackentherapieren. Abu Hamza, Sagst du nicht immer Rahimullah Ta'ala zu Ibn Taymiyyah? Hä? Abu Hamza? Und dann wunderst du dich, wenn du eines Tages aufgrund deiner Gesinnung von Menschen hier in dieser Gesellschaft auseinandergenommen wirst und du auch noch diese Gelehrten preist, die dafür zuständig sind, diesen Wahnsinn hier in Deutschland zu praktizieren? Hä? Abu Hamza? Schande, 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 Schande. Imam As-Shaukani, Rahimullah, sagte, der Mushrik, ganz gleich, ob er kämpft oder nicht kämpft, sein Blut ist halal, solange ein Mushrik ist. Das sagt zum Beispiel Imam Schaukani. At-Tabari sagt zum Beispiel zu Zuhre 8, Vers 60, Rahimullah Ta'ala steht hier, sagte, sie, die Gelehrten des Islams, waren sich einig, dass wenn ein Mushrik die Rinde aller Bäume von den Haram in Makkah um seinen Hals und auf seinen Armen tragen würde, ihm dies nicht den Schutz gewährt, gewährt, nicht nackentherapiert zu werden, außer dass die Muslime ein Abkommen der Dimmah oder der Sicherheit mit ihm abschließen. Oh, ich denke, Dr. Sheikh Abu Hamid ist ehrlicher als diese gesamten Muslime, die sich nicht trauen, die Wahrheit über den Islam zu sagen. Ihr Miesen, ihr Miesen. Keine Sorge, ich werde das überall in ganz Deutschland verteilen. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr schon nicht zu eurer Religion steht, dann werden wir das Ganze thematisieren und die Muslime müssen sich dann Gedanken darum machen. Und wir werden das einer breiten Masse der Bevölkerung zeigen, damit alle sehen, was für eine Religion das ist. Und dann will ich nochmal sehen, ob du nochmal wagst, zu sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Wollen wir dieses Spielchen spielen, ihr Muslime? Wenn ihr euch also schämen für den Islam und wenn ihr nicht bereit seid, standzuhalten und die islamischen Schriften den Rücken zu stärken, dann geht raus aus dieser Religion. Dann habt ihr mit dieser Religion nichts. Hallo? 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 Hallo, Maria? Hallo? Ja, hallo? Hallo, ich bin von Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Danke, meine Familie auch. Danke, dass du hier redest. Es tut mir so leid, diese Politiker. Es tut mir so leid. Heute ist ein schwarzer Tag. Diese Afghaner, gesetzloser. Was hat dieses Land mit dieser Religion gemacht? Das war gar nicht. Verrotten, zerfallen. Das ist dein Landsmann, ja? Du bist auch Afghan. Ja, leider, ja. Es ist so gesetzloser. Wir sind hier gekommen. Ja, viele Afghaner haben sich schon zu Bord gemeldet. Die waren sehr, sehr entsetzt, dass das ihr eigener Landsmann sowas macht. Das ist so. Und dann kommt die paar Muslime und dann erzählt ein Märchen. Eine Dame war hier, eine Dame war hier, eine Dornrussin schlafen. Ja, Islam ist friedlich, müssen sie nicht alles zusammen mischen und so weiter und so fort. Diese Wurzel ist diese, das ist das, das ist das. In Afghanistan haben wir 45 Jahre wegen dieser Glauben gekämpft. Zerrotten, zerfallen, zerstritten. In Japan wurden zwei Bombeartümer geworfen. Jetzt Japan ist die ganze Welt vorne. Weil Gott sei Dank war kein Islam da. Ja, auf jeden Fall. Und die reden so im Kindergarten. Die müssen, die sind nach der Augen nicht zu. Die hat ihre Realität verschlossen und ihr Ziele in den Märchen. Andere Leute auch. Ja, Islam ist sehr friedlich. Wo ist dieser Friede? Wo? Ja, gar nichts. Es ist so unverständlich. Ich ehrlich gesagt, ich schäme mich. Ich schäme mich zum Grund. Am liebsten, ich werde gestorben. Statt dieser Philistist. Ja, stimmt. Es ist so, es ist so geschehen. Wie ein Herr, das hier gibt es, diese Haditha sind alle falsch. Vorher im Anderzimisch, aber die Worte, ich konnte nicht da hochkommen. In dieser Haditha ist es nicht richtig. In der Haditha ist es nicht richtig. Entschuldigung, dass ich so sage. Dann musst du deinen Arsch hochheben, diese Bücher verbrennen. Das ist nicht richtig. Und ich sage gar nichts. Aber wenn Hart zum Hart kommen, dass sie sagt, ja, diese Haditha ist nicht richtig. Was erzählt dieser Gerüchte? Was erzählt dieser dumme Arsch? Äh, äh, sowas nicht sagen. Mach's gut. Gott segne dich und deine Frau. Nein, nein, sowas nicht sagen. Sonst werden wir gesperrt. Du darfst, du musst aufpassen, was du sagst. Das ist heftig. Ja, aber, ja, ich verstehe auch die Aufregung, klar. Also, ihr seht das, was ich euch gerade vorgelesen habe. Das sind so Aussagen von den Gelehrten, von den Großgelehrten, ne? Wo der islamische Staat sich darauf bezieht und dementsprechend dann auch handelt. Also, wer den islamischen Staat verunglimpft oder gar behauptet, dass der islamische Staat ein idiotischer Staat ist, wie zum Beispiel vier Vogel. Oder dass das eine Horde von Wahnsinnigen sind oder von Extremisten, die die Religion falsch verstanden haben. Da müssen wir eindeutig sagen, dass die islamischen Schriften das Gegenteil sagen. Ja, dass das die authentische Gruppierung ist und dass sie im Namen Allahs alles durchsetzen, was die Gelehrten sagen, was Allah sagt und was Mohamed in seinem Leben praktiziert hat. Deswegen, ja. Man bräuchte, man bräuchte, ich glaube, der Abu Bakr al-Baghdadi, ich glaube, der hatte mal eine Debatte geführt gehabt. Ich glaube, der hat Sef einige Sekten dementsprechend demoliert, ne? Aufgrund der islamischen Texte. Weil der hatte ja einen Doktortitel im islamischen Recht gehabt, der Abu Bakr al-Baghdadi. Und ich glaube, man gehört zu haben, dass der irgendwo Diskussionen geführt hat mit den Leuten, um sie von seiner Ideologie bzw. vom Islam, von seinem Islamverständnis dann halt zu überzeugen. Und da hat er die einen nach dem anderen plattgemacht. Weil er das alles im Einklang bringt, ne? Auch die sogenannte Dispensation innerhalb des Islams, ne? Dass der Allah zu verschiedenen Zeiten verschiedene Verse herabsendet. Und die letzte Etappe von Mohameds Leben, die diese Etappe ist, die die Muslime auch in die Tat umsetzen. Genauso handelt wie in Mohameds Lebzeiten. In Schwachheiten ruhig sein, in Zeiten der Stärke angreifen. Wahnsinn, ne? Voll die brutale Religion. Voll die brutale Religion. Ach, was sagt Hansi dazu? Was soll er denn dazu sagen? Der Astor, der Michael Stürzenberger. Der würde am liebsten sagen, er würde am liebsten seine ekelhafte Gesinnung zur Schau stellen. Der einzige, der es getan hat, war unser Disco-Tänzer, der Samra. Dieser Bauchtänzer. Ihr seid Bauchtänzer. Was der da sagt, heftig. Was der da sagt. Ich habe mir gestern so eine Reaktion von einem... Von so einem YouTuber, der darauf reagiert hat. Ja, sehr viele IS-Sympathisanten sind mit ihren Accounts hier auf TikTok. Ne, seht ihr das? Sehr viele. Wir sehen in letzter Zeit ultra viele so Fotos auch von Abu Bakr al-Baghdadi, seine Anhänger, die dann so Videos hochladen und alles mögliche. Das ist heftig. Das ist heftig. Die befinden sich alle in Deutschland. Es sind sehr viele deutsche Accounts auch mit dabei. Sehr viele Twitch-Accounts. Ja, Marcel, was sagst du denn zu der derzeitigen Lage, die deine islamischen Schriften ja eindeutig belegen, ne? Also, Dr. Cheikh Aboumir. Mir war das schon damals bewusst, als ich mich vor 25 Jahren zum Islam bekehrte. Und da hatte ich schon den Vertrag gehabt, dass der Allah, subhanahu wa ta'ala, mich dazu aufruft, Andersgläubige Nacken zu therapieren. Aber das habe ich außer Acht gelassen. Deswegen war ich viel damit beschäftigt, über Allahs Körperteile zu reden. Weil das erschien mir wichtiger für Dr. Cheikh Aboumir. Und Allahs Körperteile sind natürlich wunderschön. Und ich hatte damals einen Hindu-Gott gelehrt. Aber heute bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das alles natürlich Blödsinn ist. Und deswegen habe ich mir auch die Gedanken gemacht und bin da einfach rausgegangen. Und mittlerweile sehe ich mich halt gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die dann Allah, subhanahu wa ta'ala für mich dann gemacht hat. Danke. Danke, Marcel. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für dein Interview. Was sagst du dazu, Anas? Amir, Bro. Wo warst du? Ich bin doch hier. Wo war ich denn? Die ganze Zeit bin ich doch hier. Amir, Bro. Warum läufst du von mir weg? Amir. Amir, Bro. Ich laufe doch nicht vor dir. Ich bin doch immer hier. Mach du einen Livestream. Ich komme zu dir. Wir reden über einige Bestandteile des Islam. Das ist doch kein Problem. Ach nein, Amir. Ich will doch, dass wir uns treffen. Gesicht zu Gesicht. Das habe ich ja auch mit Irrfern gemacht. Und das macht man ja heutzutage so. Ja, aber ich möchte das nicht. Ich will dich nicht treffen. Ich will dich nicht sehen. Wir können miteinander reden. Okay, ist kein Problem. Bin ich doch bereit. Ja, aber Amir, Bro. Das wird doch viel schöner werden. Dann kann ich ja wenigstens Klicks auf deinen Nacken machen und einfach wieder meinen Blödsinn erzählen. Komm, gönn mir das doch mal. Bro. Oh, komm, Amir, Bro. Nein, Anos. Nein. Don't worry. Be happy. Ach, Mann, Mensch. Was denn da kommt in den Händen? Ab und zu mal mussten wir auch mal ein bisschen... Wir können ja auch über uns selber lachen. Ich lache ja auch über mich selber. Also ich bitte euch, wenn wir hier und da mal ein kleines Scherz hier machen, ich denke, dass diese Leute auch ein bisschen drüber hinweg sind. Oder wollen wir das Ganze jetzt hier auf die Goldwaage legen oder was? Hallo? Doch nicht mit dem guten Dr. Scherer-Boamil. Nee, das doch nicht. Der Dr. Scherer-Boamil, der darf da. Der ist doch ein Ehrengast hier in Deutschland. Der Ehrenausländer. Dr. Scherer-Boamil. Ich bin ein Ehrenausländer hier. Meint ihr, ich bekomme irgendwann mal meine eigene Straße? Die Dr. Scherer-Boamil-Straße. Stellt euch das mal vor. Aus gegebenem Anlass und... Aus... 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 Die Erzeugung, dass Dr. Scherer-Boamil immer uns gute Aufklärungsarbeit geleistet hat und zu den Pionieren seiner Zeit gehörte, widmen wir ihnen eine Straße in Berlin. Die Dr. Scherer-Boamil-Straße mitten in Berlin-Kreuzberg. Amma. Ist das nicht wundervoll? Die Dr. Scherer-Boamil-Straße, die wird dann immer... Äh... Äh... Die wird dann immer... Da kommen dann immer die Pilger hin, um die Dr. Scherer-Boamil-Straße zu besuchen. Da kriegst du dann Camel-Urin. Die Hetz-Straße. Meint ihr, es gibt die sogenannte Hetz-Straße bestimmt? Ach, Mann. Betet immer für mich, ihr Lieben. Betet ihr, meine Wundervollen. Betet immer für euren Dr. Scherer-Boamil. Ich komm gleich wieder. So, da bin ich wieder. Euer Dr. Scherer, wo er mir wieder lebt und lebt. Ja. Ja, gewisse Themen muss man halt immer wieder aufarbeiten, ne? Ja, die dürfen nicht vergessen, die sind halt gerade... Ich hoffe, ich glaube, Corona und diesen ganzen Wahnsinn und daraus, ähm... Äh... Was jetzt auf dieser... In dieser Gesellschaft überhaupt abgeht, wie die Leute drauf sind und, äh... Wie sie bereit sind, anders... Andersdenkende, äh... Mit... 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 Mit dem Hammer wegzuknallen. Das ist unglaublich. Ultra-bösartig. Ultra-bösartig. Ja, wir haben das Mitgefühl füreinander verloren, ne? Diese... Diese Liebe ist in dem... In den Herzen der Menschen erkalten. Die sind total bösartig. Total bösartig. Total bösartig. Und so sagt die Heilige Schrift, ja. In den letzten Tagen wird die Liebe erkalten. Einer erhebt sich gegen den anderen. Und, äh... Wir sehen das ja, ne? Ja, diese Ellenbogengesellschaft ist... ... simpel geworden, ne? Traurig. 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 Obwohl die Bibel sagt, jeder ist sein eigenes Glückgeschmied, ne? Schade, schade, schade. Genau, der Mensch redet, wovon das Herz voll ist, ja. Selbe. Der Mensch redet, wovon das Herz voll ist, ja. Der Mensch sät aber auch sehr viel Böses. Und dann wird er auch Böses ernten, ne? Wer Böses sät, der wird auch Böses ernten. Wenn du Gutes siehst, so wirst du Gute ernten. Ich hoffe und bete, dass, äh, diese Arbeit, die wir hier geleistet haben, dass sie in Ewigkeit niemals verloren geht und viele Menschen errettet wurden, wir viele Menschen erreicht haben und, ja, einfach unseren, äh, Beitrag dazu geleistet haben, ne? Wie ist denn die derzeitige Lage? Oh, mal ganz kurz. Der Mensch sät, der bei dem Messerangriff in Mannheim sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, lag tagelang mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Seine Lage war sehr kritisch und vor einer Stunde hat er leider sein Leben verloren. Ich möchte mein tiefstes Beileid an die Familie aussprechen. Sowas darf, hm. Ja, hättest du mal deine islamischen Schriften aufgeschlagen, äh, Serhat, Mr. Shishik, da hättest du verstanden, dass derjenige, der, äh, Michael Stürzenberger umlegen wollte und auch in den Polizisten gemacht hat, ein absoluter arnischer Muslim war. Der genau verstanden hat, wenn jemand seine Religion kritisiert, so Mohammed ihm das gesagt hat, dass man den Menschen nackentherapieren soll. Hättest du dich wenigstens auch mal entschuldigt für deine islamischen Schriften, hätte man gesagt, okay, der ist wenigstens ehrlich. Hättest du wenigstens gesagt, das hat mit... So, da hätte man dich ernst genommen, aber jetzt deine... Aber jetzt diese komische, äh, Mitleid und Bekundungs, äh, hier, Dings und dies und das, ja. Ja, weil er natürlich heftig selber in der Kritik steht mit seinen, mit seinen Islam-Zeugs, was er da macht und, äh, ihre Demos veranstaltet und alles Mögliche, ja. Der sieht eher so aus wie so ein, äh, wie so ein westlich orientierter Mensch, dieser, äh, Aggressionsprobleme. Sieht gar nicht so aus wie so ein Moslem, der, 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 ich glaub, der wird auch bestimmt so gehatet für seinen Aussehen. Das ist, das ist doch kein Moslem sein. Sedat ist ein Scharia-Befürwort, ja, aber was befürwortet der eine Gesetzgebung, die für ihn selber problematisch wird, das musst du ihm ergeben. Das ist, das ist Stockholm-Syndrom. Die alle leiden unter Stockholm-Syndrom. Lasst uns eine Gesellschaft, lasst uns Scharia einführen, eine Gesellschaft, äh, wo unsere eigene Religion und unser Verhängnis wird. Das müsst ihr euch mal geben. Lasst uns eine, äh, Gesellschaft nach der Scharia formen, die uns selber zum Verhängnis wird. Unglaublich, unglaublich. Weil mir fehlen die Worte, diese Leute sind heftig. Diese Leute sind so krass. Weidel greift wegen Mannheim frontal an. Tim Kellner, mal gucken, was der sagt. Oh, bei den Göttern, nein. Roderico Kiesewetter, CDU-Politiker bei Wahlkampf verletzt. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten, Gundula. Und die beginnen auch mit einem Angriff auf einen Politiker hier bei uns. Nein, was passiert? Wurde er weggemessert? Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter ist an einem Wahlkampfstand im baden-württembergischen Aalen attackiert worden. Der 60-Jährige wurde gestoßen und geschlagen und dabei leicht verletzt. Oh, bei den Göttern, das Mann haben ja einen Scheißdreck gegeben. Und hier auch Lars Klingbeil. Es ist unfassbar, dass er heute attackiert wurde. Aber über Mannheim konntest du, kleiner Heuchler, keine Silbe verlieren, oder? Und die Propagandamaschine läuft auf Hochtouren. Europa geht als islamfeindlich. Der angegriffene Michael Sturzenberger wird vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Was soll das heißen? Warum wird der Michael Sturzenberger vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet? Ich verstehe die Welt nicht mehr, Herrliche. Das ist krank. Warum sollte man ihn denn beobachten? Für was denn? Plant er irgendwelche Attentate? Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Warum sollte man ihn denn... Dahinter steckt eine ganz andere Maschinerie. Dahinter steckt eine ganz, ganz andere Maschinerie. Das ist doch Quatsch. Wer soll denn sowas noch ernst nehmen? Also Staatsschutz für sowas für Michael Sturzenberger. Ich bitte nicht, komm. Das ist der Wahnsinn. Also ein Islamkritiker, der verstanden hat, was der Islam seit 1400 Jahren anrichtet und da, wo die Mehrheit der Muslime dann in einer Gesellschaft angekommen sind, um das Gesetz zu verändern, das sollten wir nicht thematisieren oder wie oder was? Dass der Islam seine eigene Gesetzgebung hat und niemanden über sich duldet, sondern alles dem Islam unterworfen werden muss. Was ist denn hier los in dieser Gesellschaft, Mann? What's happening? What's happening? What's happening? Ja, ja, genau so. Heiliger Bernhard! Heiliger Bernhard! Ja, Heiliger Bernhard, genau. Heiliger Bernhard, der von Maria, Mutter Maria gestillt wurde. Hansi. Wo ist die Quelle Hansi? Google Bild. Ich meine, wie? Wie will man sich noch auf den Knochen blamieren? Wie kann ein Mensch überhaupt noch sein Gesicht zeigen? Nach so einem Blödsinn. Ich zeig sie, ich zeig sie an mir. Ich zeig sie, ich zeig sie an mir. Mami groß, Mami groß, wenn du bist ein Mann. Mami groß, wenn du bist ein Mann. Eine Manna. Mag mich riesengroß. Renni weg, Renni weg, Mami groß. Renni weg. Ja, wie gesagt, ich bin groß Hansi. Renni weg. Oh, Mama, was willst du? Wer entwegt? Du bist eine große Luga. Genauer dieses Gespräch, wenn Italiener miteinander reden. Danke, Roman of God. Wo ist das? Ah, ja. Pablito, genau. Der Pablito war das. Ja, wenn Italiener miteinander reden. Oh, wei. Oh, wei. Oh, no, no. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Ganze Konversation führen. Das nenne ich tolle Konversation. Hört sich so an, wie diese wundervolle Konvertierung. Und so weiter und so fort. Hallo. Hallo. Wie gehts? Ja, mir gehts gut. Gott segne dich und deine Familie, mein Kleiner. Ich auch so. Ich wollte dich mal fragen, wann bist du eigentlich konvertiert? Ich bin nie konvertiert. Wie, bist du christlich geboren? Ja, konvertieren kannst du in eine Religion. Ich bin aber niemals in eine Religion konvertiert. Aber du heißt ja Ex-Muslim. Ja, genau. Ich habe Religion verlassen und bin zu Jesus Christus, dem ewigen Sohn Gottes gekommen. Amen. Also bist du nicht konvertiert? Nein, konvertieren kannst du nur in eine Religion. Ich bin auf die Suche nach Gott gegangen und habe Jesus Christus gefunden. Amen. Und nennt sich diese Religion nicht, ja, Christentum, ne? Ist ja eine Religion, also musst du ja irgendwie konvertiert sein oder nicht? Nein, der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen zur Buße und nicht die, die sich für gerecht genug halten. Okay, okay. Aber zu meiner Frage zurück, wie kam es denn? Also, dass du gesagt hast, okay, der Islam ist falsch für mich. Ja, ich habe meine eigene Recherche betrieben und habe einige Dinge herausgefunden aus Koran, Handys und Sunda, wo ich mir dachte, das könnte keine normale Religion mehr sein. Allahs Worte sind nicht perfekt in unsere heutige Zeit auch überliefert worden. Du siehst ja, dass es heutzutage mehr als 14 verschiedene Koranversionen gibt und das nennt sich Keda'at, Lesearten. Und diese weichen voneinander ab und keiner weiß genau, was Allah da wirklich herabgesandt hat. Das ist ja das Schlimme daran. Und wir sind ja alle total unterschiedlich voneinander. Und wie siehst du das bei der Bibel? Die Bibel hat einen Grundtext. Wir haben unzählige, tausende von Manuskripte, tausende von Manuskripte und Aussagen von Kirchenvätern und alles mögliche, die du das Neue Testament und beziehungsweise die Bibel auch bis in unsere heutige Zeit rekonstruieren kannst. Dazu wurden ja auch die Jesaja-Schriftrollen am Totenmeer gefunden, die eindeutig beweisen, dass unsere Bibel niemals verändert wurde. Nie. Aha, okay. Also die Bibel ist unverändert? Unverändert. Unverändert. So wie sie ist, ist sie immer noch gleich geblieben. Guck mal, du bist ja immer so Dings, dass du eine gewisse Verse aus dem Koran zitierst. Was sagst du denn zu den Versen aus der Bibel, die auch so extrem sind? Ja. Wie zum Beispiel, da wird ja auch zitiert mit Kopftüchern, Frauen ohne Kopftücher, dass man die auch abschlachten soll. Ich weiß jetzt nicht zu 100 Prozent, aber so in dem Kontext ist es dasselbe. Nein. Und die Erstgeborenen, die... Nein, Mann. Du musst dich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, Mann. Erzähl doch nicht hier so Quatsch. Was denn? Das ist... Warte mal. Ist das aus der Bibel oder nicht? Nein. Was für abschlachten wie Kopftuch, Mann. Ich glaube, du verwechselst das ein bisschen mit Islam oder was? Nee, überhaupt nicht. Darum geht's ja. Okay, was ist denn mit den Erstgeborenen, die umgebracht werden sollen? Nein. Die Bibel ruft zur Heiligkeit auf. Und wenn in der Gemeinde eine gewisse Ordnung herrscht und der Apostel Paulus sagt, wenn ihr in die Gemeinde kommt, dann bedeckt euer Haupt. Oder wenn ihr weiß sagt oder wenn ihr betet, doch nicht, dass man jemanden abschlachten soll, Mann. Was hast du denn gelesen? Ich glaube, du warst bei Ibn Tamir in den Büchern unterwegs. Nee, das ist zu 100% aus der Bibel. Aber ich werde dir den Vers mal raussuchen. Das ist kein Problem. Eine andere Vers... Kann ich dir erklären? Ich erkläre dir doch meine Schrift. Ja, okay, aber bist du Dings oder was? Kennst du die Bibel auswendig? Nein, aber ich weiß, wo gewisse Stellen stehen und ich weiß, worauf du ihn ausfällst. Okay, ich werde dir... Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht zu 100% ob Abschlachten steht, aber so in dem Kontext war es dasselbe. Also enthalten. Aber wenn du sagst, nicht zu 100% wäre es dann nicht angeboten, wenn du das einmal wenigstens lesen würdest. Es läuft doch auf dasselbe hinaus. Enthaupten, umbringen, töten. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Okay, ich danke dir für dein wundervolles Wissen, mein Lieber. Möchtest du noch etwas wissen? Okay, meine letzte Frage. Dürfen, kriegst du Schwein essen oder nicht? Ich danke dir, dass du dabei warst. Gott segne dich. Aber warum gehst du denn nicht darauf ein? Unglaublich, ne? Wie oft müssen wir das Thema denn noch durchgehen? Wie oft sind wir Juden? Sind wir Juden, dass wir zum Volk Gottes gehören, wo Gott seine Gebote und Verbote für sein eigenes Volk gegeben hat. Wir sind Heiden, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamen und der Herr für uns andere Gebote und Gesetze hat. Wir gehören nicht zum irdischen Volk Israel. Wir gehören zum himmlischen Volk Gottes. Wir sind nicht dem irdischen Volk Gottes. Wir sind zum himmlischen Volk Gottes gehören. Und der Herr sagt dir nicht, was in deinem Mund reingeht, macht dich unrein. Sondern was aus deinem Mund rauskommt. Genau diese Worte, die Mohammed zum Beispiel gewählt hat. Geh und beiste den Pien jetzt deines Vaters. Oder hey Kumpel, dessen Mutter eine abgeschnittene... Ja, ihr wisst schon was halt. Ich weiß nicht, muss ich mich noch hier fusselig, den Mund fusselig reden oder was? Kann man sich denn nicht einige Sachen auch mal merken und das Ganze dann auch sein lassen? Mit diesen ständigen, komischen, 8 Milliarden mal gestellten, beantworteten Fragen oder wie oder was? Ja gut. Ich hatte aber keine Lust mehr mit dem da rum zu diskutieren. Deswegen habe ich ihn rausgetan und hier die Antwort ihm nochmal gegeben, falls ihn das interessiert. Weil er hat noch nicht mal einmal seinen Koran gelesen. Nicht mal einmal die Bibel gelesen, ja. Und wenn du vor Allah stehst, hoffst du auf Rettung eines Propheten? Nein, der ewige Sohn Gottes ist noch gekommen, um uns Vergebung unserer Schuld anzubieten. Deswegen sagte doch der Herr, ich bin gekommen, Sünder zu rufen, zu busseln. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie kennen mich. Und ich kenne meine Schafe. Und ich werde ihr Hirte sein und sie werden meine Schafe sein. Und ich werde sie weiden. Und ich habe noch andere Schafe, die ich weiden soll und führen soll. Damit es eine Herde und einen Hirten geben. Damit es eine Menschheit und einen Gott geben soll. Und zwar Jesus Christus. Amen. Ja, okay. Super. Super, dass du mir zugehört hast, ne. Euer aufzulügen sagte. Unglaublich. Unbelievable. Jetzt müsste eigentlich dieser Skit eingeblendet werden. Dieses Oh mein Gott. Kennt ihr das? Oh mein Gott. Nein. Krank ist derjenige, der sagt, dass Gott erlaubt hat, mit Kindern zu heiraten. Das ist wirklich krank. Mit Babys. Das ist wirklich krank. Das musst du doch zugeben. Aber nicht Dr. Scherer, aber wenn der hier und da mal ein bisschen Spießchen macht. Komm. Für wen arbeitest du? Für den Herrn Jesus Christus. My father in heaven. I work for my father in heaven. Die denken, ich komme von Staatsschutz oder Verfassungsschutz, diese Leute. Leute, das müsst ihr euch mal geben. Die denken, ich wäre so ein Staatsschutzbeauftragter. Unglaublich. Dr. Scherer, aber war mir der alte Staatsschutzbeauftragte. Hä? Danke. Aber ich würde eine gute Figur abgeben, ne. War er Staatsschutz? Dr. Scherer, aber war mir auf der Suche nach Islamisten. Der gute alte Cowboy. Dr. Scherer, aber war mir der gute alte Cowboy. Dr. Scherer, aber war mir der gute alte Cowboy. Der gute Aufhalt, ne. Dr. Scherer, aber ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. theon ist, was auf dem, wenn. ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Wärts. Das ist wichtig. Ich bin der Auserwählte Gottes, ich bin der Prophet und nur was der Koran sagt zählt, die hat diese Zähne nicht, die hat diese Sünde im Isfam verboten. Pierre Vogel und Ahmed Abu Ghraa und Marcel Kras, sie arbeiten alle für den Verfassungsschutz, sie arbeiten alle für Verfassungsschutz, sie arbeiten alle für Verfassungsschutz, das sind alles Spione, die lügen, du brauchst diese oder nicht, du brauchst ja diese nicht, die gelerbten Lügen, Prophet Mohammed das tut, du sollst Prophet Mohammed nicht folgen, du sollst den Koran folgen ganz frei, du sollst die Bibel nicht folgen, du sollst Mohammed nicht folgen, du sollst kein Christ mehr sein oder Jude, du sollst Muslim sein und nur an dem Koran steht, wie man betet, wie man fastet, wie man spendet, diese Imame, diese Schiiten und Sunniten und Alibiten, sie wissen nicht, im Koran steht, wie man betet, sie wissen nicht, wo im Koran steht, wie man betet, sie wissen nichts über den Koran, sie haben ihren eigenen Koran, die sagen, dass ihre Überlieferungen, ihre Sunna besser ist als der Koran. Der ist so ein fertiger Typ, der ist, da steht der mit so einem Stock da, als wäre der so Moses oder was. Ja genau, 007 haben wir von Olaf Scholz. Omar Scholz heißt ja nicht Olaf. Hallo? Hallo. Hallo mein Lieber, Gott segne dich schon deine Familie. Wow, ganz auswendig. Als Muslim, du bist den falschen Weg gegangen, ex-Muslim. Du bist den falschen Weg gegangen. Möge Allah dich recht leiten. Amen. Assalamu alaikum. Ja, siehst du, jetzt kriegt der Tesla an. Habt ihr es mitbekommen, Tesla an? Ja. Ja. So was einfach zu sagen. Ich punktpunkte Kinder sowas in Gaza und so'n Blödsinn. Kannst du nicht einfach sowas sagen, Mann. Und die Eltern von ihm haben ultra große Angst jetzt um ihn, ne? Weil die Muslime ihn mehr wollen als alles andere. Ich habe ein Video gesehen von Tesla an, wie er, wie er, äh, sag mal schnell, so totale Angst zeigt so'n bisschen, ne? Habt ihr das Video gesehen? Oh! Das ist eine andere. Wo war das denn? Ja, auf jeden Fall hat der so mehr oder weniger ein sehr, sehr betrübtes Gesicht aufgetragen und realisiert jetzt gerade, was ihm widerfährt, weil die Muslime haben ihn jetzt angezeigt und das Ganze geht dann zur Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft schaut sich das an und er wird bestimmt aufgrund seiner Aussagen irgendwelche Konsequenzen tragen müssen. Dass man Kritik am Islam ausübt oder dass man gar hier und da mal einen lustigen Vergleich zieht, ich denke in so einer offenen Gesellschaft wie Deutschland ist das gar kein Problem, weil auch Christen und Buddhisten und Hinduisten müssen genau dasselbe aushalten in dieser Gesellschaft. Aber die Muslime sind ja so bedacht, dass sie direkt Andersgläubige dann oder beziehungsweise Leute, die sich dann so ein bisschen darüber lustig machen oder was auch immer, sofort mit Gewalt zu reagieren. Das ist immer der schlechte Weg, immer der schlechte Weg, wenn du mit Gewalt reagierst. Und dann verursachst du nur das Gegenteil, denn dann bringst du die Menschen dazu, erst recht dann weiterzumachen. Das ist das. Die Menschen denken sich dann, aha, so läuft das also ab. Ihr wollt uns aufgrund mit Gewalt einschüchtern? Nein, das geht doch nicht. Na, die Muslime müssen sich Gedanken machen, erstens um ihre Ewigkeit und zweitens über ihren Werdegang hier in Deutschland. Weil die Gesellschaft ist absolut total gespalten und die eine Fraktion, die natürlich die Gefahren des Islams erkannt hat und das Ganze thematisiert und zwar auf breiter Fläche. Und da sind natürlich die Muslime auf der anderen Seite, die keinerlei Kritik zulässt, überhaupt den Islam gar nicht in Frage stellen will, lassen will und nicht bereit ist, den Islam mal kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Und bei kleinsten Äußerungen, die sofort an die Decke gehen, da fehlt ja nicht viel. Das ist sofort total voll mit TNT. Ich glaube, dieser Aggressionsproblem oder was, der hat ihn angezeigt, ne, war das der? Ah ja, genau, der war das, ja. Gucken wir mal. Aggressionsproblem, ne. Ich glaube, da ist anders jetzt. Der Senat, Senat. Shishik. Ah ja, hier. Gegen Tesla-Hahn und zwar kommt die von Anas Islam. Es geht um seine Aussage, dass er sich wünscht, Bomben auf Muslime zu werfen. Der Anas Islam hat den angezeigt, den Tesla-Hahn. Heftig, ne, Anas Islam hat Tesla-Hahn angezeigt und die anderen genauso, guck mal hier. Weil die Welt dadurch ein Stück besser wird. Oder er sagt, dass er sich ein Holocaust für Muslime wünscht. Oder er sagt, Chinesen wissen, wie man mit Muslimen umgeht, Erschießungskommando. Andere ekelhafte Sachen sagt er auch. Und dann sagt er zu seiner Community, dass sie im Krieg gegen den Islam sind und dass die Community sich bewaffnen soll. Also er ruft offiziell zum Terrorismus auf. Ja. Der weiß noch nichts von seinem Glück, weil diese Anzeige ist neu. Und jemand hat es ja auch in seine Telegram-Gruppe reingeschrieben. Daraufhin hat er ein Video in seiner Telegram-Gruppe gepostet, wo er fast am Weinen war, weil sein Vater sich extreme Sorgen um ihn macht. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich noch Social Media weitermachen soll. Ja, es ist klar. Und bitte mach weiter, weil das wird richtig cool jetzt. Und ich werde meine Community auf diese Reise mitnehmen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt gerne diesem Kanal. Alles wird jetzt richtig geil, Leute. Ich habe schon die ein oder anderen Ordner auf meinem PC zusammen mit den ganzen Videos. Und das wird richtig lustig. Ich freue mich mega darauf. Und ja, Tesla. Ich würde mich auch mal mega freuen, die islamischen Schriften, worauf der islamische Staat sich bezieht, wo du sagst, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat. Einmal den ZDF, ARD und WDR durchzudrücken, um dich beschämend zurückzulassen, dass du nie wieder wagst, zu sagen, dass der islamische Staat nichts mit dem Islam zu tun hat, sondern dass du nichts mit dem Islam zu tun hast. Das wäre angebracht. Dass du genau weißt, was Islam ist, sehr hart. Mr. Schaschlik. Äh, Shishik. Hä? Dass du genau weißt, wie der wieder aussieht. Als wäre das Islam mit Seiten auf Null. Was ist das bitte? Das Haram. Mit deiner Haram-Frisur da, ey. Mit Haram-Frisur-Werbung zu machen für Islam. Das ist jetzt die neue, das sind so, äh, wie nennt man das? Äh, die, äh, die, äh, 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 warte, wie nennt man das? Die moderaten Jihadisten. Es gibt sogar noch moderate Jihadisten. Der Schaschlik, äh, Shishik mein ich. Mr. Schaschlik. Ja, ist beschämend. Selber scheint mir ein sehr gebildeter Junge zu sein, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber beim Islam, äh, kriegt er das nicht hin. Beim Islam und die islamischen Schriften ist er absolut blind. Merkt ihr das? Es liegt also nicht an der Intelligenz oder was. Es liegt am Herzen. Er will nicht zulassen, dass der Islam seinem, äh, seinem wahren Weltbild zerbrechen würde. Verstehst du? Also seinem Weltbild gegenüber dem Islam zerbrechen würde. Deswegen hält er sich so mit diesen politischen Themen so, äh, fest oder hält sich daran fest und will sich nicht, äh, kritisch mit dem Islam beschäftigen, um herauszufinden, warum es überhaupt diese ganzen Organisationen gibt, die im Namen Allahs da Anlassgläubige angehen. Ja, das will er natürlich nicht thematisieren, aber ein Tesla-Hahn, auf einmal diese ekelhaften Sachen, äh, jetzt so voll schadenfroh zu sein und jetzt da hinzugehen, Anzeige zu machen und sowas, ja. Ja gut, die Community von ihm, wenn er dann zur Geldstrafe verurteilt wird, die bezahlen ist, egal. Ja, aber das wäre mal angebracht, Mr. Shishik, dass du mal den Islam und die islamischen Schriften auf, auf den kritischen Prüfstand stellen solltest, ja. Wie heißt der, wie nennt sich denn die Gruppe von Tesla-Hahn auf, äh, Telegram? Tesla-Hahn. Tesla-Hahn, shit. Wie heißt denn die Gruppe von ihm? Koran 2.0? 2.0. Ja, mein Bester, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch. Wie geht es dir? Ja, Handel, Jesus, danke dir auch. Guck mal, ich habe eine Frage an dich. Eine oder mehrere? Also eigentlich eine, weil ich habe nicht so viel Zeit. Also ich bin in der Stadt. Ich habe, also, ich, ja, nee, ich bekomme ja mit, seit klein auf, verfolgt man dich ja natürlich, bisher bekannt bei uns allen. Was ist passiert, dass du diese Denkweise hast, Bruder? Also so, ich bin Moslem, ne, ich bin, äh, Handel, Moslem, aber ich frage mich einfach, was ist passiert, dass du diese Denkweise hast und versuchst halt andere Menschen davon zu überzeugen, dass es richtig ist. Also irgendwas im Leben ist ja vielleicht irgendwas passiert, wo du sie sagst, ey, da muss ich jetzt anders handeln. Ja, das Problem liegt genau an den islamischen Schriften selbst. Denn, ja, als ich damals anfing, mich mit dem Islam kritisch auseinanderzusetzen, habe ich ja immer die Befürchtung gehabt, dass doch diese islamischen, äh, Gruppierungen, die im Namen Allahs ja am Wort sind, äh, doch, dass sie doch dementsprechend wahrhaftige Systeme sind. Und dann siehst du, dass, wenn du die Schriften dann aufschlägst, eins zu eins das produzieren, was dort drinnen verzeichnet ist. Und deswegen war ich dann entsetzt und habe mir gedacht, ey, was ist denn, äh, was ist denn verkehrt an denen, die auf einmal im Namen Allahs dann ausrücken und, äh, die Surah 9, Vers 5 in die Tat umsetzen, danke auch. Und, äh, Surah 9, Vers 29 und Surah 9, Vers 123 und die ganzen anderen Verse. Du siehst also, dass der Islam einen sehr, sehr gewalttätigen Kern hat. Aber, ähm, bist du dir sicher, dass du da nicht, äh, Politik, also politische Sachen mit, also, du, du mischst gerade gefühlt Politik und Religion zusammen, oder liege ich da falsch? Nein, der Islam ist ja durch und durch politisch, das ist ja das Problem, danke, Mann. Der Islam und der, der Mohammed war ja ein politischer Führer. Der erste islamische Staat, der von ihm gegründet wurde, war ja in Medina. Ähm, und von dort aus hat er dann seine Gesetzgebung dann durchgesetzt und hat dann die ganzen Dörfer von den Juden angegriffen und sie zum Islam gezwungen, ausgerollt und, und, und. Verstehst du? Okay, dann habe ich eine andere Frage, wenn du die Zeit hast. Danke, Mann. Äh, du, du sagst, du, du sagst ja, äh, Jesus ist Sohn Gottes, richtig? Bitte? Du sagst, ihr sagt ja, Jesus ist Sohn Gottes. Ja, er sagt es selber. Dann habe ich eine Frage. Danke, Mann. Äh, wo, wo in der Bibel sagt Jesus selbst, ich bin Gott. Also wo in der Bibel steht das, dass ich Gott bin. Also Jesus muss er selber irgendwo gesagt haben, ich bin Gott. Das ist ja in, also. Offenbarung 21, 7. Kannst du das vorlesen vielleicht, weil, also. Weil der Herr Jesus Christus sagt, ich werde euer Gott sein und ihr werdet meine Kinder sein. Ich werde, aber er sagt ja nicht, ich bin's. Ja, kann ich sagen, ich werde dein Gott sein? Was ist denn los mit dir, Mann? Warum? Nein. Also man kann einfach sagen, ich werde dein Gott sein. Nein, ich meine, er hat dagegen... Ich werde dein Allah sein. Ich werde dein Allah sein. Nein, Bruder. Unterschied ist bei uns, Bruder. Wir haben, äh, wir haben nicht mehrere Testamente. Wir haben ein Buch und den folgen wir. Die Bibel hingegen, die Bibel hingegen... Ist du so ein Tischer? Mal gucken, wie viel Wissen du hast. Wie viele, keine Art gibt es, die Leute zu sagen. Nein, warte, guck mal. Es geht um die Testamente. Ja, bei euch wurde ja eine neue Offenbarung, äh, bei euch wird das ja abgeändert oder liege ich da falsch? Überhaupt gar nichts abgeändert. Das alte Testamente, die Bücher der Propheten, die davon reden, dass Gott selbst, auf diese Erde kommt. Okay. Und dann, dass Gott mit den Heidenvölkern einen neuen Bund schließt und das wurde sich erfüllt im Neuen Testament mit Jesus Christus. Jesaja 43 in Kombination mit Matthäus 3, Vers 3. Du hast die Bibel noch niemals gelesen, Mann. Bruder, ich bin mit dir reingekommen, um die Sache zu fragen, nicht um mich mit dir zu streiten. Sag ich dir ehrlich so. Aber wenn du keine Ahnung hast, dann lass dich doch belehren oder lies doch einmal selber die Bibel. Aber guck mal, erstens bin ich extra dafür reingekommen, um dich zu fragen. Ja, wie ein normaler Mensch. Oder lüge ich gerade? Ja, aber du tust gerade so, als wüsstest du über irgendwas Bescheid und hast nicht gesehen und du spielst dich so ein bisschen auf und ich sage, nein, dass du denkst, dass das irgendwelche Updates sind oder was auch immer. Nein. Der Herr hat im Alten Testament schon durch seine Propheten gesprochen und hat sich angekündigt, auf diese Erde zu kommen. Und im Neuen Testament ist es so geschehen und die Geschichte wird weitergeführt. Das ist eine riesengschöne Geschichte, die erzählt wird. Die Liebesgeschichte Gottes, die in Jesus Christus sich erfüllt hat. Ja, ich sage dir ehrlich... Die Bibel ist ein Liebesbeweis an den Menschen. Weißt du das eigentlich? Die Bibel ist nichts anderes als der größte Liebesbeweis gegenüber den Menschen. Es hat seinen Grund, dass der Islam nach dem Christentum gekommen ist. Es hat seinen Grund. Es hat seinen Grund. Und solange ihr das halt nicht versteht, haben wir immer diesen Pfeffelskreis, dass jeder anders denkt. Aber alles mit der Zeit. Ich wünsche dir noch das Beste, mein Lieber. Ich wollte nur so ein, zwei Fragen stellen, weil mich das interessiert hat. Ne, man bekommt natürlich viel von dir mit, deswegen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich werde für dich stehen. Bis dir auch. Ja, Gott sei Dank dir. Danke dir. Ja, genau. Das sind diese Muslime, die dann, wenn die mich sehen, ganz normal auf mich reagieren und so. Und zu denen gibt es ja tausend millionenfach hier. Sie wollen niemals... ...wollen sie mir auch nur ein Haarkrüm oder Schaden oder sowas. Aber darunter gibt es auch einige, die dann nicht lange fackeln und dann direkt auch Gewalt anwenden. Ja, 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 ja. ist da der beste man amir ja du bist der beste du hast so einen coolen charakter du bist so ein cooler typ ja jetzt ohne scheiß jetzt mal jetzt mal jetzt mal ohne scheiß jetzt mal ohne flachs hol dir eine frau bruder macht zwei drei kinder und dann machst du die familie kümmert sich um die das die leute jetzt so jetzt so die scheiße die kleinen löwen sind immer da ist doch das beste lassen lassen doch jeden hört doch auf damit immer dieses thema der eine ist besser wie der andere deines wir müssen die wahrheit aussprechen und die wahrheit hat einen namen und die wahrheit heißt jesus christus die wahrheit die wahrheit ist einfach gründe familie kinder mach schön geht eis essen sitz euch in der eisthiele geht in sparen gott segne dich und deine familie wir hören uns wir hören uns ja die lieben alle ihren doktorschef die lieben ihren doktorschef aber du bist ihr liebling sie haben mehr von dir gelernt als von ihren imamen das musst du dir mal vorstellen du hast wollen was gutes gesagt dass er mit aggressionsproblem ein intelligenter mensch ist aber ich wollte sagen die intelligenz beschützt sich nicht vor dem islam kennst du kennst du den fall von dieser austreibung wo die 22 jährige in berlin gestorben ist was da passiert ich habe dir das mal auf telegram geschickt also dieser gruppe von dandy diesen artikel eine 22 jährige kann kannst du nachlesen steht bei der tats oder kann jeder google ihr müsst einfach google berlin exorzisten familie wegen punkt 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 verurteilt eine 22 jährige dame konnte keine kinder bekommen und man hat einen imam geholt dieser imam hat sie sieben tage lang salzwasser trinken lassen eineinhalb liter pro tag damit der djinn aus ihr raum raus geht jetzt kommt der hammer ihr mann ist ingenieur ein ingenieur wir setzen ja voraus dass der mann als ingenieur ja irgendwie intelligent sein muss und ein ingenieur wusste nicht dass man nicht eben sieben tage salzwasser trinken kann die frau ist qualvoll gestorben das war passiert wenn du jetzt in die gruppe gehst von dieser illuminati aufklärung da habe ich das habe ich das reingestellt kannst du gerne den leuten vorlesen oder ich lesen es vor wenn du willst ich kann kurz es hafert also nicht an der intelligenz das ist mir schon selber aufgefallen muslimi sind hier und da natürlich ist es ignoranz und das verdorbene herz mehr ist das gar nicht aber das ist es wie gesagt ihr könnt nachlesen es waren sehr intelligente familie gut behütet ja der mann war glaube ich der mann war wenn ich jetzt nichts falsch sage schon an die 40 und war halt ingenieur ja also ich als nicht ingenieur weiß dass man drei tage ohne was für nicht überlebt und die frau hat dann man kann ihre leidensgeschichte lesen dann in den kompetenartikel weil ich glaube was ich die geschickt habe ist die berliner zeitung dass sie dann halluzination hatte teilweise dann die organe versagt haben also sehr qualvoll und in ihrer letzten flasche hat man knapp 40 gramm salz gefunden das genau so dass das erinnert mich direkt an die geschichte von mohammed der gesagt hat wenn ihr nicht wollt dass sie am tag verhext werden so ist eine ashwa dattl am morgen dann wird euch äh gift und verhexung nichts passieren dann wird euch keine kein gift der welt wird euch etwas anhaben können und dann siehst du auf einmal dass mohammed selber vergiftet wurde und dann sagen die zu mir ahm ihr beleidigt unser islam ist denn nicht imam bukhari der größte der mohammed beleidigt hat der größte beleidiger eurer eigenen religion der uns sagt dass mohammed nicht mal selber auf seine eigenen worte gehört hat dass er ferse vergessen hat dass er kein food gemacht hat beim beten dass er von einem mann den bauch küssen lässt oder selber den bauch geküsst hat was das bitte waren und wenn wir dann erhebliche zweifel haben an diesem charakter von ihm dann müssen wir in die ewigkeit geschickt werden so habt ihr sie noch alle oder was unglaublich hallo warum beleidigst du den kommentar assalamu alaikum ex muslim ja aber warum beleidigst du denn in den kommentaren warum sagst du dem andu id ist das okay ist das schön so zu reden soll miteinander so umgehen natürlich nicht warum machst du das denn dann was hast du dadurch meinst du dadurch wird deine religion schöner aussehen oder was oder bekommt sie immer weiteren schaden ab meine religion ist schön genug aber du siehst du dass deine religion dich nicht verändern kann dass du den kommentar bereichen immer noch sehr wahnsinnig drauf bist man ja aber ich habe noch eine frage ja aber ich habe eine frage genau hallo was war nein ich bin kein kuffar wenn da bin ich ein kerfett du fahrt ist die mehrheit ich bin so ein typ schreibt mir kerl um zu jesus christus es ist noch nicht zu spät ja genau für dich ist es noch nicht zu spät du bist noch nicht in die ewigkeit gegangen du kuffar du bist ein käfer du bist ein käfer das einzige was ihr nur sagen könnt kaffeln monatwerk heuchler 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 heidi komm noch prämie machen ein eins gegen eins sparing gegen dich ja ehrlich was krieg ich dann wenn ich gewinne küsste meine hand wenn du gewinnst küsste auch meine hand ja es war ein billiger wetteinsatz wenn ich gewinne musst du dieses land verlassen wenn du gewinnst küsste meine hand machen wir machen wir woher kommst du auf welcher kommst du denn ja aus buxerode komm ich kennst du montana blake ich wohne neben ihm ja ja hast du schon mal sein und kailo eingeblubbert aber ich habe in der islamischen schrift gelesen dass dein vorbild von al hassan den dn es geküsst hat ja ich wollte noch ein bisschen spiel ich will doch nur spielen oder wie geht dieses lied ich will doch nur spiele dankeschön dank dir ich will doch nur spiel ist das nicht das lied gewinn vor mir war das normale Jesus ist dein Rücken, genau. Mein Herr Jesus Christus ist mein Rücken. He is my back. He is my back. Aber wo war denn nochmal? Kann man mal bitte sagen, wo ich dieses Video von Tesla Han finde, wo er so diplomiert scheint? Wo findet man das denn nochmal? Amir, dem passiert nichts. Der geht über Südkorea Account. Aber der lebt doch nicht in Südkorea, Mann. Der lebt irgendwo in Österreich oder hier in Deutschland oder was? Wo lebt denn der Tesla Han? Deutschland oder Österreich? Der lebt doch nicht in Korea oder was? Sache. Boah, jetzt guck mal, diese ekelhaften PORN-Seiten kommen ja auch wieder hin. Geh mal weg, ey, kann doch nicht wahr sein. Lockieren. 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 Annette Luisan singt das. Ah, okay, alles klar. Ich will doch nur spielen. Das kam mir direkt in den Gedanken. Ja, ich kann diese Sachen hier nicht sagen, Leute. Sonst werde ich gesperrt, Mann. Ich muss immer aufpassen, was ich sage. Ich muss immer alles abkürzeln, mit irgendwelchen anderen Begriffen verzieren, damit ich nicht gesperrt werde von diesem System her. Das ist krank, Mann. Obwohl ich doch nur das wiedergeben will, was hier geschieht. Selbst da werde ich aufgehalten. Das ist krank. Also muss ich eine Art Sprache entwickeln, um das System zu dribbeln. Systemdribbelung nennt man sowas. Aber seitdem ich Nackentherapie gesagt habe, höre ich, überall sagen die auch alle Nackentherapie, ne? In fast jedem Stream, ob es bei Muslime ist, ob es bei Christen ist. Und ich denke mir, guck dir, das waren alle sagen Nackentherapie. Alle sagen Nackentherapie. Alle haben dir das von Dr. Scheef. Nackenmassage geht auf. Ja, aber Nackentherapie ist heftiger. Der therapiert so richtig deinen Nacken. Massage ist, ja, so billig. Aber diese Therapie, die er dann anbietet, und zwar mit seinem riesen SEBEL. Gottes Segen, Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Danke dich auch, mein Bruder. Ja, um den Fall nochmal zurückzukommen mit Tesla Hahn. Ich meine, ich weiß nicht, so ein Gedankengang von mir. Ich könnte ja das nicht eigentlich auch ausnutzen, wenn so ein Ananas ihn jetzt anzeigt, dass er dann irgendwie, stellt euch das mal so bildlich vor, so der Ananas auf einer Seite und der Tesla Hahn auf einer anderen Seite und der Richter steht dann da und dann sagt Tesla halt, ja, okay, Moment, Herr Richter, die Aussagen von mir waren zwar nicht korrekt, eventuell zu hart, und ich zahle jetzt die Strafe dafür, aber was ist, was machen wir denn jetzt mit dem Koran? Kann man den Koran nicht anzeigen und sagen, ja, komm, hier sind Tötungsbefehle, was machen wir jetzt damit? Ja, genau, was ist denn da mit Allahs Beleidigungen? Ja, richtig. Herr Richter, Allah beleidigt Sie, kann man den Koran anzeigen und Allahs? Richtig. Heftig, ne? Ja, da würde ich echt gerne mal wissen, was der Richter dazu sagt, wenn man einfach den Koran mitnimmt zum Gericht, zum Gericht und einfach mal vorliest und sagt, ja, hören Sie mal, Herr Richter und hier steht so und so, was machen wir denn jetzt? Ja, genau. Da müssen wir fair und ehrlich sein, wenn er also beleidigt und dazu aufruft, hier und da das zu tun, was ist dann mit dem Koran, der hier und da beleidigt und da und da aufruft, das zu tun? Richtig. Verstehst du? Sehr gut, ja, genau. Ja, wenn der einen guten Anwalt hat, wenn der Tesla einen guten Anwalt hat, wird das in Sand gesetzt, ja. Ich glaube, das kannst du dann unter der Satire dann, glaube ich, dann mehr oder weniger verpuffen lassen, sagen wir es mir. Das würde mich allgemein mal interessieren, ob jemand schon mal so gegen den Koran überhaupt mal vorgegangen ist, rechtlich halt, dass er dann sagt, okay, das ist hier nicht korrekt, was hier steht, nicht so auf der Straße, sondern wirklich vor Gericht halt. Ich weiß nicht, wie man dann anzeigen soll, aber im Endeffekt könnte man ja sagen, ja, hier ist so ein Buch, das hetzt, wie wie das Buch, wie hier Buch von dem, unser, von den alten Deutschen da, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, ne? Mein Punkt-Punkt-Punkt-Buch und ja, im Endeffekt könnte man das ja auch irgendwie halt verbieten lassen. Ich meine, da sind ja klare Tötungsbefehle drinnen im Buch und das gehört verboten, ganz einfach. Ja, sehr gut, ja, genau. Damit könnte Tesla halt auch argumentieren, naja, was ist so ein Gedankengang von mir einfach und... Ja, ein guter Gedanke, ja, das ist ein guter Gedanke. Ich wünsche dir noch viel, viel Kraft, mein Bruder. Danke für deine Arbeit. Alle Ehre, der Herr Jesus Christus, dem Wunder voll im gerechten Heiligen Amt Gottes. Amen, Amen. Mach's gut, Bruder. Okay, ciao. Ja, der Rabbi Mezani hat recht, ne? Was ist denn dann mit dem Islam und dem Koran und den islamischen Schriften? Die dazu aufrufen, den Staatsanwaltschaft, Nackmi zu therapieren, den Richter dazu auffordern, Nackmi zu therapieren, ihn und zu unterdrücken und hast du nicht gesehen. Was ist denn dein Name? Joami, ich habe auch mal eine Frage. Ja. Kann man das Alttestament dann auch verklagen? Was kann man? Das Alte Testament. Was ist damit? Könnte man auch dagegen rechtlich vorgehen dann? Nein, ganz und gar nicht. Weil das Geschichten erzählt sind, die passiert sind auf verschiedene Völker. Aber der Koran durch die Gelehrten, das zeitlos gültige Wort Allahs ist, das zu jeder Zeit angewendet werden kann. Und wenn du zum Beispiel zur Surah 9, Vers 5 gehst und den Tafsir von Ibn Kathir aufschlägst, sagt er uns eindeutig, dies ist der Schwertvers, in welchem alle friedlichen Verse aufgehoben wurde. Und dies ist ein allgemeingültiger Vers, der auf jedem Platz der Erde angewendet werden darf. Weißt du, was das bedeutet? Diese Gesellschaft müsste millionenfach aufstehen und sagen, heute ist Feierabend, Islam muss auf den Index, alle islamischen Schriften müssen verboten werden. Wer es wagt, in Deutschland Werbung zu machen für den Islam, wird unter Strafe gestellt. Ganz einfach. Guck mal, ich habe ein Video von dir damals gesehen, wo du im Gefängnis warst, wo du meintest, ja, du hast eine islamische Zelle, du hast den Islam sehr ausgelebt, ne? Sehr weiter. Damals zu dieser Zeit. Und dann habe ich von ein paar internen Quellen gehört, dass du im Gefängnis öfters mal die Seife fallen gelassen hast. Stimmt das? Die Seife habe ich fallen gelassen, weil ich die wieder aufgehoben habe, um meine Körper zu waschen. Aber warum geht denn dein Profil in eine... wo tote Hunde drinnen liegen und menstruationsgefleckte Klamotten? Warum lenkt dich vom Thema? Stimmt, das liegt daran, weil du iraner bist? Also weil du noch iraner bist? Oder weil du... Dreck muss man mit Dreck behandeln. So, raus, verschwindet. Dreck muss man direkt mit auch Dreck antworten. Richtiger besessener Typ. Wie geht es dir? Ex-Muslim. Danke, mir geht es gut. Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte fragen, du heisst ja Ex-Muslim und Muslim heisst ja Gott ergeben. Bist du ein Ex-Gott ergeben oder wie? Ne, Muslim bedeutet unterworfen. Da du ein Kamelurin für dich bist, verstehst du nicht, dass man Muslim nicht als Gott ergeben sehen kann? Wo ist denn Gott? Gott bedeutet Allah. Und wem bist du heute unterworfen? Alarm, Alarm muss es dem heißen oder nicht? Siehst du, was du für einen Kamelurin verstand hast? Merkst du das jetzt? Warum heißt Jesus nicht Jesus, sondern Jeschua? Warum nennst du Jesus Jesus? Weil Jeschua, weil Jeschua bedeutet Gott. Weil du ein kleiner Bastard bist, du kleiner Nuttenkind. Jeschua heisst er, er wurde... Raus mit dir, du Satanist. Inkelhafter Typ. Ja, siehst du, dass man solche Leute dann auch lieben muss, es fällt einem schwer, aber was soll man machen? Möge der Herr ihm seine Worte vergeben und ihn zu sich führen. Amen. Möge der Herr seine Augen öffnen und er eines Tages zu ihm führen wird sollen. Amen. Ja, das ist das Gedankengut dieser Leute. Und dann wundert man sich, warum Michael Stürzberg auf die Straße geht und davor warnt. Das ist so krank. Gott, der Segen, Bruder Amir. Gott, segne dich und deine Familie. Danke, ich auch. Amir, es wird mal wieder Zeit für einen Kamelurin-Song oder für Frieden im Islam. Was hältst du davon? Ja, das wäre nicht schlecht. Du kannst mal so eine KI erstellen, dann kann er das machen. Amir, weißt du, was heftig ist? Meine Cousine ist vor ein paar Jahren zum Islam kommt jetzt. Sehr traurig. Mein Beileid. Ja, wirklich, das ist ganz schlimm. Und ihr Mann ist ein Horscher. Und da hat meine Schwester mir letztens erzählt, die war mal bei dem zu Hause und meine Schwester hat den so über Jesus erzählt. Und du musst dir mal vorstellen, der Horscher hat zugehört und war voll, wie nennt sie das, der hat voll zugehört, voll interessiert und hat sich überlegt und sie, sie konvertiert ist, war voll dagegen und ausgerastet. Das muss ich mal überlegen, gell? Ja, ich weiß nicht. Ja, aber jetzt noch mal zum Punkt, weil ich bin da eventuell bald zum Besuch, kann ich mir mal so ein paar Knock-Obs-Verse zeigen, dass ich mir die aufschreiben kann. Du bist da bei mir in der WhatsApp-Kanal. Ja, genau. Da bin ich drin. Du hast noch ein bisschen bezeichnet. Du kannst so durchgehen. Was du brauchst, findest du dort. Aber da sind nicht alles so heftige Verse. Bitte? Ich habe mir das mal angeschaut. Da sind heftige Verse, aber so die ganzen Nackentherapie-Ferse und so habe ich da nicht gesehen. Ja, du siehst, dass die Aussagen von den ganzen Gelehrten auch bringen und auch Mohammed selber zitiere, durch die ganzen Schlimm-Fahns. Okay, ich schau mir das mal an. Du musst dich noch ein bisschen durchlesen. Okay, mach ich weiter. Ich will es bald nochmal. Gott segne dich auch. Ja, danke dich auch, gell? Okay, Gottes Segen. Ah, geht ja. Ja, es ist natürlich schwierig, aber nicht unmöglich. Auch er hat verdient, dass man ihn liebt, weil der Herr selbst den Leuten am Kreuz, die ihn anprangten, beleidigten und alles gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein, nein. Ihr dürft euch nicht von solchen Leuten dann auch in diese Schiene bringen lassen, dass ihr dann anfängt, das will der Satan. Ja, genau. Jesus Christus ist ja genau für solche Leute gekommen, um die Kranken zu heilen. Bruder, das regt mich auf. Meinst du, mich regt das nicht auf, mein Bester. Das regt mich doch selber total auf. Am liebsten würde ich auch zurückbeleidigen, aber ja, dann sind wir ja kein bisschen besser. Dann haben wir genau die Botschaft, die Jesu Christi verfehlt. Verstehst du? Danke. Wir müssen uns also immer den Herrn zum Vorbild nehmen, denn der Apostel Paulus sagt ja, ihr sollt ja so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Also die Gesinnung Jesu Christi sollte ja in uns sein. Wie kommt man in die Gruppe? Du musst da einen der Moderatoren anschreiben, der gibt dir dann Link. Lass den raus, den Tiger. Zeig ihnen, was du kannst. Mit Kamelorien ist einfach gut. Komm doch endlich zu Dr. Schäger, Buamil. Kennt ihr noch diese Werbung? Kennt ihr noch diese Werbung? Mit diesem Tiger, da? Kellogs Werbung, genau, Kellogs war das, ja? Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihnen, was du kannst. Mit Kamelorien ist das gut. Eine tolle Werbung, weil das war ja genau. Ja. Ich sag's euch, nur so halte ich das Ganze hier aus. Zwischendurch muss ich natürlich hier und da aufmachen. Miauuu. Oh nee! Nein, ich bin zufrieden. Miauuu! Da war der Tiger, da war nur noch klein, der Kellogs Tiger. Der Kellogs Tiger war nur noch klein. Der ist aber jetzt groß geworden, der Kellogs Tiger. Der spielt Fußball und so. Die Kellogs sind raus, da. So. Der Ex-Muslim ist auf Platz 3 in der Liga C4. Wahnsinn! Danke, danke, vielen Dank an alle, die hier geliked haben und Geschenke gemacht haben und alles. Wahnsinn! Hammer! Platz 4 sind wir jetzt schon, Leute. Ex-Muslim und Team. Ex-Muslim und KUKA G. Ja. Ach, ihr Lieben. Ja, diese sogenannte App hier, TikTok, ermöglicht uns, sehr viele Menschen zu erreichen. Und über viele Bestandteile zu reden. Oh, danke schön. Den Kranz der Kränze. Aber ich muss mal dringend tanken gehen. Dringend tanki tanki machen, sonst bleibt der Dr. Shake gleich stehen. C4-Liga klinkt explosiv. Ja, C4 ist doch Dings, ne? TNT oder was ist das? Danke, Marek. Dankeschön. Vielen Dank. Ich wünsche dir, der Wagen würde mit Kamellorien fahren. Aber echt, der ist heftig. Stellt euch mal vor, bald müssen wir alle so mit schutzsicherer Weste rumlaufen. Da gibt es schon einige Videos, die ich gesehen habe, wo die Leute total verunsichert sind und gesagt haben, und die Regierung angeprangert haben, muss ich mir jetzt Waffen besorgen oder was müssen wir jetzt mit Waffen rausgehen oder was, um uns selbst zu verteidigen? Das kann doch nicht angehen, in was für einer Gesellschaft sind wir angekommen. Ja, und dann hat er natürlich gesagt, wenn es sein muss, werde ich dann meine Familie mit der Waffe verteidigen. Ich will ja niemandem schaden, aber wenn es dann hart auf hart kommt, was sollen wir denn machen? So hat er dann gesagt. Ja, wer will denn diesen Typen denn, sag mal schnell, böse sein, wenn er es zum Beispiel so denkt? Stell dir mal vor, da gibt es diese Leute, die wollen an deine Familie ran und wollen dich nackentherapieren und deine Familie fesken, ne? Und dann auf einmal sitzt du da tatenlos zu oder guckst zu und hast sie nicht gesehen. Was ist das bitte? Und viele machen sich Gedanken in diesem Land und denken, ja, was sollen wir denn machen? Wenn die Regierung uns nicht schützen kann, ja, dann übt der eine oder andere dann Selbstjustiz dann aus. Ey, wo kommen diese ganzen PORN-Seiten her? Das ist ja krank, Mann. Was ist das, so ein Bot oder was ist das? Ah, mir kauft diesen Ritter ganz hohen. Ey, der ist zu teuer. Ich kann mir den nicht leisten. Ich muss dann 10 Jacken anziehen. Ich muss 10 Jacken anziehen, damit die Klinge nicht durchgeht. Das ist heftig. Das ist krass. Wir müssen eigentlich, wenn wir rausgehen, müssen wir unseren Hals schützen, unseren Körper schützen und so dann rausgehen. Das ist Wahnsinn. Dieses Lied wird immer gespielt, wenn ein Mensch gestorben ist und sie dann Abschied nehmen. Na, time to. Ich kriege dann immer Gänsehaut, wenn ich dieses Lied habe. Na, 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 na. Wenn wir sind ja in den krankesten Zeiten, die man ja überhaupt noch sieht, falls mir irgendwas passieren sollte und ich dann auf einmal nicht mehr da bin, ihr müsstet auf jeden Fall diese Arbeit fortführen, egal was ist. Ihr dürft niemals aufgeben und euch einschüchtern lassen von den Muslime. Denn das wollen sie ja, versteht ihr? Und ihr habt auch eine große Verantwortung gegenüber dieser Gesellschaft, gegenüber auch den Menschen, die die Botschaft des Herrn noch nicht gehört haben. Aber wir müssen immer mit dem Schlimmsten rechnen. Deswegen sage ich das hier nochmal. Falls da irgendwas passieren sollte und ich dann nicht mehr da sein sollte, um das Ganze zu machen, dann führt diese Arbeit auf jeden Fall fort. Und werdet immer mehr und mehr und mehr und mobilisiert euch, vereinigt euch oder wie auch immer. Aber diese Arbeit darf niemals aufhören. Nie. Ihr seht ja, wie wichtig das ist, wie viele Menschen dann zum Glauben zurückgefunden haben, den Glauben angenommen haben, den Islam in Frage gestellt haben. Wir konnten sehr, sehr viel erreichen. Und vielleicht sagt der Herr eines Tages dann, okay, Armin, deine Zeit ist gekommen. Oder einer von uns, egal wäre. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Oder vielleicht will der Herr auch, dass ich im hohen Alter an irgendwas anderem stelle. Weiß man ja nicht. Aber man muss ja immer damit rechnen, bei so welchen Leuten. Ja, ich will sowas eigentlich nicht sagen, aber wir müssen ja auch, wir müssen ja der Realität ins Auge blicken. Die Lage sieht nämlich sehr, sehr schlimm aus und schlecht. Oh, die Muslime sind sehr aufgebracht. Also, ja. Aber deswegen betet immer und bittet den Herrn, dass er immer weiter in Gnade hat und wir weiter in dieser Arbeit machen können. Und wir auch mit Muslimen ins Gespräch kommen, aber sie nicht aufgrund ihres Glaubens anfangen zu hassen. Ja, was nützt denn Pfefferspray, wenn sie auf einmal mit zehn Mann auf dich draufkommt? Komm, ich bitte. Ich hoffe, du stellst dich nicht auf einen Platz draußen, gefährdest dich selbst und andere. Super. Ja, die Gefahrenlage ist extrem. Wenn der Staatsschutz sich also kontaktiert und sowas, dann weißt du, dass da... Ja. Nicht mehr zu spaßen ist. Ja, das haben wir heute... Wir haben das doch schon seit gestern haben wir es mitbekommen. Guten Morgen. CU 510. Ja, ja, der Staatsschutz hat mich die... Am Samstag haben die... hat ein Staatsschutzbeamter mich kontaktiert. Woher der meine Nummer hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die sind in... Weiß ich nicht... Sofort Nummer besorgt. Heftig. Ja, der meinte, wie es mir geht, ob alles in Ordnung ist. Als hätte Gott ihm gesagt, dass er mich anrufen soll und mich fragen soll, wie es mir geht soll. Frag mal Dr. Scheer, wie es ihm geht. Dem guten Dr. Scheer. Ich habe dann zu ihm gesagt, er meinte, hast du Angst oder befürchtest du irgendwas um dein Leben? Weißt du, nein, ich habe keine Angst mehr. Er meinte, ja, achte auf jeden Fall um deine Umgebung und wenn was ist, dann kannst du entweder diese Nummer anrufen oder sofort die 110. Dein Name ist überall verzeichnet. Die Polizei, die kennt dich ja schon. Mittlerweile bin ich ja schon bei jedem Polizisten bekannt. Dr. Scheer, wo haben wir, ist bei allen Polizisten bekannt. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Sobald mein Name so eingegeben wird oder da sind die direkt alarmiert. Sobald mein Name so auftaucht oder durchgegeben wird, da wissen die Polizisten sofort Bescheid. Wahnsinn. Ich habe euch ja erzählt, letztes Mal, ich gehe aus meiner Haustür raus und dann stand da auf einmal so ein Motorradpolizist, das werde ich niemals vergessen, steht der genau vor meiner Haustür auf seinem Motorrad und wartet, bis ich so rauskomme und guckt mich so lächelnd an. Ich meine, gucke ich den auch so lächelnd an und sage ich, guten Morgen, sagt er, guten Morgen. Sag ich so, sind sie, sind sie wegen, hier, wegen meinem, äh, ich hatte da irgendwie falsch gepäußt, sind sie wegen meinem Auto da? Meint der so, nein, nein. Meint ich so, sie sind wegen mir da, sagt er, ja, ich bin wegen dir da. Als hätte so der Herr durch ihn durchgesprochen, so, wir sind da, um dich zu schützen. Heftig, ne? Das hat so Gänsehauten, ne? Wahnsinn. Aber sein Gesicht war auch sehr, sehr freundlich, bekam das so vor, als wäre er so, so total, so ein Engel auf Erden, der hatte so ein totales Engelsgesicht, so als er gelächelt hat. Der war so, der sah so freundlich aus, unglaublich. Der sah so ultra, kennt ihr so Menschen, die, wenn sie lächeln, so ultra freundlich aussehen? So, so kam mir das vor. Ich dachte so, heftig. Und der stand, der saß da einfach auf seinem Motorrad und hat mich einfach so angelächelt, so. Heftig. Ja, die Polizei fährt so, glaube ich, mehrmals am Tag an meinem Haus vorbei, mehrmals. Allein nur aus Sicherheitsgründen. Aber das Geniale ist, dort, wo ich wohne, um die Ecke, ist sogar immer Polizei. Das ist heftig, wo der Herr mich da hinbringt. Da ist sogar eine Polizei, mehr oder weniger eine Wache, oder da ist immer Polizeiwagen. Heftig. Einfach nur genial. Also in zwei Minuten wäre da immer irgendjemand da. Das ist heftig. Das ist heftig. Wo bin ich denn hier gelandet? Aber wir dürfen ja unser Vertrauen niemals auf Menschen setzen. Klar, ich bin sehr begeistert über die Arbeit der Obrigkeit, auch wie sie handeln und agieren. Der Herr hat sie ja eingesetzt für uns. Aber trotzdem dürfen wir niemals den Fokus auf Jesus Christus verlieren. Nie. So. Ich muss mal eine Tankstelle hier finden. Was ist das? Nicht, dass ich noch gleich stehen bleibe und du musst nie mit mir helfen müssen wieder mit meinem Arm schieben. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Als ich mit Mariam damals war das, mit ihr gesprochen hatte und dann auf einmal mein Auto ausging wegen irgendwie Batteriemangel oder keine Ahnung, irgendwas war da. Und dann weit und breit niemand in der Nähe war. Ich so, mein Gott. Und dann auf einmal meine ich so, ihr müsst mal bitte beten, dass da jetzt jemand kommt. Und dann auf einmal alle Geschwister waren so am beten. Auf einmal aus irgendeiner Ecke kam von links kam dann so ein Muslim und dann von rechts kam ein Muslim. Und ich in der Mitte und die beide kommen mir entgegen. Da habe ich genau beide angesprochen. Da meine ich so, könnt ihr mir bitte helfen, den Wagen anzuschieben? und dann auf einmal helfen die mir beim Anschieben. Einmal Gang, erste Gang rein oder zweite Gang war das. Bumm! Wieder weiter am Fahren. Wahnsinn. Wie der Herr diese zwei Muslime dorthin geschickt hat. Wahnsinn. Ja, die Batterie war leer. Keine Ahnung. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ich hatte da damals noch Probleme gehabt mit der Batterie. Jedes Mal, jedes Mal. Die hat sich irgendwie nicht mehr aufgeladen. Gott segne dich und eine Familie, mein Bester. Möge der Herr die Seele dieses Polizisten zu sich nehmen. Ja, wir wissen nicht, wie der Herr das entscheidet. Ob er überhaupt was mit Jesus zu tun hat oder nicht. Hast du mal nachgegoogelt, was für eine Bedeutung sein Name hatte? Ruven? Ja. Was bedeutet sein Name? Seht her, es ist ein Sohn. Heftig. Seht her, es ist ein Sohn. Ein Sohnes. Es ist einer der, in der Bibel, einer der zwölf Söhne, also einer der ältesten Söhne Jakobs. Wahnsinn. Der sieht auch sehr freundlich aus. Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Wahnsinn, mir sind die Tränen gekommen. Wirklich so jung und echt. 29 Jahre hat eine Frau, Kind, alles. Das ist noch ein, ja, ich will nicht sagen Kind gewesen, aber der war eigentlich, ja. Hast du auch gesehen, was dieser Samra ausgesagt hat? Wer, Samra? Ja, der hat gesagt so, ja, Inschallah soll er sterben und so. Wahnsinn. Ja, gegenüber dem Stürzenberger, bei dem Polizisten hat er nicht erwähnt. Ja, warum siehst du, in so einer Zeit, wenn du so eine Aussage tätigst, da brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass die Leute dich dann ausweisen aus diesem Land. Mich würde es dich wundern, wenn die Samra packen und in die Abschiebehaft stecken, ne? Ja. Lucia, danke. Seinen deutschen Pass entziehen, seinen deutschen Pass entziehen und nach Türkei abgeschoben wird, weil Türkei ein sicheres Land ist. Oder ist Türkei ein gefährdetes Land? Ist er absolut sicher. Absolut sicher. Also, wenn du mit so einer Gesinnung ins Internet gehst und da überhaupt gar kein Problem siehst, solche Äußerungen zu tätigen, ja, dann, bitte schön. Dann trage auch die Konsequenzen, wenn die dich dann in die Maschine schicken und dir deinen Pass entziehen, egal ob du hier geboren bist oder nicht. Du bist ein Türke und dann wirst du nach Türkei abgeschoben. Ganz einfach. Und dann siehst du die Tränen deiner Mutter, die du wieder verursacht hast. Warum? Weil du den coolen im Internet spielen willst. Da hat er schon mal seine Mutter da Tränen bereitet mit den Schiiten und so. Er will den auf hart machen, schlägt er seine Mutter zur Seite und will die Schiiten so umlegen oder was auch immer der macht. Total Gehirn gewaschen, total am Ende mit seinem Disco-Imam, der noch heftiger aussieht wie 50 Cent und G-Unit. Das ist ein bisschen mal geil. Unfassbar. Was meinst du eigentlich? Wachen die Leute jetzt auf? Werden die Menschen jetzt irgendwie reagieren? War das ein Denkanstoß für alle, für die Politik und so? Was denkst du? Ja. Ja, der Samra ist, glaube ich, aus Gelsenkirchen oder woher kommt der, ne? Ich habe keine Ahnung, woher der kommt. Ja, ich denke, mal gehört zu haben, dass der aus Gelsenkirchen oder so. Amir, was meinst du? Wird das irgendwas verändern jetzt? Werden die Leute aufwachen? Wird die Politik irgendwas unternehmen? Was denkst du? Es wird bestimmt zu Maßnahmen kommen. Ja, aber das große Flächendeckende kannst du ja nicht retten. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Natürlich gestehen jetzt Parteien wie AfD und werden Zulauf bekommen. Und es ist klar. Du siehst ja, dass sie jetzt auch wieder ultra heftige Zulauf bekommen haben. Und viele, viele in diesem Land sich eine Remigration wünschen. Sehr viele. Und du siehst, dass sie dann auch heimlich dann auch wählen gehen. Ja, und dann siehst du, dass die Partei nach vorne kommt. Gesteuert, aber kontrollierte Opposition, die das Ganze ja verursacht möchte. Also, wir müssen abwarten. Ich bin selber gespannt, wie das Ganze weitergehen wird und was diese Elite vorhat. Ich meine, jetzt ist die EM vor der Tür. Es wird Massen von Menschen in einem Stadion sein. Ich meine, ich mache mir echt Gedanken, was da jetzt noch alles auf uns zukommt. Ja, was ist denn mit der Sicherheitslage jetzt für die EM? Die Leute sind sich ja gar nicht bewusst, dass der islamische Staat selber ja auch so Anschläge aufgerufen hat. Ja, super. Ich habe schon gesehen, dass in meiner Stadt wird vorbereitet. Also, die Polizei bereitet sich gegen Anschläge schon vor. Also, das ist ja Wahnsinn, dass die sich schon nimmt. Unfassbar. Man holt sich also Leute ins Land, die nichts Gutes im Sinne haben und dafür verantwortlich sind. Andersgläubige dann nackt zu therapieren. Unfassbar. Amir, danke, dass du mich hochgeholt hast. Gott segne dich. Danke für deine Arbeit. Mach weiter. Bete, bitte. Bete, bitte. Bete, bitte. Mach ich, Bruder. Danke, danke. Ciao. Tony. Grüß dich, Amir. Grüß dich, Tony. Nur zwei Sachen. Und zwar, die Freundin meines Bruders ist ja Kriminalpolizistin und Markus Lanz strahlt ja hier oder die Produktion ist ja hier in Hamburg. Also, auf jeden Fall kenne ich die Post-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, ob das Großes bringt, ob man sich da bewerben kann, aber eigentlich, jetzt wird das Thema ja aktueller denn je und vor allem auch was ja auch sehr unterschätzt ist, ist die Gefahr aus dem Internet. Das wird so stiefmütterlich behandelt. Das, was du die ganze Zeit machst, Aufklärung, 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 weil das ja meistens in Gruppierungen passiert, gefiltert wird und so aus Achtklasse, viele radikalisieren sich ja dadurch, guck mal, jeder Jugendliche hat ein Telefon in der Hand. Du kannst 24, 7 gefühlt immer auf alles zugreifen, ob man da die Möglichkeit hat, dass man dich da mal ins Gespräch reinbringt, weil du kannst ja nicht nur vom Islam oder von Jesus Christus erzählen, sondern auch, wie es hier im Internet abgeht. Das ist ja echt echt mal eine gute Sache. Ja, die lassen so einen wie mich doch nicht dahin, Mann. Der Pier Vogel ist natürlich eine schillende Figur gewesen. Den haben die natürlich dahin gelassen, weil der sehr viel Tumult gemacht hat in den Medien. Und dann haben die den natürlich eingeladen. Aber ich frage mich auch, warum die die solche Leute überhaupt einladen. Warum? Weswegen? Was für Sinn ergibt das denn so einen Selef wieder einzuladen, dem dann so eine Reichweite zu geben? Es sei denn, der Pier Vogel ist wirklich irgendjemand von, weiß ich nicht, von diesen Leuten da, ne? Ja, das hat mich auch gewundert, weil im Endeffekt, wenn du nach Zahlen gehst, er vertritt ja jetzt, muss man so sagen, er vertritt ja jetzt nicht vier, fünf Millionen Muslime, wo man sich jetzt denken würde, hey, guck mal, damit können wir Wählerstimmen catchen oder damit schmieren wir ein bisschen Honig um den Mund der Muslime, sondern seine Gesinnung ist ja eher im kleineren Spektrum. Ja. Mal gucken, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es ja nicht und die andere Sache, was ich sagen wollte, ist, wenn Leute hier reinkommen und suggerieren mit, ah, Ex-Muslim, dann musst du Iraner sein. So, das sind weichgespülte Muslime gewesen, kein Wunder, dass sie den Glauben verlassen, was, ah, Schwachsinn ist, weil, guck dir mal Iran an, fast Bilderbuchartig. Ich muss mal kurz telefonieren. Ja, alles gut. Also Leute, ich, ich habe einmal die E-Mail-Adresse gepostet. Also wenn jeder da einen Zweizeiler verfassen kann, ich weiß, dass man da auch Anfragen stellen kann, also auf jeden Fall, es wird gelesen, es landet ja auch nicht im Spam oder dergleichen. Ähm, wäre echt eine schöne Sache, weil Bruder Amir ja auch aus einer anderen, komplett anderen Sichtweise auch erzählen kann, vor allem was ja auch im Internet äh, äh, passiert. Nicht nur auf deutschen Straßen, sondern auch vor allem was im Netz passiert. So, ich bin wieder da. Hi, von Ihnen dürfte mit E-Mail-Adresse Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, äh, und eine andere Sache, ich hab äh, damals mich, ähm, tatsächlich auch auf EM-Tickets beworben, und, äh, allerdings dachte ich mir entweder das Öffnungsspiel oder das Finale und dann hatte ich mich für das Finale entschieden, für vier Tickets und hab tatsächlich erst drei Tage später das dann gesehen, per E-Mail, den Zuschlag bekommen fürs Finale, ähm, und, äh, also man konnte nur über, ähm, Kreditkarte zahlen, was ein bisschen damals schwierig war, weil es war jetzt nicht günstig und dann musstest du innerhalb von ein paar Tagen die Karten bezahlen, aber das mal beiseite, äh, schon Wochen später hatte ich zu meinem Bruder gesagt, ey, Alter, und dann ist das auch noch in der Stadt Berlin im Olympiastadion. Ja. Man hat, äh, also ich nehme zwei Geschäfts, äh, Kunden mit um meinen Bruder und, äh, ja, man hat so echt ein mulmiges Gefühl, ne? Ja, ist das. Und vor allem, weil es auch, sorry, nichts gegen Berlin, aber eigentlich doch, muss man das so sagen, irgendwie, Berlin ist nochmal ne, irgendwie eine andere Stadt, was, was sowas betrifft, finde ich. Sie sind anfälliger für alles, ne? Ja. Na gut, ähm, eine abschließende Sache noch, äh, dass mit Iran Leute reinkommen und sagen, ja, du musst bestimmt Perser sein, nur, weil blablabla und hin und her, äh, wieso? Guckt dir doch mal Iran an. Fast bilderbuchartig, äh, äh, setzen die den Islam um. Und die, äh, die Perser, die den Glauben verlassen, äh, sind die Intelligenten. Und es gibt, äh, weltweit sehr, sehr viele Schlaumenschen. Es gibt auch sehr, sehr viele Schlaumenschen, die leider noch in diesem Land gefangen sind, die aber sehr, sehr intelligent sind. Ja. Und das ist, ja, immer schwierig zu behaupten, nur weil man Perser ist, ist ja klar, dass du dann den Islam verlassen hast, was, äh, mit dem einen überhaupt nichts zu tun hat. Blödsinn, es gibt Syrer, es gibt Afghanen, es gibt, äh, Nigerianer, es gibt, ach, von jeder Sparte gibt es. Ja. Bei den Iranern ist das am häufigsten oder kommt das häufigst vor, weil die anderen sich nicht trauen, ihren Mund aufzumachen, das ist das Problem. Ja, und weil es schlaue Menschen sind. Ich kenne so viele, äh, auch aus Lüneburg, die, äh, in der Gastronomie tätig sind, super friedlich, äh, lebende Menschen. Und, äh, Mutter, Vater, äh, ich, ich, äh, worauf basiert denn die Anekdote, wenn du in der Heimat, fragt man dich, äh, wenn du keinen Arzt, keinen Rechtsanwalt, äh, kein Arzt, kein Rechtsanwalt oder kein Mediziner geworden bist und trotzdem bist du, äh, Multimillionenschwer mit deinem Unternehmen, dann gilt das bei denen, ach, aus ihm ist nichts geworden. Ja, so in etwa, genau. Ja, das ist heftig. Ja. Na gut. Die Iraner sind auch wieder auf Bildung halten, also, das ist heftig. Das ist, das stimmt wirklich. Na gut, dann möge, äh, Gott dich segnen, uns alle segne und hoffentlich, dass dieser Albtraum irgendwann hier ein Ende hat. Ja, Amen. Okay, Toni, danke dir, ne? Danke für alles Wohle. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das Ganze spitzt dich immer weiter zu, ne? Sowohl die Schlinge, sowohl die Schlinge der abgefallenen Christenheit wird zugedreht. Warte. Und so. Was? Haben wir die Sagen, dass er Christ wäre? Was wäre denn? Was ist denn los? Habe ich irgendwas verpasst hier? Was ist denn hier los? Was gibt's denn hier zu beanstanden? Arme, die Medien sagen, dass er Christ wäre, der Täter. Ja, das ist natürlich klar. Also Christen ziehen los und besorgen sich ein MESSER und hauen dann auf einmal in Islamkritiker rein. Natürlich, klar. Christen hauen in Islamkritiker rein. Es ist sehr weit hergeholt, dass eventuell ein Muslim sich ein MESSER besorgt und in einen Islamkritiker reinhaut. Das ist viel zu weit hergeholt, dass es ein Muslim wäre. Hast du recht, das war ein Christ? So kaputt und fertig sind wir hier geworden. So kaputt und fertig. Ja, die Medien, die sagen noch nicht mal den Namen. Habt ihr gesehen, das war ein Mann, der in den Islamkritiker reingehauen hat. Ich glaube, die versuchen sogar die Nationalität dieses Mannes zu verheimlichen. und dem Ganzen nicht noch mehr Putsch zu gehen, weil die wollen so AfD nicht noch mehr Wind in die Segeln pusten oder wie sagt man, dass sie noch mehr vorangetrieben werden. Suleyman, ja genau. Christen heißen Suleyman. Christen heißen Suleyman und Mohammed und Ahmad und so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin reif für Urlaub. Das ist mir alles viel zu heftig hier. Wenn ich solche Aussagen höre, die Medien sagen, dass der Typ Christ war. Der hat einfach voll den Salafi-Bart, der Typ. Und da sagen die, das war ein Christ. Unabhängig jetzt mal von seinem Bart, aber diese Gesinnung in einen Islamkritiker reinzuhauen. Ich kenne keinen Christ hier in Deutschland, der losziehen würde und ein MESSER besorgen würde und das in die Menschen reinhauen würde. Also komm, bitte. Die Leute sollen sich nicht lächerlich machen. Und zudem kommt auch noch, dass du sowas nicht dem Herrn Jesus Christus in die Schuhe schieben kannst, weil Jesus Christus niemals mit Gewalt reagiert hat. Das heißt, selbst wenn er ein Christ wäre, können wir ruhig und getrost sagen, das hat mit Jesus Christus nichts zu tun. Amen. Wir können das wirklich sagen, aber die Muslime können es nicht sagen. Wir Christen können sagen, das hat mit Jesus und der Bibel nichts zu tun. Aber der Muslim kann das leider nicht sagen. Das ist das. Weil seine Religion, weil sein Mohammed und weil seine Ideologie eins zu eins das wiedergibt, was sich dort drin verzeichnet ist. Er ist also und hat nach seiner Ideologie und Religion gehandelt. Aber wer würde denn auf die Idee kommen, als Christen durch die Gegend zu laufen und sagen, Jesus Akbar! Jesus Akbar! Dass irgendwelche Leute in den Innenstädten rumlaufen und Jesus Akbar schreien. Jesus Akbar! Was ist das? Was sagt ihr? Hat der Probleme oder was? Soll ich jetzt mit euch Zeichensprache reden oder was? Kann mal bitte jemand reinkommen und für Taubstumme mal hier für mich übersetzen oder was? Kann jemand sowas? Kann jemand die Gebärdensprache? Ja, wir müssen doch auf allen Linien müssen wir dabei sein. Ist doch kein Problem. Dr. Schech Abouamil ist für alle da. Dr. Schech ist für alle da. Er sagt Mensch, Mensch. Das haben die gelernt. Gebärdensprache, Mensch, Mensch. Warte, ich kann auch zwei, drei Sachen zeigen. Warte mal. Einen Moment. Du, du, so, Jesus. Liebe, Jesus. Liebe, Jesus. Ja, Mann, ne? Dr. Schech Abouamil kann Gebärdensprache. So sieht's aus. Hatte ich keinen Empfang mehr gehabt oder was? Hi. Hi. Was geht auf? Hast du mich vermisst? Ich vermisse dich immer. Wo warst du? Boah, ich war ein bisschen da, mal da und so. Du weißt. Achso, okay. Dann mach's gut. Amir. Ja? Also ich hab jetzt mit dem, äh, die E-Mail, die ich, ähm, gepostet hatte, ähm, Hagedorn, mit dem Herrn Hagedorn hab ich eben gerade telefoniert. Äh, es genügt, wenn man ihm schreibt, äh, und er kann das an die Redaktion direkt weiterleiten. Ja, vielleicht sehen wir bald Dr. Schech Abouamil bei Markus Lanz. Hahaha. Naja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ihn das... Ich spiel da in meinen Schech-Anzug hin. Hahaha. Hahaha. Ja, ich steh, ich steh hinter dir mit dem T-Shirt, was ich noch im Büro habe. Haha. Naja, ich hab wirklich Braucht euch Tickets für Markus Lanz, um eure Doktor Schick Haut nachzuerleben. Aber ich glaube, er hat gar keine Zuschauer. Seit Corona hat er keine Zuschauer mehr. Genau, das Studio ist geil. Aber ich habe ihn das so ein bisschen aufgedröselt, worum es geht. Ich meinte, dass man zumindest so den Kontakt, ich meinte zu ihm, weil er hat auch die andere E-Mail-Adresse genannt, die jetzt gerade Bruder Pavlos gepostet hatte. Ich meinte, was ist Erfolgsversprechen? Er meinte, schreiben Sie mir direkt. Ich leite das an die Redaktion weiter. Vermerke auch, dass Sie angerufen haben. Wäre trotzdem super, wenn andere Brüder und Geschwister hier aus dem Chat schreiben. Natürlich seriös. Und wäre echt eine coole Sache, wenn das klappen würde. Weil ich hatte ihm so kurz angedeutet, ich meinte auch zu ihm, es geht auch vor allem, er wurde auch erwähnt in dem Zusammenhang mit dem Anschlag in Mannheim. Aber dass man nur den Kontakt erstellt, weil den Rest kannst du am besten dich erklären, erzählen und worum es geht. Okay, danke dir, Toni. Gut, so viel dazu. Also wenn ich nachher im Büro bin, mache ich mal eine E-Mail fertig. Ich kann die ja screenshotten und erst mal vor dir schicken. Dann kannst du die absegnen. Schauen wir mal, wenn der Herr das will, dann wird es so passieren. Wenn nicht, dann ist es nicht schlimm. Wir machen weiter mit unserer Aufklärungsarbeit. Ich habe ja auch eine kleine Tür geöffnet bekommen. Eine große Tür von Herrn Jesus Christus Offenbarung 3, die niemand verschließen mag. Verstehst du, die niemand verschließen kann. Ja, auf jeden Fall. Aber da habe ich doch schon ganz Deutschland, Österreich und Schweiz erreicht. Da brauche ich ja nicht ZDF. Ich bin mittlerweile so von der Reichweite fast wie ZDF locker. Ja, was natürlich ein bisschen schwierig ist, ich muss wirklich sagen, anfangs, es gibt ja auch Lanz und Precht, diesen Podcast, anfangs bei gewissen Themen ist halt Lanz ja sehr, sehr eigen, wie er Fragen stellt und wie er nachhakt. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, wenn man sich die vergangenen Gästeabende angeschaut hat, wirkt er auch so leicht mit seinen Nerven so angespannt. Man merkt, dass das Thema Islam schneller hochfährt, so eine leicht genervte Art dann an den Tag legen. Damals war das alles viel toleranter, wenn er Fragen gestellt hat. Ja, ja. Ja, wir wissen ja auch um die Gefahren des Islams. Also die sind ja auch selber aufgeklärt. Nur die dürfen das nicht äußern. Die müssen politisch korrekt sein. Ich sehe schon kaum, du... Also bin politisch inkorrekt. Ich bin politisch inkorrekt. Bei mir geht es nur gebrettern. Bei mir wirst du gebrettern. So wie ich 300 auf der Autobahn fahre, so werde ich auch mit 300 in diese Kamera brettern. Ich sehe schon kaum, du brichst einen Weltrekord. Fünf Sekunden, Suche 9, Vers 5 oder Vers 28, 29. Tschüss, Sendung ist vorbei. Ja. Ja, schauen wir mal. Dr. Scherer und seine Hetzis, lass uns sich das nicht bieten hier. Wer lasst uns nicht hier abspeisen? Ja. Ja. Na gut. Morgen, Bruder. Dann fahr vollständig. Ja, tschau, ich tschau. Tschau, tschau. Dr. Scherer war mir bei Markus Flanzi. Aber ich würde mir wünschen, dass auch ein... Wie heißt der? Dass ein Tim Kellner auch mal da auftritt. Der ist aber auch viel zu... äh, Wortgewand für diese Leute. Yo, 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 yo. Hey, 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 hey. What's up, what's up? Nothing, what's up but you? You're very good, you. What's that, what the fuck? Hey, hey, hey. Hey, Ex-Muslim. Ja. Wieso nennst du dich Ex-Muslim? Bitte? Wieso nennst du dich Ex-Muslim? Wieso nennst du dich nicht bei Namen? Äh, ja, ja, weil ich Bock drauf habe. Warst du ein Problem damit? Ja, hab ich. Ja, dann musst du weggucken. Nee, kann ich nicht. Ja, okay, warte mal ganz kurz, dann zeige ich dir mal was. Guck mal. Ja, ja, guck. Da werde ich dich wegtucken. Bye, bye. Ich helfe nach. Ich helfe immer so gut ich kann. Ich bin sehr, sehr hilfsbereit. Wenn jemand das nicht mag, dann werden sie von mir direkt von auf N-Sync-Basis dann rausgebracht. Bye, bye. Nett, dass du hilfst. Ist ja klar, ich bin ein netter, zuvorkommender, zivilisierter Mitteleuropäer, der dementsprechend seine Mitmenschen Liebe und Gerechtigkeit an den Tag bringen möchte. Dr. Shetabuami, wie er lebt und lebt. Braucht ihr Hilfe, ruft mich. Braucht ihr keine Hilfe, dann ruft mich auch nicht. Tschüss. 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 Heute war ein guter Film, ja. Ich fand den Film heute sehr, sehr lehrreich, sehr, sehr informativ, sehr, sehr zuvorkommend. Die Gesprächspartner waren heute mehr oder weniger sehr gut, sehr gediegen, sehr verständnisvoll, bis auf den einen oder anderen, der wieder Kamelurin an den Tag gelegt hat, wie immer. Und wir trinken Zeit wie die Rückführung der verblendeten Schmarrots, also wie verblendeten Legehennen. Kamelwiesel. Ja, Leute, lasst das nicht so, dass ihr anfängt, die Leute zu hassen. Wenn du im Glauben bist, dann solltest du genau wissen, was du zu tun hast, der Leute mit dem Herrn Jesus. Ach, ja. So langsam, aber sicher bekommt Dr. Sheerabon den Hunger. I'm hungry. I'm so hungry. Ja, man muss diese Ideologie wirklich von einem Menschenrechter nochmal, oder was heißt Menschenrechter, man muss das von, durch gesunde, also durch Hände mit gesundem Menschenverstand durchgeben, ne. Menschen, die sich das Ganze nochmal betrachten, die, die sich die Bestandteile des Islams angucken und ob das den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Dieses Buch ist ja ein hetzerisches Buch. Und die Muslime können, boah, der ist fast da reingefahren. Verrückte. Also erstmal Abstand halten von dem vor mir. Ja, also das muss auf jeden Fall durch Hände durchgehen und durch gesunde Menschenverstand und das Ganze muss dann nochmal überprüft werden und dann muss man entscheiden. Ich dachte, in einer Demokratie entscheidet die Mehrheitsgesellschaft über den Zustand hier. aber ich sehe auf einmal, dass in der Demokratie irgendwie die Mehrheit der Meinung der Mehrheit irgendwie völlig egal ist und die Ängste und Sorgen dieser Gesellschaft total ignoriert werden. Und dann sehen wir uns in der Welt. Und dann wir schauen, wie in der Welt. Und dann wie in der Welt nicht also wie im der Luft der Luft landlords und die Aber wir dürfen uns niemals unterkriegen lassen. Armin, wir haben keine Demokratie, ja, das ist aber auch schon sehr lange gewusst. Ja, wir dürfen die Worte von Horst Seehofer niemals vergessen, als er sagte, diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden sollten, wurden nicht gewählt. Das ist heftig. Was für eine Aussage. Das nennt man so ein Freudchen Versprecher oder was, weil die Leute sich dann dachten, wie, was ist das denn? Was erzählst du denn da in der breiten Masse da? So wie der Lauterbach auch damals in irgendwelchen Interviews hier und da mal die Wahrheit rausgerutscht ist. Das nennt man so ein Freudchen Versprecher. Man will, man weiß die Wahrheit, vertuscht sie, aber irgendwie kommt sie dann doch raus durch einen Versprecher oder was? Katastrophe. Ah, Katastrophe. Ich bin wiedergeworden. Danke. Danke, Marek. Ja, Psalm hören wir auch gleich, wartet. Ich muss noch ein paar Sachen entredigen. Aber wer ist für dich zur Ermutigung? Ja, genau. Jesaja 41,10. Ist auch einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Aber mein absoluter Lieblingsvers ist 1. Johannes 4, Vers 6-7. So, Dr. Cheikh Abouame ist wieder da. Mach mit Lanz auf TikTok. Stell mir vor, man kriegt so Markus Lanz an die Strippe für Livestream. Ja, ich bin auch ein Doktor Cheikh Abouame. Geht mir vor, ich bin auch ein Doktor Cheikh Abouame. Geht mir vor, ich bin auch ein Doktor Cheikh Abouame. Info, bei Markus Lanz, wo die alle anschmerzen, also ich muss nehm eine. Ja genau, Markus Lanz ist eigentlich nur ein Redner vom Start. Ja gut, man kann aber seine Reichweite, man kann die Reichweite von ZDF dafür nutzen, um Aufklärung zu machen und die Menschen auf Jesus Christus aufmerksam zu machen. Das ist ja natürlich Vorteil. Fahrt Vor- und Nachteile. Du wirst natürlich dann noch bekannter und noch gefährdeter, aber die Menschen hören dann die Botschaft direkt im Fernsehen. Das ist das Heftige. Sie hören dann von Jesus Christus. Wahnsinn. Das wird der Satan noch niemals zulassen. Weiß man nicht. Wer weiß. Vielleicht hat der Dr. Scherer doch eine noch größere Tür geöffnet bekommen, um den Namen Jesu Christi durch die ganzen Medien durchzujagen. Das ist Heftige. Leute, kehrt um. Ihr habt nicht mehr so lange Zeit. Ihr müsst umkehren. Jesus Christus ist gekommen, um euch Rettung anzubieten. Vergiss das niemals. Ihr werdet eines Tages sterben. Diese Welt geht dem Bach unter. Aber direkt wird dann etwas dazu gesagt. Das ist heftig. Ich hoffe. Wer weiß. Wenn der Herr das erlaubt, dann ist das so gewollt. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Ist doch egal. Nein, das ist nicht schlimm. Und ich glaube, wenn ich dann so rede, dann schneiden die das, glaube ich, raus oder was? Die sind ja so. Also von denen kannst du nicht erwarten, dass die ehrlich genug sind, um alles da auszustreffen. Hallo? Was ist das? Was? Was ist das? Wo bist du da? Wo? Hä? Warte, zeig dir, wo ich bin. Ist das dein Kinderzimmer, oder was? Nein, mein Wohnzimmer. Ach du lebst doch mit deiner Mutter und deinem Vater zusammen, Mann. Nein. Bist du Muslim? Warum tust du so, als würdest du alleine leben, obwohl du bei Mama und Papa lebst? Ich lebe wirklich alleine. Willst du jetzt eine Roomtour haben, oder was? Ja. Ja, auch. Ja, zeig mal, komm. Ich möchte gerne mal deine Wohnung begutachten. Willst du? Ja. Willst du aber nicht. Du bist blöd, wenn man auf einmal Mama und Papas Riesenbett sieht. Ja, der kleine Junge lebt ja noch in der Hotelmama und macht ja einen auf G. Mit seinem lila Zimmer, ey. Was war das, wenn ich das nur wüsste, was das war? Boah, ich glaube, ich esse mir mal ein Apfelchen. Apfelchen. Ein Äpfelchen. Ja. 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 Ja, wir brauchen das. Der Danny, der ist ja nur pauselos am Essen. Bei dem hörts du nur schmatzen in seinem Stream. Der Bruder Danny, der ist nur am Essen, der ist auf Dauer Hunger, Hungerschaltung, unglaublich, wie viel der auch essen kann, das ist nicht normal, ich dachte, ich wäre ja schon der brutale Essen und so, mit All-U-Canin und alles, aber der, der macht dich richtig arm und ist dir noch die Haare vom Kopf. Die müssen immer das Doppelte und Dreifache dann in Hessen machen, weil der Danny muss ja bedient werden. Lass uns so lange ein, lasst uns Isaiah 53 ein, Isaiah 53. Und Allmächtigen offenbar geworden. Er wuchs vor ihm ab. Wer hat unserer Botschaft geglaubt und wem ist der Arm des Allmächtigen offenbar geworden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine besondere Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Er war verworfen und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Um unsere Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu dem Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Wir alle würden umher wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber Gott warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf. Wie heilig der Herr Jesus Christus ist, das können wir uns gar nicht vorstellen. Er hat sich geschlagen, getreten und er hat nicht mal seinen Mund aufgemacht. Wahnsinn. Er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Wer aus seinem Geschlecht dachte darüber nach? Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Man begrub ihn bei Gottlosen, aber im Grab eines reichen Mannes, weil er kein Unrecht begangen hat und nichts Trügerisches in seinem Mund gewesen ist. Es war der Wille Gottes, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, so wird er Nachkommen haben. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Allmächtigen wird in seiner Hand gedeihen. Halleluja. Danke, Herr Jesus Christus. Danke für deine Gnade, Güte und Liebe, die du uns erwiesen hast, als du durch den Propheten Jesaja gesprochen hast. Diese Worte auf den Messias. Halleluja. Ja, viele Rabbiner geben auch zu, dass der Psalm 53, einer der höchsten Rabbiner bei ihnen, selbst Dieter Bam Bam und so, sagen Jesaja 53, ist der Leidensweg des Messias, der für die Sünden der Menschen bezahlen wird. Die höchsten Rabbiner. Da kann kein Jude kommen und sagen, nein, das bezieht sich auf Israel. Das ist Quatsch. Das ist völliger Blödsinn. Das sind Juden, die sich bewusst entschieden haben, Jesus Christus abzulehnen. Obwohl sie die Wahrheit haben in ihrer Schrift. Wahnsinn, in ihrem Tanach. Haben sie sich entschieden, Jesus Christus abzulehnen. Das ist auch ihr gutes Recht. Sie werden dann aber einen falschen Jesus Christus bekommen. Einen falschen Messias werden sie bekommen. Den falschen Messias. Ja, kein Problem. Lebt ihr also euren Schöpfergott ab, der ins Fleisch gekommen ist. Das ist der Ewigkeit, der Sohn, der euch geschenkt wurde. Ein Kind, das euch geboren wurde. Auf dessen Schulter das gesamte Dasein rute. Und man seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewig Vater Friede für es genannt wurde. Habt ihr abgelehnt? Okay. Dann bekommt ihr den Antichristen. Dann bekommt ihr den Antichristen. Dann wollen wir uns nicht mehr zu wundern. Ja, die Juden, wenn auch durch die Hölle geht, ne, das ist heftig. Durch diese gesamten Schriften und alles, ne, das ist heftig. Armin, lest mein Vers dazu vor. Wie meinst du das denn? Ich bin gerade am Fahren, ich kann nicht lesen. Und hier ist alles, ich bin gerade in so einer Baustelle. Kennt ihr das, wenn ihr dann auf der linken Seite fahren müsst und das alles so verengt ist, dass ihr fast so ein LKW am Küsten seid, ne? So Millimeter. Das ist echt extrem, ey. Ich denke, jeder, jeden Moment, ich fahre einem LKW da in die Seite rein. Aber wirklich, ich habe mal mehr durch Konzentration, geht ja da schon ein. Johannes 10, Vers 33. Auch sehr, sehr wundervoll, der Vers, die gesamte Bibel ist gut. Musik Musik Schlage Ja, natürlich ist bei Sprüche 30 für Jesus, der Sohn Gottes, erwähnt. Ja, klar. Der Name des Sohnes. Der Name des Sohnes Gottes. Warte, wir schauen mal nach, was Ruven bedeutet. Was bedeutet der Name Ruven? Laut Wiktionary, der Tätige, der Voll des Tatendrangs, der Verwegene, entstanden aus der altnordischen Sprache, wo er ursprünglich Ake bzw. Aki lautete und sich über Auge be... Uwe, Ruven. Ruven, was für Ruven, Mann. Ruven stammt aus dem Hebräisch und bedeutet Seht. Ruven, eine weitere Form, Rauben. Heftig. Mal gucken, was die Medien dazu sagen, was jetzt zur Zeit abgeht. Ruven, Ruven, Lauer-Polizisten. Amazon bietet bis zu 8.000 Euro für Aus- und Weiterbildung. So können Mitarbeiter noch... Die arme Familie, die Freunde, Verwandte, Wahnsinn. Die müssen ihren Sohn, Familie, Partizisten graben. Der Verein, um zu helfen, bezahlte das mit seinem Leben. Der bei der Messerangriffe in Mannheim schwer verletzte Polizist ist tot. In Mannheim trauerten die Kollegen auf dem Marktplatz um ihn. Er wurde nur 29 Jahre alt. Isabel Pujan. 29 Jahre, ihr Lieben. Mannheim trauert, um den Mann, der sein Leben der Aufgabe widmete, Menschen zu retten. Als der Polizist genau das tat, wurde er selbst mit einem Messer attackiert. Er starb jetzt an seinen Verletzungen. Seine Kollegen und die Bürger, die öffentlich auf dem Marktplatz trauern, sind auch unheimlich berührt von dem, was hier passiert. Das ist ja mitten hier in der Stadt. Wir stehen jetzt am Marktplatz, wo das Ganze passiert ist. Am Freitag, wir sind entsetzt, dass in unserer Stadt so etwas passieren kann, in unserer Vielfaltstadt. Ruven L. war Polizeioberkommissar und er war Organspender. Auch deshalb war sein Körper, nachdem der Hirntod festgestellt wurde, noch stundenlang an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Am Sonntag um 17.03 Uhr wurden die Geräte abgeschaltet. Ruven L. wurde nur 29 Jahre alt. Mehrere Videos zeigen seine letzten Momente, als der Beamte mutig versuchte, den Messerangreifer zu stoppen. Ein 25-jähriger Afghane stach zunächst auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger ein, der noch immer im Krankenhaus liegt, verletzt mehrere Menschen. Dann rammte er den Polizisten mehrmals von hinten das Messer in Kopf und Nacken. Erst dann konnte ein anderer Beamter den Angreifer mit einem Schuss stoppen. Die grausame, mutmaßlich islamistisch motivierte Messerattacke bewegt das ganze Land und auch die Politik. So schreibt Bundeskanzler Scholz auf Ex. Es bestützt mich zutiefst, dass der mutige Polizeibeamte nach dem furchtbaren Angriff in Mannheim seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Und Finanzminister Lindner kündigt Konsequenzen an. Der Tod des jungen Polizisten berührt mich sehr und mich macht wütend, was in unserem Land passiert. Gegen den islamistischen Terrorismus müssen wir uns zur Wehr setzen. Die Sicherheitsbehörden werden wir dafür finanziell weiter stärken. Schluss mit falscher Toleranz. Innenministerin Feser spricht den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Ich bin zutiefst erschüttert, dass der Polizist, der eingeschritten ist, um Leben zu retten, durch die unfassbar brutale Messerattacke sein Leben verloren hat. In tiefer Trauer und Anteilnahme denke ich an seine Familie und Kolleginnen und Kollegen. 30 Kolleginnen und Kollegen des Polizisten sind aktuell dienstunfähig. Die Attacke belastet sie mental. Wenn man selbst Beteiligter an so einem Massaker ist, das muss man ja schon wirklich so nennen, dann geht das natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Und das ist richtig, dass die beteiligten Kolleginnen und Kollegen sich jetzt in professionelle ärztliche Behandlungen begeben. Polizeiwagen werden nun Trauerflor tragen und die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt. Levy von Rando vor dem Kanzleramt in Berlin. Trauer, Entsetzen, groß. Und dann immer wieder verbunden nach solchen Taten und die Konsequenzen? Wisst ihr, was denn auch das Häftigere ist? Der hat ja nicht nur irgendjemanden auf dem Gewissen, der Typ. Der hat einfach einen Polizisten rumgelegt. Der Uwe Lauer, der war ja ein Polizist, Oberkommissar. Das ist heftig. Der hat also nicht eine gewöhnliche Person mal eben auf dem Gewissen. Der hat einen Polizisten auf dem Gewissen. Ja, für den deutschen Staat ist das natürlich extremst heftig. Für den Staat ist das natürlich nochmal eine Schippe drauf. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Ja, diese Frage, die dürften sich jetzt viele stellen. Denn es hat ja über die Parteien hinweg in Bund und Ländern Bestürzung gegeben. Immer wieder aber eben auch mit der Forderung, dass etwas passieren muss. Der Bundespräsident zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier, der eben auch nochmal beklagt hat, dass es hier eine Verrohung gibt in der politischen Auseinandersetzung und auch eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Und man muss es auch ganz klar sagen, die Zahl der Messerangriffe, die ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Und so werden jetzt eben immer wieder auch Forderungen laut, dass eben nicht nur der mutmaßliche Täter hart bestraft werden muss, sondern dass man das Problem sozusagen bei der Ursache packen muss. Da ist zum Beispiel der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, Bert Reul, der eben sagt, Messerkriminalität, die muss jetzt ganz stark in den Fokus rücken. Er sagt eben, dass es da mehr Kontrollen geben muss, was den Besitz und eben auch das Tragen von Messern angeht, dass es auch Präventionskampagnen beispielsweise geben muss. Und eben natürlich auch härtere Strafen beim Missbrauch, so fordert er das. Und auf der anderen Seite machen sich aber jetzt über die Parteien hinweg auch viele dafür stark, dass man etwas gegen Hass und Hetze von islamistischer Seite im Internet tun muss. Denn direkt nach der Tat, da ist ja im Internet ein Video kursiert auf der Plattform TikTok von einem Mann, der sich Imam Meti nennt, der das, was in Mannheim passiert ist, diese Gräueltat verherrlicht hat und der sogar auch dazu aufgerufen hat, dass es weitere Gewalt geben soll gegen Islamkritiker. Auch hier war das Ersetzen eben sehr groß. Da fordern zum Beispiel aus allen drei Ampelparteien Politiker, dass man hier sehr genau hinschauen müsse und eben zügig dann auch Strafverfahren einleiten müsse, wo immer das nachgehen würde. Leonie, welche Auswirkungen könnte denn diese Geschehnisse in Mannheim auf den Europawahlkampf haben beziehungsweise auf die Europawahl, die ist ja schon in sechs Tagen? Zuletzt war es ja eher so, dass andere Themen den Europawahlkampf dominiert haben. Der Krieg in der Ukraine und auch in der Ost beispielsweise hier in Deutschland auch die große Sorge um die wirtschaftliche Gesamtlage und das Thema islamistischer Extremismus. Das ist zuletzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und jetzt durch diese schreckliche Tat in Mannheim wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen in den Fokus gerückt. Und gerade die AfD hier in Deutschland und rechte Parteien in Europa, die machen sich das auch zunutze. Denn in Deutschland innerhalb der AfD wird diese Tat eben auch zurückgeführt auf die, Zitat, fehlgeleitete Sicherheitspolitik und Migrationspolitik der Ampel, die man eben in eine direkte Verbindung bringt. Die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, die fordern eben auch, dass es zum Beispiel keine Einwanderung mehr geben soll aus Afghanistan. Sie fordern sogar Rückführungen nach Afghanistan. Also hier wittert die AfD, die in Umfragen zuletzt ja geschwächelt hat, die noch mal Punkte gut zu machen an den Eindruck. Im Moment steht sie in Umfragen bei 16 Prozent, was die Europawahlen angeht und auch bundesweit bei 16 Prozent. Und jetzt möchte man dieses Thema, das ja ein Kernthema ist, Migration und die damit verbundenen Probleme und eben auch Islamismus wieder nutzen, um bei der Europawahl eben noch mal, ja, eben ein paar Punkte zu holen. Da warnen aber dann eben auch Politiker von anderen Fraktionen davor, dass man das nicht nicht lassen dürfe, sondern dass man eben ohne Scheuklappen, aber gleichzeitig eben auch ohne Muslime unter Generalverdacht zu stellen, über das Thema Islamismus und mögliche Konsequenzen offen diskutieren muss. Leonie von Rando, ganz herzlichen Dank. Ja, heftig, selbst der Imam Metti, der hat es durch die gesamten Medien geschafft, ne? Der Imam Metti. Dann erwähnt er auch noch meinen Namen, den Namen von Elia und alles Mögliche, ne? Wahnsinn. Der hätte nicht gedacht, dass das so krass viral geht, ne? Übel, übel, übel. Oh, man. Oh, man. Jetzt hat die Familie und Freunde und Verwandten natürlich zu kämpfen mit seinem Tod, ne? Wir haben da ihren Liebsten verloren und er ist weg. Der kommt nie wieder zurück. Wurde aus dem Leben gerissen von nirgends so einem Muslim, der die islamischen Schriften an dieser Gesellschaft praktizieren will. Mein Kollege, der fährt hier gerade an mir vorbei. Ja, besonders die Kinder, besonders die Kinder. Jetzt müsst ihr euch begeben, wie schrecklich das da gibt es. Dann gibt es natürlich nur noch die Heftigsten von allen. Das hat mit Islam nichts zu tun. Und, bist du auch jemand, der sagt, das hat mit Islam nichts zu tun? Nein, das hat, äh, nein, das ist ein Teufel gewesen, ja? Ja, okay. Das hört sich aber an, als hättest du deinen Infant nicht weggeschmissen. Ich finde, das war auf jeden Fall nicht gut von ihm. Gottes Segen für seine Familie, herzliches Beileid. Und, was soll ich dazu sagen? Ja, Deutschland hat sich das selber so gemacht, ne? Ja, genau. Deutschland hat sich den Wahnsinn hier rein importiert, und zwar massenweise. Und darunter gibt es natürlich ohne Ende Leute, die dann anfangen, Dinge zu tun, die Ultraschlipsen. Genau, das sind so. Und die anderen sind jetzt noch ruhig, bis der Ton oder bis der Ruf des Imams ertönt. Genau, so sieht es aus. Wir kommen aus einer Generation, wir sind es hier seit 20, 30, 40 Jahren in Deutschland. Wir können uns anpassen, so und so. Aber was sie da reingeschleppt haben, so und so, die sind alle kriegsgestört, die haben keine Hemmungen. Und jetzt haben die das Ergebnis. Ja, traurig, das ist einfach nur traurig. Diese Gesellschaft geht den Bach runter, und die Menschen verstehen nicht, dass ihre Seele dabei auch aufs Spiel gesetzt wird, und sie eigentlich zu Jesus gucken, das finden. Die gucken nicht mehr zu Jesus. Zweitens gucken die nicht mehr, was hier abgeht in diesem Land. Die verlieren den Überblick. Die machen über Sylt Aufstand, anstatt über andere Sachen Aufstand zu machen. Verstehst du? Ja, ja, klar. Ja, Sylt ist natürlich ein Vorwand gewesen. Und dann hast du gesehen, wie die auf einmal ihre Gesinnung der Leute hier in diesem Land, wenn zum Beispiel solche kleinen Deutschen dann da rumgrüllen, oder Blödsinn rumgrüllen, dass man das dann aufgreift und dann so... Da machen die Aufstand. Da machen die Aufstand überall, in welchen Medien auch immer, ne? Ja, genau. Also da sind die ganz schnell in sowas. Da sind die ganz schnell. Damit die Hauptsache, diese Rechts, Rechts, von wegen Rechts, die wollen nur, äh, sind nicht alle so rechts. Die sind so... Die wollen ihr Land beschützen, so... Das heißt ja nicht rechts. Deutschland hat einen Rechtstick. Die sind gestürzt. Verstehst du? Ja, sobald jemand hier in Deutschland irgendwie nur es wagt, äh, Deutschland zum Beispiel den Deutschen, oder äh, Deutschland muss gesichert werden, die Grenzen müssen gesichert werden. Die SPD hat so eine, so eine Plakat gemacht, Deutschland den Deutschen. Hast du gesehen? Ja, ich weiß, ich weiß. Unglaublich, ja, aber die kriegen keinen drüber, Alter. Ja. Ach. Heftig, ja. Wie gesagt, äh, herzliches Beidat an diese Familie, an alle, die beteiligt waren, ähm, aber das wird nicht besser, das wird immer schlechter jetzt hier. Das war nur der Anfang. Das sind die zarten Anfänge, gell? Die zarten Anfänge, die vorwehen. So sieht's aus. Ja, ich wollte noch viel erzählen, aber ich bin, ich muss gerade ein bisschen was machen. Vielleicht komme ich später nochmal rein, okay? Ich kenne mich später. Alles klar, ciao. Gott, leckere dich, ciao. Bis zum Abend, ciao. Äh, wie hört sich dieser Ton an, damit ich in Deckung gehen kann? Wie meinst du das? Ja, du hast ja gesagt, es sind viele, die schlafen, also die viele, die noch nicht aktiviert worden sind, die werden aktiviert durch so einen Ton. Wie hört sich der Ton an, damit ich dann in Deckung gehen kann? Also, du denkst, das ist dann so ein, äh, so ein Pfeifen, was der Imam dann macht, ne? Ja, keine Ahnung, wie so bei Perch oder so, und dann geht's los. Nein, der Imam wird in der Moschee die Leute mobilisieren und dann aufrufen zum Kämpfen? Nicht, dass der einfach so einen Satz da sagt? Äh, so einen Ton von sich gibt, oder was? Ich weiß es nicht. Also, du hast ja gesagt, bis der Ton erklingt und dann werden alle erwacht und dann gehen alle los. Ich benutze, ich benutze Bildsprache und ich mein das nicht wortwörtlich, sondern, dass der... Ja, weißt du, der Bildsprache benutzt auch. Was? Spione und Agenten benutzen Bildsprache. Ah, okay. Aber, aber sag mal wirklich... Aus, witte. Kein Nerv auf sowas. Jetzt bitte nicht, ich bin sehr, sehr, sehr geladen. Ich bitte dich. Heute, bitte jetzt nicht. Bitte, bitte, bitte. Jetzt kommt der und geht mir auch nochmal auf die Nerven. Guck mal. Jetzt bringt. Hallo. Hallo, Kreis. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bruder, ich nimm dich in jede Debatte auseinander. Reicht nicht, was ABK mit dir gemacht hat? Oh mein Gott, warte mal ganz kurz einen Moment. Warte, ich blockiere dich mal bitte auf ewig. Was, was? Ich muss dich für immer blockieren, raus hier bitte. Wie ABK dich auseinandergenommen hat. Ich kann einfach nicht mehr. Richtig beschämend. Beschämend. Es ist beschämend. Diese Leute haben kein Verstand. Kein Verstand. Ja, natürlich meint er das ernsthaft. Ja, die sind so. Die sind so. Der hier, der hier Auffassungsvermögen ist von ABK. Von ABK. 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 ABK in der Haus. Ja, das ist so. wurde erwähnt das haben wir schon gesehen ich komme sofort wieder ich bin ein Prophet der Erbe des Kurans ja der steht unter Tabletten ich glaube der ist gar nicht der ist gar nicht strafmündig der ist glaube ich nicht zurechnungsfähig ich habe Verstoßverwarnung bekommen das wurde auch nicht genehmigt ich habe versucht das Ganze hier von dem Team überprüfen zu lassen aber die haben es nicht genehmigt ich gehe raus und komme wieder gleich rein machen wir das so Gottes Segen ihr Wundervollen Dankeschön dass ihr da wart wir sehen uns dann gleich so Gott will möge der Herr Jesus Christus sein Angesicht über euch leuchten lassen ihr Wundervollen ich liebe euch von Herzen möge der Herr euch segnen, büten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen vergisst nicht, bleibt in der Liebe und lasst nicht zu dass der Hass eure Herzen zerfrisst weil das will der Satan Gottes Segen ihr Wundervollen Gottes Segen ihr Wundervollen Gottes Segen ihr Wundervollen Gottes Segen ihr Wundervollen bis später oder bis gleich oder so Gott will bis gleich weil der vergiftet ist von seinem islamischen Geist und glaub mir dieser Typ der hat bestimmt ganz normal gelebt ob ihr es mir glaubt er hat Frau und Kinder dieser Süleyman Frau und Kinder der hat einfach ganz normal hier gelebt ein bisschen hier Koran da dies da aber sobald es darum geht Allah und Mohammed zu verteidigen da kommt der letzte Shisha-Muslim auf einmal auf den Gedanken Allah und Mohammed zu verteidigen das ist das Wahnsinn das verstehe ich nicht warum verteidigst du eine Religion die nicht zögern würde dich genauso in die Ewigkeit zu schicken aufgrund deines unislamischen Verhaltens bestes Beispiel ist ja Isa Schweißberg nein warum soll ich mich denn distanzieren also das hat doch warum soll ich das denn machen warum distanziert ihr euch denn nicht so wieder so was mit euch was mit euch so mit Finger auf andere zeigen Junge das kommt von deinen islamischen Schriften dass der Typ sich vergiften hat lassen was meinst du was denkst du die machen halt vor so einem Isa-Eisenschwert hä meinst du die machen aus Schwester Isa da waren die halt vor Isa Schwester Isa der sich da wie eine Frau hinstellt und Tutorials macht wie man sich am besten pflegt das ist jetzt neuesten Islam geworden das kannst du keine ich bin schockiert 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 einfach nur schockiert da kommt der auf den Gedanken mal da kommt der auf den Gedanken mal einmal in seinem Leben ein wenig die Sicht zu verändern und zu sagen ey ich glaube eines Tages wenn die Muslime immer weiter Zumax gewinnen und ich wie so ein Kaffee lebe Seiten auf Null habe jedem mein Körper präsent eine Aura überhaupt nichts mit dem Islam zu tun habe so tue als wäre ich ein Moslem ein Freizeitimam hier und da mal bin ich glaube die würden mir mein Auto wegnehmen meinen ganzen Besitz und Takfir zu mir machen und mir mein Blut zu Halal erklären da kommt man nicht auf den Gedanken mal zwei Sätze zu lesen was es auf sich hat Allah und seinem Gesandten Loyalität zu zeigen ist das Loyalität in dieser Isa Eisenschwerte ich frage euch wir sind ja nicht im Glauben im Islam aber wie wirkt das denn auf einen Muslim der das sieht wie der lebt der macht einmal Takfir auf diesen Isa und dann ist er weg sein Besitz wird weg unter den Muslimen aufgeteilt das war es das war es wenn selbst dieser Walid El Zain für die schon voller Kerfer ist und der Typ lebt ja so gut es geht nach dem Islam hat eine andere Auffassung der würde zum Beispiel nicht solche Tutorials machen wie der sich da präsentiert im Spiegel in den Bama nackt und hast du nicht gesehen was ist das ja da braucht man sich doch nicht so wundern dass auf einmal eines Tages deine eigenen Glaubensgeschützer auf die Gedanken kommen Takfir auf dich zu machen und dir den Glauben abzusprechen und dich aufgrund eines Unglaubens dann in die Ewigkeit zu schicken und dein Blut für Halal zu erklären da muss man sich doch Gedanken machen und sagen ey meine Religion ist absolut Wahnsinn diese Religion artet überall aus die Muslime sind bereit Takfir auf dich zu machen Mann und dein Blut für erlaubt zu erklären da muss man mal aufwachen als Muslim und sagen ey wenn ich den nicht hardcore genug lebe dann bin ich ein Kerfel Mann wenn ich nicht das glaube was die glauben dann bin ich ein Kerfel in ihren Augen und was muss man mit Kuffar machen ja ich weiß nicht also irgendwo gibt es doch eine Grenze der Lächerlichkeit oder da kannst du nicht als TikTok-Muslim in deinem Wagen sitzen den Islam verteidigen obwohl der Islam dir deinen Besitz und alles nehmen würde aufgrund deines ungläubigen Verhaltens wer ein Volk der Kuffar nachahmt ist einer von ihnen und ihr könnt mir doch nicht sagen wenn ihr denen zuguckt dass der irgendwas mit Islam zu tun hat oder nicht oder nicht da passt genau die Aussage von Mohammed für ein Volk nachahmt der Kuffar und der kleidet sich auch gerne so ja Schmink-Tutorials fehlt nur noch dass der Schmink-Tutorials macht wir nehmen dich ja ich benimm du dich mal du bist doch hier bei mir das ist heftig ey ja ehrlich da fehlt nur noch dass der sagt ihr Leute tragt euch mal ein bisschen mach mal ein bisschen Puder da drauf damit die Haut ein bisschen glatter wirkt wie ja genau wie mein Hofner der einfach in der Kamera seine Fingernägel lackiert der Typ und Fußnägel und das sind die heutzutage diese Verteidiger des Islams das sind die Apologeten des Islams ein 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 Eisenschwert Schwert Schwert der verstörende Videos macht da auf irgendeinem Spielplatz der irgendwelche Kinder in den Arm nimmt und irgendwelche kranken Gedanken hat was ist das man das ist heftig liebe zu schminke genau liebe zu schminke das ist der neue Name liebe zu schminke ja also komm irgendwo gibt es noch die Grenze der Lächerlichkeit auch für ihn ist ja nicht böse gemeint aber das wirkt auf einen Muslim der ist ernst mit Koran und Sunna und wir die wir so sehr schockiert sind dass die Muslime dann aufgrund seines Unglaubens ihn dann auch noch in die Ewigkeit schickt versteht ihr der Arme ja du Luger genau einfach du Luger du bist eine Luger eine große Luger bitte mit der Mami groß du hast du Angst und du hast du Angst Mami groß jetzt mach ein Knockout das ist so krass wir leben in absolut verstörenden Zeiten Mami groß ich mach dich kaputt das ist heftig haben wir Meinung zu Vatos Locos das ist so ein Spruch im Spanischen verrückter Vatos Locos was war das nochmal verrückter Junge oder was ist das Vatos Locos Vatos Vatos Locos Vatos Locos ich bin am essen ja das essen kommt da regn wieder raus aus dem Ding aus dem Mund ach so du meinst den Film ja Vatos Locos mit mit der Gummibärenbande genau Liebe zu Teppichband ja genau auch noch nachher weint ihr warum sollen wir denn weinen mein bester oder meine beste ich weiß ja nicht was das ist ich denke du bist eine Frau mit einem Schmetterling im Profil ja aber das ist echt krank das ist wirklich krank hört euch mal bitte an was dieser Issa Eisenschwert zu sagen hat Issa wird das wie na bitte was der Typ ich hab nur noch Fremdscham bekommen den Typ warte mal Issa eigentlich ist er intelligent natürlich ich verstehe nicht warum er warum er da nicht ähm so wie sagt man seine Sichtweise ein wenig ändert und die Dinge so sieht wie sie auch wirklich sind Issa Eisenschwert so wie ich das nicht verstehe wie jetzt gerade alle anfangen auf Social Media über Michael Stützenberger zu sprechen so damit das ein für allemal für alle klar ist ich werde mich niemals von jemandem distanzieren schon gar nicht von irgendwelchen Leuten distanzieren als wärst du jetzt voll die Person die jetzt total gefragt wird was du davon hältst ey du bist ja jetzt voll die very important person oder was VIP unglaublich so nach dem Motto distanzierst du dich von der Tat von Michael Stützenberger nein tu ich nicht ich distanziere mich nicht davon ich distanziere mich ja genauso ja aber du hättest ja wenigstens sagen sollen das was dort passiert ist ist der absolute Wahnsinn und man hätte aufgrund seiner Aussagen ihn niemals körperlich angehen sollen sondern man hätte immer andere Lösungen vorschlagen können anstatt Gewalt anzuwenden wie wärs noch mit solchen Worten wo ist denn die Menschlichkeit von dem Typen hin merkt ihr wieder das Versuch zu verarmlosen und das Ganze unter den Teppich zu kehren nur damit der Islam nicht wieder Thema wird und die Menschen anfangen den Islam auseinanderzunehmen die islamischen Schriften und eindeutig sehen dass das alles vom Islam kommt wenig für die für die Taten von Hanau hat sich irgendein Deutscher dahingestellt hat extra ein Video gemacht und gesagt ich hab nur Videos gesehen von Deutschen wie die ihre Bestürzung präsentiert haben wovon redet der Typ da man ganz Deutschland hat doch Anteilnahme genommen an dem Video von Hanau überall ist das rumgegangen weil der Typ ja ein angeblicher Nazi war da musste wieder ganz Deutschland Videos erstellen und sich so total wieder hinstellen und sagen ich schäme mich für mein Deutschland ich schäme mich ja was kann denn der einzelne Deutsche dafür dass der einer so ausflippt man unfassbar wie was das für Gehirne haben diese Leute man Hauptsache reden Hauptsache reden wie kann das sein dass er überhaupt seine Schuhe zubinden kann bei so einem Auffassungsvermögen ich glaube der hat Klettverschluss ich kann nicht mehr bitte hilft mir doch mal kann mir mal bitte einer helfen von euch das geht doch nicht mehr das ist doch nicht mehr nochmal hören wir mal weiter was er sagt es geht doch darum dass man dass man wenigstens seinen Leidkund tut oder seine Bestürzung so ausdrückt denn egal was der Stürzenberger sagt ob er an dich Kritik nimmt oder an mir Kritik nimmt oder an irgendjemand andere Kritik nimmt man sollte doch nicht mit Gewalt reagieren das ist ein No-Go Unglaublich man Unglaublich Stürzenberger hatte eine große Fresse siehst du da kommt das Stürzenberger hatte eine große Fresse selbst wenn er Fresse ausgehört hat der Typ ihn doch nicht mit dem M-E-S-S-E-R zu demolieren man siehst du wie er am liebsten sagen würde ja gut der Stürzenberger hat das verdient der würde das am liebsten sagen aber dann wird er einen Shitstorm bekommen dann wird er den übelsten Shitstorm bekommen der Typ abartig jeden Tag auf die Straße gegangen ist ein Hetzer ist ein provokant ein Volksverhetzer der nennt also jemanden der besorgt ist um sein Land und gemerkt hat dass die islamischen Schriften so ultra heftigen Gewalttaten aufrufen und der Islam seine eigene Gesetzgebung hat der über allen anderen Gesetzgebungen herrschen möchte und drakonische Strafen einsetzt schau dir mal den Typen an was der da von sich gibt und dann denkst du nicht dass irgendwie der Mensch auf die Straße geht und Berechnung hat dagegen etwas zu sagen geht das nicht in deiner Welt hinein passt das nicht ne dass man dann eventuell was dagegen sagt ne Schwester Issa der seines nicht einer nicht einer der vernünftig reden kann nicht einen ach da ist ja Etekula das kann doch nicht wahr sein Etekula wir kennen dich hallo Das heißt, wenn man Kritik äußert und eventuell so ein bisschen provoziert mit den Aussagen, dann muss man natürlich rechnen, dass man einen abkriegt. Der ist so fertig, der Ausgehör. Der ist so fertig, wie der das rechtfertigt. Wenn man etwas sagt gegen den Islam und seine Bestandteile, dann ist das natürlich legitim, dass ein Muslim hingeht und ihm dann etwas antut. Schaut euch mal an, was der Typ da von sich gibt. Das heißt mit anderen Worten, wenn deine Worte mir nicht gefallen ausgehören und ich mich von dir provoziert fühle, dann komme ich mal nach Aachen und wenn ich dich in deinem Brabus sehe, dann sage ich, steig mal kurz auf Beifahrerseite, mein Lieber. Ich will mal eine Runde fahren, weil mir passt nicht deine Aussagen. Oder zieh dich aus dem Auto raus, weil das und das hat mir nicht gefallen. Du hast mich provoziert ausgehören. Das ist nichts anderes, du sagst nichts anderes. Also ich hole mir dann die Legitimation, dich dann aufgrund irgendwelcher Aussagen, die mir nicht gefallen und du mich provoziert hast, dich körperlich anzugehen. Das nennt man Krisenverstand. Du hast ein sehr großes Gehirn ausgehören. Sehr, sehr großes Gehirn. Man merkt richtig, dass du ein studierter Atomwissenschaftler bist. Sehr gut. Meinst du, den Menschen gefällt jede Aussage von dir? Meinst du, die Menschen fühlen sich nicht durch dich provoziert? Meinst du, die Menschen haben Lust auf jede einzelne Aussage von dir? Sollen wir jetzt genauso denken wie du? Ja, ist nur eine Frage der Zeit, weil der Ausgehör hat ja immer provoziert. Kein Wunder, dann gibt es auch direkt dementsprechend Leute, die ihn dann direkt fertig machen. Oh, bitte, Herr, ich kann nicht mehr, Mann. Was ist denn hier bloß los? Diese Menschen sind heftig. Oh, Herr Jesus, bitte öffne ihm die Augen her. Hör mal weiter. Ja, da muss er damit rechnen, dass irgendwas auf ihn zukommt. Er so laut schreit, ja, mit dem Zaunpfahl winkt. Er wartet nur darauf, dass etwas passiert. Ja, genau, ihr habt ihn gehört. Also, wenn er zum Beispiel Aussagen tätigt, die dem einen oder anderen von euch nicht gefallen, dann sieht er das als völlig in Ordnung an, dass man dann irgendwann mal ausdickt und Ausgehör dann aufsucht und ihn dann dementsprechend drangsaliert und physisch angeht. Schaut euch mal bitte an in seiner Welt, wie er denkt. Wie er denkt, anstatt wegzugucken, wegzuschauen und wenn es einen provoziert, einfach gar nicht darauf reagieren oder was. Ja? Das zeigt Größe. Das zeigt Stärke. Das zeigt Charakter. Das, was du davon dir gibst, ist einfach nur eine Rechtfertigung. Ja, gut, so wie es in den Wald schreit, so wie du in den Wald schreitst, so schaltest du ja auch wieder hinaus, ne? So nach dem Motto. Ja. Tolle, tolle Logik. Tolle Logik, Ausgehör. Ja, der wartet nur darauf, dass irgendetwas kommt und auf ihn loszieht. Ja. Ja, kein einziges. Ja, also der Stürzenberger hat Lust, jeden Tag auf Kundgebungen, wenn er sie hält, von Muslimen zusammengeschlagen zu werden. Schaut euch das mal bitte an, was der da sagt. Also Stürzenberger hat nichts Besseres zu tun, als Kundgebungen zu machen und zu hoffen, dass irgendein Muslim ihn da körperlich und physisch angeht. Sag mal, hast du überhaupt noch ein Gehirn? Osgül, hast du überhaupt noch irgendein Gehirn in deinem Kopf? Ist da überhaupt noch Masse da drinne? Befindet sich da noch irgendeine Masse, ohne dich jetzt hier, wie sagt man, ohne dir jetzt nahezutreten, aber das, was du von dir gibst, das ist absolut gehirnlos. Absolut gehirnlos. Absolut gehirnlos. Ihr Muslim, der hier drin ist, ihr habt, ihr müsst euch von niemandem rechtfertigen. Und ihr müsst euch... Genau, ihr Muslime, ihr braucht euch von niemandem zu rechtfertigen. Eure Schriften sind zwar der absolute Wahnsinn und rufen euch dazu auf, Andersgläubige physisch anzugehen, aber ihr braucht euch nicht rechtfertigen. Macht einfach genauso weiter und schreit einfach, das hat mit Islam nichts zu tun. Äh, Islam ist Frieden. Islam bedeutet Frieden, wenn du etwas anderes sagst, hau ich dir eine rein. Oh ja, Islam ist Frieden und wenn du was anderes sagst, hau ich dir so eine rein, dass du nach Mekka fliegst. Ich hau dir so eine rein, damit du einen guten Flug hast. Denn willst du nicht mein Bruder sein, so hau ich dir die Fresse ein. Danke, Toni, das kannst du keinem erzählen. Was für eine Ansicht. Was für eine Ansicht. Das ist krank. Das ist ein, das ist ein belesener Mann, der ist ein erwachsener Mann und was der Fortsicht da gibt. Ah, bitte, ich kann nicht mehr, mein Rückgrat kommt gleich raus. Muslime, ihr braucht euch überhaupt nicht rechtfertigen. Ihr schlagt auch bloß nicht Koran und die Haditha auf, um zu finden, woher Suleiman eventuell seine Legitimation erholt. Nein, schreit einfach und rechtfertigt euch nicht. Sagt einfach, das hat mit Islam nichts zu tun. Diese Tat, obwohl Mohammed alle seine Kritiker umlegen ließ. Oh ja. Schreit weiter, das hat mit Islam nichts zu tun. Oh ja. Man hält das nur so aus, ich sag's euch. Es geht nicht anders, ihr Lieben, man kann das nur so aushalten. Dieses Taff-Aushalt, dieses Taff-Theater. Manchmal denke ich, dass keiner mehr von denen irgendwas da oben noch drin hat. Die reden einfach drauf los, ohne sich mal Gedanken zu machen. Das ist so krank. Das ist einfach so beschämend und krank. Einfach verrückt, einfach verrückt. Einfach verrückt. Hört mal weiter. Von niemandem distanzieren. Und wir distanzieren uns erst recht nicht von unserer Religion. Mit Sicherheit tun wir das nicht. Ja, also mit anderen Worten, wir distanzieren uns mit Sicherheit nicht von diesen Wahnsinnstexten, die den einen oder anderen Muslim dazu befähigen, selbst zu handeln und Mohammed aufgrund der Islamkritik dann zu verteidigen. Schaut euch das mal bitte an. Ja, sowas musste man eigentlich der Polizei zukommen lassen, ne? Die Gesinnung der Muslime sind heftig. Distanziert ihr euch erst mal von den ganzen Kriegen, die in den letzten 280 Jahren veranstalten? Siehst du, jetzt sagt er, ey Leute, distanziert euch mal von den Kriegen die letzten 280 Jahre. Schaut euch mal bitte an, wo der auf einmal hingeht. Jetzt geht er auf einmal zurück in die Geschichte so. Wo es gehört? Schwester, ausgehört. Wir leben hier und jetzt. Und der Islam macht sich breit. Und der Islam beansprucht, die allein einzige Gesetzgebung zu sein. Und sie sieht es als legitim, Gewalt anzuwenden, um Allahs Gesetze hier nach vorne zu treiben. Sie sollen in Zeiten der Schwäche ruhig sein, aber in Zeiten der Stärke sollen sie die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen, weil der Prophet das gesagt hat. Setz die Nicht-Muslime vor drei Alternativen. Islam, Jizia oder T.O.D. durch ein M-E-S-S-E-R. Das ist die Doktrin des Islams. Von den ganzen Millionen von Menschen, die ihr auf dem Gewissen habt, arbeitet erstmal das ab, bevor ihr ankommt und uns erzählt, wir sollten uns für was distanzieren? Für einen Hetzer? Für einen Hetzer, genau. Jemand, der aus seinen islamischen Schriften vorliest und die ganzen Leute warnen und sagen, Leute, mit dem Islam stimmt absolut etwas nicht. Ihr seht doch, wie gewalttätig die Muslime sind. Woher kommt das denn? Das hat doch mit dem Islam zu tun. Seht euch die Texte an, seht euch Mohammeds Leben an. Sie machen nichts anderes als das, was Mohammed in seinem Leben getan hat. Mit Sicherheit werden wir das nicht. Mit Sicherheit werden wir das nicht. Äh, seht ihr, genau jetzt denken alle Muslime sind so, ich geb nen Kack drauf, Alter, was ihr denkt über Muslime. Ich geb nen absoluten, voll, ich geb nen absoluten Nonsens drauf, was ihr über Muslime. Ja, genau, du gibst zwar Nonsens, was wir über Muslime denken, aber du kannst keinen Nonsens geben über das, was du öffentlich alles so postest von dir. Und deine Glaubensgeschwister das dann sehen. Und natürlich dementsprechend dann irgendwann mal handeln werden aufgrund deines unislamischen Verhalten. Und dann Tag viel auf dich machen, deine Häuser wegnehmen, was du auch hast, am Besitz und dein Blut für Halal erklären. Uns ist es egal, was du da sagst. Uns ist es so völlig egal. Aber deine Religion ist es nicht egal. Höskül. Schwester, Schwester Eisenerz. Deiner Religion und deinem Religionsangehörigen ist es nicht egal. Denn du benimmst dich unislamisch. Und wenn du die Ungläubigen nachahmst, bist du einer von ihnen. Und dementsprechend ist dein Blut Halal. Es gibt Muslime, die machen auf dich Tag viel. Sofort, wenn die dich sehen. Selbst der letzte Muslim, der in irgendeiner Shisha-Bar hockt, wird sogar auf ihn Tag viel machen. Das geht mir völlig an. Das rutscht mir völlig den Buckel runter. Ihr könnt über Muslime denken, was ihr wollt. Ihr habt doch nur einen Grund gesucht, um endlich das sagen zu dürfen, was in euren Herzen drin ist. Damit ihr eure Hetzerei endlich freien Lauf lassen könnt. Ja, genau. Also wenn wir dann auf die Bestandteile der islamischen Schriften aufmerksam machen, die Gelehrten zitieren, die Meinung der Sahaba uns so kundtun. Also dass die Sahaba, deren Meinung über den Koran und die Hadith und alles mögliche, dann sind wir natürlich Hetzer, wenn wir die Leute dann darüber in Kenntnis setzen. Habt ihr die beschränkte Art und Weise von ihm gehört? Wie beschränkt man sein kann? Damit die ihre Hetzerei freien Lauf lassen können. Die denken auch, wir sind dumm oder so. Ihr denkt auch, wir sind dumm. Was für ein präziser Satz. Ey, helf dich. Wie das auch noch passt. Du denkst auch, ich bin dumm. Nein, ich bin schlau. Wie das auf einmal passt. Ah man, der Ausgürt, der ist heftig. Der ist richtig krass. Der gute alte Ausgürt. Nein, wir sind nicht dumm. Ja, wir distanzieren uns von gar nichts. Und wir distanzieren uns mit Sicherheit auch nicht von unserem Buch. Alhamdulillah. Genau. Alhamdulillah. Einfach nichts mit Islam zu tun haben, nie den Koran lesen, einfach wie der größte Käfel leben. Und wir distanzieren uns nicht von unserem Buch. Ja, dein Buch distanziert sich aber von dir. Weil du wie ein Käfel bist. Weil du wie ein Käfel lebst und nichts mit dem Islam zu tun hast. Jun, du siehst femininer aus als eine Frau. Was meinst du, wenn der islamische Staat dich in die Hände bekommt? Die werden dich an deinen Zopf packen und dann werden die dir mal zeigen, was der Islam ist. Junge, hast du... Das ist unfassbar. Die haben Stockholm-Syndrom alle. Die verteidigen eine Ideologie, die sie auf der Stelle... Das ist so heftig. Da kannst du schon mal den Dutt für die Leute bereit machen, Schwester Issa. Vergiss nicht, ein Tutorial zu machen, wie man am besten einen Zopf macht mit... Hier, die Haare ganz richtig fest machen, wie der letzte Zuhälter. Und da oben dann diese Dutt. Das ist nämlich sehr wichtig, damit die Art Hände besser funktioniert. Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Das ist krank. Das ist heftig, Mann. Das ist einfach nur heftig. Also, die Leute machen keinen Halt vor ihm. Der Arme, der verteidigt eine Religion, die aufruft, ihn zu... Nacke zu therapieren, weil er so unislamisch lebt. Weil er ein Käfer ist. Der ist ein Käfer laut Muslime. Glaub mir, wenn du Muslime fragst, was die von ihm halten, die würden sagen, das ist voll ein Käfer, Mann. Der ist... Der Mawa Takfir auf dem, sein Blut ist halal. Glaub mir. Ich würde sagen, ey, der lügt immer Koran und Zunder. Guck mal, wie der lebt. Natürlich, da freut der eine oder andere Dschihadist sich. Denkt man sich, wow, guck dir den mal an. Der sagt, der ist Muslim. Und lebt noch schlimmer als die Kufan. Der hat den Lösch für Muslim, aber lebt schlimmer als den Käfer. Der ist ja eh, wie kein mehr Muslim als der. Der ist ja Allah's Best Kennick, mehr Muslim als der. Wahnsinn. Wir lieben unseren Koran, wir lieben unseren Propheten. Das ist ewig so weit. Der liebt seinen Koran und liebt seinen Propheten, obwohl sein Koran sagt, in Zuche 66, Vers 9, in Zuche 9, Vers 73. Oh, Mohammed, sei hart gegen die Kufan und die Munafirin. Ihre Herberge wird Jahannam sein. Also gegen so Ostgüls und so 99% der Euro-Shisha-Muslime. Und dann verteidigt er auch noch diesen Mann und dieses Buch. Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom. Das ist Wahnsinn, Mann. Das ist dieses Mainstream. Kennt ihr so, oh, ich bin Muslim. Handler, ich bin Muslim. Aber mit dem Mund sind sie Muslime. Aber sie sind gar keine Muslime. Genau wie es manche Christen gibt, die sagen, ja, Jesus, Jesus. Aber sie sind gar keine Christen. So einfach ist das. Mit dem Mund sind sie alle voll die Bekenner. Ja. Und da sind wir das beste Beispiel von. Und der normalste Muslim, der normalste Muslim auf dieser Welt, ja, wird jederzeit genau das Gleiche wiederholen. Er wird sich niemals von seiner eigenen Religion distanzieren. Wir distanzieren uns weder von unserem Buch noch distanzieren wir uns von unserem Propheten mit Sicherheit nicht. Ja, aber warte, Mann. Oh, danke, Carmen. Kufar. Kufar. Wir distanzieren uns nicht von dem Buch. Was für eine Aussage. Der ist acht Milliarden Kilometer entfernt vom Koran und Sonder. Und er sagt, wir distanzieren uns kein bisschen. Ja, aber was hast du denn mit dem Islam zu tun? Gar nichts. Da dreht er ein Video, wie der sich so profiliert und so ein Eis in die Kamera hält. Was er gerade bei Burger King gekauft hat. Sagt er, oh, die Leute haben mich jetzt dazu aufgerufen, wegen Palästina auf mein Eis zu verzichten. Weil Burger King ja so eine jüdische, irgendwas mit Israel zu tun hat. Der Typ, der ist so fertig in der Birne. Der ist so fertig, der ausgült. Da kauft er das Ding. Es geht ja um das Kaufen. Die Leute haben gesagt, das ist so Wahnsinn, oder was? Du hast doch schon damit das, du hast ihm das Geld gegeben und schmeißt auch noch das Essen in die Mülltonne. So verrückt ist der Typ. Ist das Hirnhaben? Anstatt der dort vor dem Laden geht und sagt, Leute, supportet nicht so ein Laden. Gibt nicht einen Cent auf. Da profiliert er sich selber, hält er dieses bescheuerte Eis in der Hand und sagt, ja, meine Community hat mich aufgefordert, nicht mehr dieses Eis zu holen. Und ihr habt recht, alles für die Kinder in Palästina. Und dann schmeißt er das so in die Mülltonne. Aber hat das vorher bezahlt. Und hat das Geld den Leuten gegeben, damit die wieder Kugeln kaufen, um das einzusetzen. Da hättest du das Eis auch essen sollen. Hättest du auch das Eis essen können. Dann schmeißt er es in die Mülltonne, hat der Firma Geld gegeben, das Essen verschwendet und dann steigt er in sein Auto und denkt, er ist ja irgendwie überheld. Das ist der größte Witz, Mann. Und dann setzt du dich in dein Auto und machst auch noch Videos. Anstatt du mal nachdenkst, was du da überhaupt hochlädst, Mann. Unglaublich. Aber die Leute haben natürlich Verstand gehabt. Hast du in den Kommentaren gesehen? Als ich noch nicht mal die Kommentare gesehen habe, wusste ich, ey, ist der bekloppt oder was? Du hast doch die Firma gerade unterstützt. Auf einmal war ich die Kommentare an. Sehe ich genau, alle haben die gleiche Meinung wie ich. Sag, bist du verrückt oder was? Du hast doch diese Firma unterstützt mit deinem Geld. Und dann siehst du, wie du das Eis auch noch in die Mülltonne schmeißt. Während andere Menschen nichts zu essen, dann hättest du das Eis wenigstens noch gegessen. Was meinst du, was Gott mit dir macht aufgrund deiner Taten? Dass du das Essen einfach wegschmeißt. Während Kinder auf dem Boden, wo Sand ist, die Krümel aufsammeln. Da schmeißt der Typ Eis in die Mülltonne. Schaut euch das mal bitte an. Übel, übel, übel. Was für ein Zustand. Was für ein Zustand. Und da will er so mitreden über Islam, Christentum und sowas. Da kommt er mit seinem auswendig gelernten Satz aus. Äh, hier. Ähm, hier. Wie heißt das? Hikumahmadim. Äh, Mohammedim. Und was er da gelernt hat. Mohammed in der Bibel. Der hat so viele Ahmadinat-Videos geguckt, ey. Ja. Unglaublich. Hör mal weiter, was er sagt. Machen wir nicht. Ja. Macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Dankeschön, Dankeschön. Nein, sollen die gar nicht. Die sollen nicht lesen. Sollen die machen, was die wollen. Sollen die auf den Eiern tanzen. Sollen die, sollen die, sollen die, sollen die im Kreis tanzen. Sollen die einen Breakdance machen. Das ist mir doch völlig egal. Das interessiert mich nicht. Ja. Hat irgendjemand gesagt, dass es eine christliche Tat war, als Andreas Breivik gegangen ist und in, äh, in Schweden war es, glaube ich, ja. Was hat denn Anders Breivik mit, äh, mit Jesus Christus zu tun? Der Herr sagte doch, liebe deine Feinde, du wollen ihn in dich hassen. Kann man ihn also Christ nennen oder was? Mal schauen, was der schon wieder macht, die Logik von dem. Wenn er Menschen hingerichtet hat, hat irgendjemand, hat irgendjemand gesagt, dass es eine christliche Tat war, Einzeltäter, Psychopath, er hat ein Manifest geschrieben von 600 Seiten, wo er seine christlichen Werte verteidigt hat. Wo er seine christlichen Werte verteidigt, nein. Wo er einfach seine verstörenden Worte wiedergibt in einem Blatt Papier. Ja, das war das Einzige. Und da haben wir bei Anders Breivik ja gesehen, was da abgegangen ist. Ja, wer kann denn jemanden ermorden und sich auf Jesus Christus berufen? Das ist ja verrückt. Ein bisschen Gehirn einschalten verlange ich schon. Er hat geweint im, im Gericht. Au, aus Stolz. Welch eine wunderbare Tat er vollrichtet hat. Nein. Das ist ja eine Quasselei, halt. So wie ich das nicht verstehe, wie jetzt gerade alle anfangen auf Social Media. Ich ist ein Eisnerz. Ja, über mich entstanden. Und leider die heftigsten Videos wieder. Warte, was ist das hier? Das ist ein Männchen. Was meinst du, was der islamische Staat mit ihm macht? Was meinst du, wenn die Muslime anfangen irgendwann mal so Vorkehrungen zu treffen? Die werden den so auseinandernehmen, das glaubt ihr gar nicht. Das ist die traurige Realität. Der Mörd. Schau mal, du machst es hier voll gut. Häftisch, häftisch, häftisch. Ja, absolut krank, ne? Was für verstörende Sachen, die davon sich gegeben hat. Wir distanzieren uns kein bisschen. Wir sind stolz auf unsere Religion. Wir sind stolz darauf, dass wir so viel Wahnsinn in unseren Schriften haben. Möge der Jesus Christus ihm die Augen öffnen, ehrlich gesagt. Wenn ich ein bisschen hart geredet habe, dann tut mir das leid. Aber bei sowas rege ich mich extremst auf. Und der scheint mir ja den Eindruck zu machen, dass er noch wenigstens intelligenter ist, als der durchschnittliche Euroshisha-Moslem. Aber der ist ja noch heftiger, als ich dachte, der Isa. Also der Osgül. Der ist ja noch in seiner Denkweise noch beschränkter, als der letzte Euroshisha-Muslim, der in irgendeiner Shisha-Bar abhängt. Und mit seinen Freunden über Islam diskutiert. Ah, Armin, der macht sich lustig bei uns. Ja, lass den. Oh, danke schön. Ah, steht fast. Lass den, der soll sich lustig machen. Ist okay. Aber dann muss er damit rechnen, dass wenn Dr. Sheikh Abu Hamil und sein Team auf ihn reagieren, dass wir auch ein bisschen was lachen wollen. Oder? Oder nicht? Gleichberechtigung für alle. Oder, ihr Lieben? Postbotte. Schaut euch das mal bitte an. Prototyp. Guckt euch das bitte an. Hä? Wieso geht das nicht? Ja. Der Yusuf. Yusuf sagt Postbotte. Botte. Vielleicht meint er Jebotte. Postjebotte. Vielleicht meint er auch Serbisch Jebotte. Kann auch sein. Das kann alles sein. Tut mir leid. Ich wollte nur mal vielleicht eine kleine Denkanstoß mitgeben. Oder vielleicht eine Vermutung äußern. Könnte ja auch so sein. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht machen. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Manchmal überkommt mich das. Es tut mir leid. Bitte verzeihen mir. Hallo? Hallo? Hallo, Armand. Hallo, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Was kann ich für dich tun? Gar nicht. Du brauchst dich eigentlich gar nicht wundern, finde ich. Was immer so spricht. Du machst ja eigentlich das Gleiche. Also von daher. Ich mache eigentlich das Gleiche? Auf eine andere Art und Weise, ja. Ja, du? Und das jeden Tag. Deswegen verstehe ich nicht, wieso du jetzt irgendwie meckerst. Meggerst? Ich verstehe nicht, was du denn möchtest. Was willst du denn von mir? Ich sage, wieso beschwerst du dich über jemanden, obwohl du doch dasselbe tust? Inwiefern, was denn? Was mache ich denn? Hetzen. Hetzen? Ja. Also wenn ich auf gewisse Leute reagiere, meine Meinung wiedergebe und die beschränkte Sichtweise einiger Menschen sich rauskristallisiert und ich das Ganze thematisiere, dann bin ich am Hetzen, oder was? Ja, ich meine, dein Bruder hat einen Dämon gesehen. Könnte ich jetzt auch live gehen und die Geschichten darüber erzählen. Wer hat einen Dämon gesehen? Deinen Bruder. Der Hund. Mein Bruder hat keinen Dämon gesehen, sondern hat eine Geschichte erzählt, die seinem Hund widerfahren ist, weil er auf einmal in die Luft so gesprungen ist. Ja. Und wenn da irgendwas gestoßen hat, Ja, aber das ist doch auch krank, diese Geschichte. Mein Bruder hat einen Dämon gesehen. Amir, die. Da sieht man, wie du Videos guckst und wie du meinen Bruder zuhast. Da sieht man das. Ich möchte ihn ja gar nicht persönlich angreifen, aber das ist ja auch eine crazy Geschichte. Dann gibt das doch richtig wieder. Wie wär's mal damit? Er hat gesagt, er lag da und auf einmal ist sein Hund weggesprungen. Ja. Richtig? Was sagst du denn zu dem Stürz, oder? Ja, genau, aber du hast gesagt, er hat keinen Dämon gesehen. Amir, was sagst du denn zu dem Stürzen, Mega? Ein Beileid auf jeden Fall. Was ich dazu sage, was ich zu Michael Stürzen, Mega sage. Ja, zu dem Vorfall, so ein Dämon gesehen. Alter, wir reden schon seit drei Tagen darüber und du sagst, was ich dazu sage, das ist so krank, das ist einfach so krank. Das ist so krank, komm, bitte. Das ist krank, das ist einfach noch nicht mehr normal. Und wie geht's dir so? Ja, handel Jesus, wie geht's dir? Ach, ganz gut, gerade ein bisschen am Spazieren. Ja, schön. Ich finde das gut, was du machst, so mit dem Aufklären und so. Aber bist du nicht eher für Liebe anstatt für Hass, so ein bisschen? Hass? Bist du nicht eher so für Liebe anstatt für Hass verbreiten, so ein bisschen? Wo verbreite ich denn Hass? Ja, so, keine Ahnung, das kommt mir so ein bisschen vor, als hättest du schon so ein bisschen Hass gegen den Islam. Es gibt ja auch gute Menschen so im Islam, weißt du, wie ich meine? Ja, aber du musst doch differenzieren zwischen Menschen und Ideologien, oder? Oder schaffst du das nicht? Ja, klar schaffe ich das, natürlich, aber manchmal kommt mir das so vor, ich hab nichts gegen dich als Person, aber manchmal, so wie du redest und so, das kommt mir wirklich so vor, als hättest du so einen tiefen Hass in dir, so als würdest du, keine Ahnung, so alle Moslems irgendwie tot sehen wollen oder so, so kommt das einem rüber. Nein, auf keinen Fall, Mann, ich sag doch immer, Herr, bitte öffne ihnen die Augen, ich sag nicht, Herr, vernichte diese Menschen. Ja, aber das kommt ja so, guck, damit redest du ja den Kampf. Ja, wenn dir das so vorkommt, dann musst du mir doch mal richtig zuhören, Mann. Mach ich doch, mach ich doch. Und ich würde irgendwas Quatsch erzählen. Mach ich doch, aber guck mal, es gibt doch auch Menschen, die den Islam, die den Islam leben, aber sowas nicht gutheißen mit Töten und was weiß ich, weil es gibt Leute, die ihre Religion normal ausleben, so, weißt du, was ich meine? Und die fühlen sich dann... Was heißt normal ausleben? Ein Dschihadist denkt auch, dass er seine Religion normal auslebt. Die gehen normal zur Arbeit wie du, die essen das gleiche Essen wie du, die trinken das gleiche Trinken wie du, die haben Kinder wie andere Menschen... Die leben einfach ihr Leben fernab von ihrer Religion. Ja, das heißt... Ja, die leben einfach ihr Leben fernab von ihrer Religion. Aber trotzdem leben sie ihre Religion und sehen sich als Moslem, weil sie als solche geboren wurden. Ja, die können sich noch zehn Minuten mal als Moslem sehen. Wenn sie nicht nach Suche 2.216 kämpfen, sind sie überhaupt gar keine Muslime. Guck mir mal alleine deine Kommentare an, wie verhasst die Leute sind. Guck mal, wie verhasst die Leute sind. Ja, wenn du so ein Knochen erzählst... Das ist doch keine Frage, ich versuche doch gerade mit dir ganz normal zu unterhalten, oder nicht? Ja, aber das ist doch nicht ganz normal unterhalten. Du machst dir Vorwürfe, die überhaupt gar keinen Halt haben. Du bist doch der, der die Vorwürfe macht gegen die Leute. Ja, aber ich beweis ja auch meinen Standpunkt. Beweis du deinen Standpunkt? Wo hast du bis jetzt was bewiesen? Wo hast du bis jetzt was bewiesen? Ich danke dir, dass du dabei warst. Verschwinde, komm nie wieder hier hin. Hast du das kapiert? Wo hast du das bis jetzt bewiesen? Ich denke, dass niemand so viel mit Quellen redet, wie ich. Wenn jemand doch redet, dann bin ich das doch mit Quellen. Wie ich das immer wieder sage, ich hasse das, ohne irgendwie Quellenangabe zu geben. Wo was verzeichnet ist. Da schau dir das mal an, wo wir gelandet sind. Was soll ich noch dazu sagen, ihr Lieben? Was soll ich noch dazu sagen? Ist das beschämend, wie nennt man sowas denn? Bitte verzeiht mir, aber wie nennt man sowas? Dankeschön, danke. Danke euch, ihr Lieben. Kann man mal bitte eine Antwort geben, warum diese Menschen so sind? Hören die mir überhaupt gar nicht zu? Oder vielleicht bin ich ja nicht klar und deutlich in meiner Wortwahl. Oder seht ihr das genauso, oder was? Jetzt mal ohne Spaß, kommt das bei euch jetzt so rüber, dass ich so einfach mir nichts, dir nichts rede, wie RTL Sat.1 und ZT11 oder wie, oder was? Ist das verrückt, ist das verrückt. Man denkt, man hat schon vieles gehört, da wird man wieder eines Besseren belehrt. Du redest doch auch einfach so und du machst auch einfach so. Wie, was, was? Ich prüfe doch mal den Standpunkt. Ne, ich hab noch nie gesehen, dass du deinen Standpunkt prüfst. Ich weiß nicht, ich werde, glaube ich, verrückt. Ich muss das, ich brauche dringend Urlaub, ehrlich. Ich brauche Bahamas oder sowas. Ich brauche richtige Bahamas. Haffeln die ab in den Urlaub. Hilf dich, ey. Dann kann ich wenigstens unterpeilen, wenigstens weiter, Mann. Dann tut mir das nicht so weh, mit Kokos und Sohn unterwegs. Hi, Armin. Hallo, mein Lieber Gott segne dich und deine Familie. Dir auch. Ich habe eine kurze Frage, und zwar, ich habe ein Video auf TikTok gesehen von einem Matthäsen, der hat mit einem Christen telefoniert, der hat so eine Show, ich weiß, ob du ihn kennst. Ja, ja, der mit der Brille, ne? Ja, und der Liga hat er keinen. Richard, ne? Richard nennt er sich, ne? Ja, also irgendwie, der Christ hat gesagt, nee, nee, dieser Atheist hat ihm gesagt, ich wollte dich fragen, weil vielleicht hast du eine Antwort dafür. Er hat ihm gesagt, guck mal, your Bible telling you to kill someone, Sklaverei und dies und das und alles so. Richtig schreckliche Sachen. Und der Christ antwortet, ja, das Alte Testament, das Alte Testament, das zählt nicht. Und dann sagt er, ja, glaubst du an diese zehn Gebote? Der so, ja, natürlich. Der so, du Dummkopf, die zehn Gebote sind im Alten Testament. Der so, wie, was? Der so, du kannst nicht auswählen, an was du glaubst und was nicht, also scherz, was ich meine, an die guten Sachen. Er hätte einfach antworten können, dass dieser Kriegstext im Alten Testament auf verschiedene Völker angewandt wurden. Diese Völker haben natürlich sehr schlimme Dinge getan und haben gegen Gott gesündigt. Sie haben ihre Kinder geopfert, dem Moloch und dem Baal und haben miteinander Schändlichkeiten getrieben, haben Israel angegriffen, die ganzen kanaitischen Völker und Gott hat dann sein Volk benutzt, um diese anderen Völker zu strafen. Aber Gott ist gerecht genug und hat auch andere Völker benutzt, um sein eigenes Volk zu strafen, wenn es gesündigt hat und wenn es aus der Reihe getanzt ist. Siehst du, wie gerecht Gott ist? Aber das sind Leute, die einfach einen Hass auf die Bibel haben und nicht begreifen wollen, dass Gott gerecht ist. Gott ist immer gerecht und das verstehen die meisten nicht. Aber er sagt, das sind so wie Befehle. Bitte? Aber der hat ein paar Sätze gesagt, ich weiß nicht mehr im Kopf, Exidius 21, keine Ahnung, und gesagt, guck mal, das sind Befehle. Befehle. Ja, genau. Befehle zu der damaligen Zeit, die auf verschiedene Völker angewandt wurden. Diese Amalekiter gibt es doch gar nicht mehr. Diese kanaitischen Völker sind doch gar nicht mehr da. Das alte Testament waren die Kriegstexte mit Israel und den Völkern, die um Israel herum waren. Das existiert doch alles gar nicht mehr. So, wir sind im neuen Mut nach Eremia 23, 23, dass der Herr Jesus Christus uns unter Gnade stellt. Gesetz und Gnade, das darf man noch nicht miteinander vermischen. Okay, das heißt, die Antwort ist, man darf das nicht vermischen. Man darf das alte Testament, das für eine bestimmte Zeit gültig war, bis der Messias kam, nicht verwechseln mit der Gnade, die wir im neuen Testament haben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn du musst Jeremia 23, 23 lesen, wo der Herr einen neuen Bund stießt. Okay, okay, das wollte ich nur ein bisschen mehr, der andere war, konnte er nicht gut warten. Ja, sobald du dich damit auseinandersetzt, das alte Testament kannst du aber nicht ablehnen. Du musst es erklären, was dort passiert ist. Ja, es gab Völker, die sehr schändliche Dinge getan haben und ihre eigenen Kinder geopfert haben. Das liest du zum Beispiel auch in 1. Samuel 15, 3, wo der Herr befohlen hat, ein ganzes Volk auszuradieren. Und zwar von klein bis groß, alles. Ja, aber warum ist das? Und dann steht davor, und dann steht davor, räche dich an Amalek. Und dann denkt man sich, aha, also hat dieses Volk vorher Israel angegriffen und ihre Männer getötet, Frauen geschändet und Kinder umgelegt. Und dann heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verstehst du? Okay. Und dann ist das das Gleiche mit dem Schweinfleisch, zum Beispiel Schweinfleischverbot ist auch das alte Testament. Kann man das auch aussuchen? Ich glaube, das Schweinefleischverbot galt für die Juden. Du bist doch kein Jude, du bist ein Heide, der zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kam. Du hast nichts mit dem Gesetz Mose zu tun. Du gehörst nicht zum irdischen Volk Gottes, du gehörst zum himmlischen Volk Gottes. Das darf man nicht durcheinander bringen. Man muss die Heilzeit, also die Heilsgeschichten und die Heilszeitalter einhalten und nicht durcheinander bringen. Ja, aber das heißt, die Zehn Gebote waren ja auch für die Juden, oder wie war das? Zehn Gebote sind in unserem Herzen hineingelegt worden. Es ist doch klar, dass jeder von uns ganz genau weiß, dass wir nicht stehlen sollen, lügen sollen, die Frau unseres Nächsten begehren sollen. Sondern es ist doch klar, das sind die Gesetze, die Gott uns in unserem Herzen gelegt hat. Da brauchst du nichts zu sagen, ja, das ist alt, das ist das Gesetz, was Gott in unser Herz gelegt hat. Wir sollen nicht stehen, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht morden, wir sollen dies, nicht das. Das ist normal, du weißt doch ganz genau, dass diese Dinge schlecht sind. Ja. Ja. Okay, das wollte ich nur fragen. Ami, danke, ja. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, ciao, ciao. Osmann, wache auf, der du schnippst. Osmann, wache auf, der du schnippst. Osmann, rede mit Dr. Scherab um mich. Hey, keine Ahnung, ich habe gar keinen Thema, ich wollte einfach nur so hochkommen. Du wolltest einfach nur so hochkommen? Ja. Ja. Kennst du Jesus Christus? Wie steht's, alles klar. Wie läuft die Arbeit? Ja, perfekt. Ich gehe ja für dich arbeiten, damit es dir gut geht. Nein, ich mache das immer, Osmann. Damit es dir immer gut geht, Osmann, ich liebe dich. Ich gehe für dich arbeiten, kein Problem, Osmann. Jo, ich gehe. Ich mache das. Ja, danke, danke, dass du meine Studienzeit, egal. Egal, ob mir. Hey, red inshallah, red inshallah. Ja, red inshallah. Nein, ich wollte es eigentlich nur so hochkommen. Ich gucke mir das ja gerade ein bisschen an. Deswegen. Ja, ist schon verstörend, was in letzter Zeit abgeht, ne? Ja, guck mal. Ich sage so, jetzt denk ein bisschen an die Zukunft, weißt du? Und ich weiß nicht, ob es jetzt so groß ist. Ja, hast du selber denn Angst? Hast du denn selber Angst, eines Tages Opfer von sowas zu werden? Das kann ja dich auch treffen. Guck mal, ich sage mal so, ich, das kann schon gut, guck mal, wer weiß, was das krass ist? Ich finde, guck mal, ich will jetzt nicht gegen jeden hier so was Böses sagen oder so, aber Osmann, man muss sagen, wo viele von unserer Religion, die neu hier sind in Deutschland, die sind auch leider tendenziell sehr aggressiv, weißt du, was ich meine? Seftig, ne? Weißt du, was das krass ist? So, du läufst, du bist, guck mal, ich stotter jetzt hier. Ich bin zwar erst mal hier so live. Du rühre dich, du redest gut, kein Problem. Du redest super. Du läufst irgendwo lang und dann siehst du so deine Leute, so, weißt du, und die gucken einen böse an und dies und das ist richtig krass eigentlich, ja. Ja. Ja, aber du siehst ja, Osmann, dass das jeden von uns treffen kann, egal ob du jetzt, ob du ein Muslim bist oder jemand jetzt Christ ist oder was, du bist am falschen Zeitpunkt, zu dem falschen Ort und dann bist du auf einmal dran. Da tickt einer aus von den Leuten, die gerade frisch hier hingekommen sind und denken, dass die Dschihad machen müssen, weißt du, was ich meine? Ja, egal. Ja, möge Allah dir recht bleiben, ja. Möge Allah dir recht bleiben, ja. Was hast du? Ein Johnny gemacht? Möge Allah uns alle recht bleiben, einfach, ja. Fertig gebrochen. Aber das ist trotzdem krass, das ist vor allem so deine eigene Landsleute, weißt du, was ich meine? Das ist das Heftige. Meine eigene Landsleute. Und man sagt freundlich, man sagt freundlich Salamu alaikum oder so und man kriegt keinen Salam zurück. Wir gucken einen nur böse an und so, das ist, heutzutage ist so... Ja, vielleicht gefällt dir dein Salafisten-Bad nicht. Vielleicht denken die, du bist so ein Tommeliger oder sowas, ey. Nein, du hast schon mehr Badwuchse als ich, das muss man sagen. Weißt du, was das lustige ist, Abi, ich hab mal so ein Video gesehen, ne? So aus dem Iran, da war irgendwie so eine schiitische Feier oder so. Komm mal bitte näher ans Telefon, komm mal bitte näher ans Telefon. Und da kam dann, auf jeden Fall, da war so eine schiitische Feier. Und danach, da war so ein Typ, auch so, der sah eins zu eins aus wie du, ne? Und das war auch so einer mit, das ist auch ein Christ in so einem, äh, was hatte der? So, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist so ein Stab gewesen und danach war da so ein Kreuz drauf und er läuft da so lange. Und ich dachte, ey, ich meine das ernst, ich dachte, du bist das. Ehrlich jetzt? Ja, nein, aber... Vielleicht fahr ich das auch und hab mich getarnt. Weil jetzt meine zwei Brüder sind ja Makar und Foris. Foris, diese Foris Kitchen und der Makar. Aber darfst du jetzt mal so allgemein... Das sind meine zwei Zwillingsbrüder. So allgemein ist jetzt so eine neutrale Frage, aber darfst du nach Iran? Also darfst du zum... Nein, ich darf nicht nach Iran. Nein, ich werde sofort, sofort, äh, eliminiert. Ah, krass, ja. Ja, aber schönes Land, das ist ehrlich. Aber sag mal, sag mal ehrlich Osman, wenn man dich so fragt, hast du überhaupt Lust auf diese Leute, die jetzt hingekommen sind und jetzt voll so Scharia danach fragen und so? Hast du überhaupt selber als Muslim Bock, dass hier irgendwann mal die Scharia herrscht und wir durch Religion jetzt regiert werden und alles? Hast du jetzt als Muslim? Ich weiß, irgendwo ist das schwierig, weil du willst ja eigentlich Allahs Gesetz, aber auch irgendwie nicht, ne? Na, guck mal. Natürlich, so normal betrachtet und so, natürlich, das ist das Beste für alles, für die ganze Welt. Aber, aber guck mal, jetzt kommt das aber. Man kann nicht von 0 bis 100 das denn so durchpushen. Oh, so und so. Stürzenberger jetzt das und zum Beispiel dann Mannheim, was da jetzt war und sowas. Das kannst du nicht einfach so bringen, so, weißt du? Ich mein, das ist, naja, egal. Egal, ich wünsch dir das Beste an mir, ja? Mach's gut. Ich dir auch. Ich wünsch mir von Herzen, dass du anfängst, das Injil zu lesen, das Neue Testament. Ah, jetzt ist er rausgegangen. Ah, schade. Ach, ja. Nein, der Osman war jemand, der überhaupt gar keine Lust auf Scharia hat. Man hat das doch gemerkt, Mann. Der Typ hat da sehr keine Lust. Viele Muslime haben überhaupt gar keine Lust, dass die Gesetzgebung hier verändert wird. Sie wollen einfach ihr Islam leben, so wie sie den kennengelernt haben. Einfach mal in die Moschee zu gehen, zu beten und dann wieder ihre Dinge nachzugehen. Sowas, wie die so sehen, wie die Christen hier so leben. So wollen auch die Muslime leben. Aber darunter gibt es Leute, die dann auf einmal anfangen, die Gesetzgebung versuchen zu verändern und durch Scharia zu ersetzen. Und dann siehst du, dass andere Muslime eigentlich gar keinen Bock darauf haben. Auch die Türkei haben keine Lust auf das zweite Iran. In die Ägypten haben die keine Lust auf ein zweites Iran und und und. Was meint ihr, was jetzt bald demnächst wieder passieren wird? Bestimmt wird von der Gegenseite wieder irgendwas kommen, wo auf einmal irgendjemand wieder irgendwo rein stürmt und dann wieder dementsprechend ein unfassbares Ding macht. Habt ihr auch so das Gefühl ihr Lieben? Ich habe schon seit Tagen, seitdem das passiert ist, habe ich das übelste Gefühl, dass schon wieder auf der Gegenseite der Muslime dann wieder irgendwas passiert. Merkt ihr das? Ja genau, das meine ich. Ja, unabhängig jetzt von der EM, aber habt ihr auch so dieses komische Bauchgefühl, dass irgendjemand so ein zweites Hanau macht so? Ich habe das übelst im Gefühl. Jaja, immer oben drauf achten, wenn ich stumm bin. Keine Sorge ihr Lieben, ich bin da, keine Sorge. Solange ich noch atme, habe ich immer gesagt, werde ich immer live kommen. Auch damals zu den YouTube-Zeiten. Es wird wieder Zeit, dass ich wieder loslege auf YouTube. Gottes Segen an mir. Gottes Segen, mein Lieber. Aber ich bin gerade komplett am ausrasten, ne? Weißt du, weißt du, dass es gerade in einer falschen Schlange gerät, dass dieser Osman? Weißt du, wie link da gerade, weißt du, wie link da ist? Ehrlich? Ich habe vor fünf Minuten geschrieben, Kamelurin sind Sympathisanten. Weißt du, was er danach geschrieben hat? Ich, deiner Schwester. Ja, ja, die sind so. Alle haben diese Gesinnung. Aber gut, der würde niemals die Scharia selber wollen. Das hat man schon gemeldet nachher an seiner Reden zu sagen. Ach, und Amir, ähm, was wollte ich noch mal mit dir reden? Ähm, ich bin gerade total so, ich weiß nicht, ob ich weinen soll, ausrasten soll. Ich weiß gar nicht, dass es gerade in Deutschland los ist. Bei der Asylsache haben alle Videos gemacht, TikTok, YouTube, haben alle darüber geredet. Und jetzt bei dieser Sache mit diesen Polizisten sind auf einmal alle leise, ne? Ja, das ist normal. Diese Gesellschaft ist so. Sobald irgendwas mit Nazis, du siehst ja, habe ich doch den Song abspielen lassen. Nazis raus, Nazis raus. Ne, aber ich glaube, ich nicht hier. Die sehen in jedem einen Rechten, wenn er zum Beispiel irgendwas gegen Islam sagt. Äh, irgendwas, äh, anstandet in dieser Gesellschaft. Irgendwas, wenn irgendwas schief läuft. Sofort bist du rechts, das ist das Wahnsinn. Deswegen trauen die meisten Deutschen sich nicht etwas zu sagen, weil sie nicht in eine Ecke gedrängt werden wollen. Ach so, unseren... Dieses Spiel ist so perfide. Deswegen müssen die Ausländer, wir, die wir überhaupt, äh, nicht zu diesem Land gehören, müssen auf einmal ihren Mund aufmachen, weil das ja unsere Heimat ist. Der Iran ist ja gar nicht mehr meine Heimat. Deutschland ist ja meine Heimat. Verstehst du? Ich bin ja als kleines Baby hier hingekommen. Was habe ich denn von meiner Heimat denn mitbekommen? Gar nichts. Nichts. Ich habe von meinen Eltern die Sprache gelernt bekommen, habe ein wenig die Kultur noch so mitbekommen, aber was habe ich denn mit Iran zu tun? Gar nichts. Nichts. Ich bin mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen, ne? Also 2011. Da war ich fünf Jahre alt. Also ich habe mein Land noch nicht mal als Malz Urlaub machen oder so, ne? Ich habe keine Ahnung, wie mein Land jetzt so ist. Und dann siehst du auf einmal, wie dieses Land, wo du groß geworden bist, äh, wo du die Werte halt mitgekriegt hast, dass das auf einmal total zugrunde geht und fast jeden Tag irgendwo ein Anschlag verübt wird. Der macht mit MESSR da was. Der macht dort was. Und was ist hier los, Mann? Ja, du siehst ja doch unser, unser Olaf, unser Weihnachtsmann, unser Schneemann. Du weißt doch, wie der heute im Interview geredet hat. Ach, da sind Extremisten und was weiß ich. Das kannst du auch wirklich keinem erzählen. Was ist das? Hoi. Hallo. Weißt du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Unser Olaf, unser Schneemann, du weißt doch, wie der heute geredet hat. Er meinte, das sind Extremisten und was weiß ich. da habe ich so in den haften klick da bin ich weiß ich dürfe nicht fassen und so aber ich kann das nicht mehr tragen was soll ich dir dazu sagen ehrlich am besten sein fokus auf jesus christus setzen und aufklärungsarbeit machen oder mit kula bist du da die kula wir sehen dich ja okay mein lieber johann ist ja wenn er pass auf dich auf lass dich unterkriegen beruhig dich ich gehe immer in dir alles klar ja ja alle mal 100.000 voll machen die 100.000 aber auch noch nicht mal geknackt ist ja wahnsinn leif sichtbarkeit ist eingeschränkt wird bearbeitet